Hallo, hallo und willkommen an diesem Donnerstag. Hi, na ihr. Ja, wir haben ein Programm, glaube ich. Nachher gibt's Hellpye, davor quatschen wir noch. Und ich glaube, ich will euch jetzt gar nicht so lange aufhalten. Das heißt, ich schicke euch mal ins Intro und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. So, hoffentlich läuft das. So, bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, mir fehlt immer noch die Inspiration für eine Goku-Szene, die den bisherigen Status, den alten, positiv weiterentwickelt. Das ist das, was ich sagen will. Und es passt eigentlich nicht so ganz zum Konzept, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist ja ein Chill-Stream und Goku ist halt High-Power. Und ich bin halt nicht High-Power. Das ist selten. Aber irgendwas muss ich mir dafür einfallen lassen. Das weiß ich. Aber ich hatte noch nicht die sprengende Idee dafür. Aber, 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 ja, ich weiß, ich weiß. Geduld, es kann sich nur noch um Jahre handeln. Die Perücke liegt auch noch irgendwo da hinten rum. Also, die ist hinterm Greenscreen versteckt. Die habe ich noch. Logischerweise. Ich habe übrigens auch eine Witcher-Perücke. Die hatte ich aber nie an. Ich zähle noch so den jungen Wilden. Wahrscheinlich. Ja. Möglich. Ja. Kann, kann sein. Schule, was ist das? Kann man das essen? Ja, nein, leider nein. Wenn du Glück hast, kannst du in der Schule essen. Aber das ist, passt auch nicht immer. Ein 16-Bit-Dragon-Ball-Background. Hm. Ich mag ja den 16-Bit-Style, ne? So ist es ja nicht. Ich mag ja ganz allgemein auch Pixel-Style. Und der alte Hintergrund hatte ja auch schon so den ein oder anderen Pixel-Goku mit drin. Mal gucken. Eine Jennifer-Perücke? Nee, eine Gerald-Perücke. Also mit den, mit den wunderbaren weißen Haaren. Die Perücke ist aber so scheiße. Die ist aber so scheiße. Anziehen, das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt. Die liegt hinter dem Greenscreen. Das ist quasi jetzt momentan nicht erreichbar für mich. Du willst ja nur wieder in der Hintern kämmen, so wie letztes Mal. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Ja, Popo-Camp. Nein. Den will niemand sehen. Was du wärst für Pippi Langstrumpf? Zöpfe statt Goku. Oh, nee, lass mal. Nee. Ich bin kein Freund von Pippi Langstrumpf. Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber war mir immer unsympathisch, die Frau. Oder das Mädchen. Oder wahrscheinlich inzwischen Frau. Alte Frau. Keine Ahnung. Nee, mhm, mhm. Anstelle von dem Goku-EDM-Track machst du einen chilligen Song an und maskierst dir eine Chintujun-Wolke rein. Natürlich fliege ich in den Sonnenuntergang. Chago bringt mich nicht auf Ideen. Ich muss das mal eben screenshotten. Ich muss das mal eben kurz screenshotten, weil das ist eine Sache, die ich in meine Taskliste aufnehmen werde. Knallhart. Status Idee. So. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht mal doof. Schließ nicht von dir auf andere. Ja, aber das macht man doch so, dachte ich. Das ist doch wunderbar. Also, also, bitte, ne, niemand mag, niemand mag Blumenkult. Ganz einfach. Du kannst mir zustimmen, mit Frau Langstrumpf konntest du auch nichts anfangen. Konntest du auch noch nie. Keine Ahnung, warum sie so beliebt ist. Ja, oder? Weiß ich nicht, ne? Ist natürlich alles persönlicher Geschmack, aber irgendwie, nee, keine Ahnung. Kann ich, war irgendwie noch nie meins. Aber ich hatte so viel, was nie meins war in der Kindheit. Warum auch immer. Ich war schon immer anders als andere. War nicht immer vorteilhaft, muss ich zugeben. Aber, ja, nee. Gab so einiges, worauf ich nicht stand, was alle anderen gefeiert haben. Popo Langstrumpf. Oh Gott. Es gibt bestimmt ein Pipo Langstrumpf oder so. Ähm, Emote irgendwo. Das würde mich nicht wundern. Das Beste von Pipi Langstrumpf ist übrigens, ähm, die Metal-Version vom Titel-Lied. Herr Komma Pipi Langstrumpf von den Black Ingwers, glaube ich, war das. Wer mich nicht alles täuscht. Ähm. Danach könnt ihr mal googeln. Die ist großartig. Und Ingwers schreibt man wie Ingwer, nur mit V und A. Ähm. Die ist super. Die ist richtig gut. Mit Cam-Movement-Plugin kann ich ja wirklich von der Mitte der Screens in den Hintergrund fliegen mit diesem typischen Blink, wenn etwas im Himmel verschwindet. Ja, 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 das, das, ja, es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht alles installiert, ne? Und, äh, Dankeschön übrigens für den Host. Den habe ich noch nicht gesehen. Dankeschön, Saussis. Dankeschön. Ähm. Ja, nee, nee. An den Plugins wird es definitiv nicht scheitern. Die habe ich auf jeden Fall alle da. Weil mein OBS ist relativ schlank, aber absolut overpowered. Für das, was ich tatsächlich brauche und tue. Also, ich habe ja auch die wunderschöne Move-Transition drin für sowas hier. Ne, dass ich so whoop, whoop, whoop mache. Wie so ein Fisch. Das passt nämlich von der Bewegung her ganz gut. Wie diese Schwanzflosse von dem Fisch. Ähm. Lassen wir das. Zauberei. Ja, ja. Korrekt. Korrekt. Ähm. Aber hey, es ist alles Zauberei. Ähm. Ne, was man sich nicht erklären kann. An Technologie vor allem. Und deswegen, äh, ja. Könnte man schon auch, ja. Ja, man könnte Zauberei sagen. Wenn man denn will. So ist es nicht. Schargo, danke für den Host. Dankeschön. Hast du Schwan gehört? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Habe ich irgendwas von einem Schwan erzählt? Das ist schon wieder länger als drei Sekunden her. Aber nein. Glaube, nein. Nein. Ach, Schwanz. Oh. Ja. Nein. Ich habe Fischflosse gesagt, oder? Schwanzflosse habe ich gesagt. Ja, okay. Gut. Ja, aber die kann ja ich nichts dafür. Die heißt so. Oh mein Gott. Wir sind doch alle geistig zwölf. Wie gut, dass wir heute dieses wunderbare Spiel hier spielen. Das hat nämlich den zwölfjährigen Humor, den wir alle, glaube ich, mögen. Es wird großartig. Es wird absolut großartig. Ich freue mich viel zu sehr auf dieses Spiel. Nichts darf man sagen. Ja, es ist so. Die goldene Waagschale steht einfach überall. Bereit. Und ja. Es wird ein Fest. Es wird so ein Fest. Ja. Ja. Wir hatten ja irgendwann mal schon die Demo davon gespielt. Und allein die war ja schon großartig. Aber die gingen ja nur eine Stunde. Und heute kam das Full Release raus. Leider noch nicht für die Switch. Da wurde irgendwas verkackt mit dem First Day Patch. Und da kommt es jetzt, glaube ich, ein paar Tage später. Da fehlen aber noch die Infos dazu. Anscheinend ist der Release-Prozess auf der Switch echt kacke. Aber ansonsten ist es überall raus. Lasst mich überlegen. Steam. Good Old Games. PS4. PS5. Xbox. Fragezeichen. Was für eine Xbox auch immer. Wir sind alle geistig zwölf oder nicht doch eher zehn. Ich weiß es nicht. Zwölf würde bedeuten, dass wir manche Dinge schon verstehen und darüber lachen können, die die Zehnjährigen eventuell noch nicht verstehen. Andererseits könnte es auch sein, dass die heutigen Zehnjährigen quasi den Versautheitsstatus der damals Zwölfjährigen erhalten haben. Also, quasi Evolution gone wrong, aber hey. Damals mussten wir zwölf sein, weil mit zehn haben wir zwar über Dinge gelacht, aber keine Ahnung, warum wir gelacht haben. Irgendwie hast du jetzt die Bivis-Embattet-Lache im Kopf. Oh Gott. Die war so furchtbar. Das haben die schon in der Grundschule. Trust me, du bist ein Profi. Ja stimmt, du hast mit Kindern zu tun. Du kannst das wahrscheinlich beurteilen. Du kannst das wahrscheinlich tatsächlich ganz gut beurteilen. Ich habe ja nichts mit Kindern zu tun. Ich habe neulich herausgefunden, dass hier im Haus ein Kind wohnt und war geschockt. Aber hey, dank Betonbunker hört man von diesem Kind nichts und da bin ich tatsächlich ganz froh drum. Allerdings, das ist auch schon so in dem Alter. Dem könnte ich wahrscheinlich auch einfach Penis vor die Ohren werfen quasi. Also, als Wort. Nicht irgendwie, ne, wortwörtlich genommen jetzt. Und das würde wahrscheinlich einfach vor Lachen am Boden zusammenbrechen. Es wäre genau auch deine Argumentation gewesen. Nice. Sehr schön. Ich sehe, wir sind uns einig. Das ist gar nicht so praktisch heißen Kaffee an einem heißen Tag zu trinken, aber ich brauche den gerade. Ich habe den tatsächlich jetzt schon den ganzen Nachmittag hinausgezögert und mich irgendwie wach gehalten, weil ich nach dem Frühstück dann einfach so komplett Fresskoma hatte, aber nicht schlafen wollte. Ich habe den ganzen Nachmittag nicht auf der Couch gelegen. Ich habe gesessen. Das ist Folter für mich. Da reichen die Worte Pups oder Brüste. Ich glaube, von beiden kriegen wir heute in dem Spiel mehr als genug. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich mich nicht komplett irre, hat sogar unser kleiner Engel an der Kette einen kleinen Ding Dong zwischen den Beinen. Also, von dem her. Warmer Kaffee an warmen Tagen geht voll klar. Oh, shit. Ja, richtig. Richtig. Shit, da war ja was. Man soll ja nichts Kaltes trinken, weil dann der Körper aufheizt, um das entsprechend auf Körpertemperatur zu bekommen. Und deswegen fängt man dann an zu schwitzen. Und warme Getränke sind ja... Hm. Ja, stimmt. Da war was. Da gab es ja was. Ding Dong. Ne Klingel. Ja, könnte man auch als Klingel bezeichnen. Es gibt übrigens, Fun Fact am Rande, von Hellpye einen Save-for-Work-Trailer. Und der ist quasi komplett gepixelt. Also, wirklich quasi komplett gepixelt. Und der ist so gut. Und hey, Ruki. Hallöchen. Hallöchen. Kaffee geht immer. Ja, das Problem ist, von dem Kaffee hier kriege ich, oder ganz allgemein von Kaffee eigentlich, wenn ich zu viel trinke, merke ich, dass es irgendwann echt im Bauch wahnsinnig zu Rumoren anfängt. Keine Ahnung, ob das an der Kaffeesorte liegt oder sonst was. Vielleicht ist er zu stark. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der wahnsinnig stark ist. Aber grundlegend zu viel Kaffee sorgt bei mir tatsächlich dafür, dass nicht so gut. Und das hier ist eine sehr, sehr große Tasse. Und von der schaffe ich im Abstand von mindestens acht Stunden zwei oder so. Aber wenn ich da nach vier Stunden nochmal eine trinke, dann kann ich meinen Magen eigentlich wegschmeißen. Das ist ganz furchtbar. Ich liebe Kaffee, aber ich kann nicht so viel Kaffee trinken, wie ich gern hätte. Oder wie ich bräuchte. Du konterst ein kaltes Bier mit dem Glühwein. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, schön. Weißt du, kannst nicht bei 11- bis 13-Jährigen nur an Wutkinder bei Call of Duty oder möchtiger Gangster, die zu viele GTA-Spielen erinnern. Da kommt dann dieser Effekt, die Jugend von heute. Dieses, also ich weiß genau, was du meinst. Mir fällt auch, dass, ähm, war das Call of Duty? Dieses Rage-Kind, das damals irgendwie gemobbt wurde und keine Ahnung was. Der ist übrigens heutzutage so dermaßen buffed, der Typ. Ist der Hammer, wie sich der gemausert hat. Ich hab das mal irgendwann noch gesehen. Äh, voll krass. Unreal Tournament, ja genau, der war das. Das Unreal Tournament-Kind. Holy shit. Wenn du heute noch über den lachst, dann macht der so und du fliegst 40 Meter. Ähm... Genau. Aber ansonsten, das ist die Jugend von heute. Das sagt jede Generation. Jede über die vorherige. Ähm, über die nachkommende. Absolut jede. Ne? Das, das ist so. Bis wir ein paar Minuten AFK den Workout-Schweiß loswerden. Ja, dann, äh, happy, happy Dusch oder happy Abtrocknen oder was auch immer. Bis gleich, ne? Der Rage war gespielt. Ja, ja, aber das macht's nicht besser. Aber es ist, es ist halt bekannt. Allerdings muss man auch tatsächlich für dieses, eines der ersten Memes, könnte man eigentlich fast schon sagen, muss man schon ein entsprechendes Alter haben, ne? Weil das kennt halt nicht jeder. Das war so ein 90er-Ding oder frühe 2000er-Ding. Das Internet war noch neu und spannend und, ja. Memes kannte damals noch niemand. Noch nicht so wirklich. Saß du ja zwischendurch nicht im Knast? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin nicht, aber ich bin nicht sicher. Ich hab nur grad so ein Bild im Kopf, wie der heute aussieht und, äh, der ist halt einfach zum Bodybuilder mutiert. Es ist so, quasi wie wenn Digimon einfach die mittleren drei Digitationen überspringt und einfach von Agumon zu, holy shit, ich bin Agumon und hau dir aufs Maulmon digitiert. Also, ja. Wartet mal ganz kurz. Ich hab da irgendwas am Fuß. So, jetzt. Happy Dusch wird's werden. Ja, dann werd nicht zu nass, ne? Und nicht zu weit rausschwimmen. Ganz wichtig. Der dicke Dude in Harry Potter ist jetzt ein Bodybuilder. Kann man neidisch werden auf seinen Trainingserfolg. Äh, der, der Dudley gespielt hat, ne? Ja, das hab ich auch schon mal irgendwo gesehen, ja. Auch krass. Und, ähm, wie heißt der Schauspieler von Harry Potter? Ich hab vergessen, wie er heißt, aber ihr wisst alle, wen ich meine. Der macht heutzutage sehr, sehr schräge Filme. Ähm, ganz akimbo, by the way. Falls ihr da mal drüber fallt, da macht er mit. Daniel Radcliffe, so heißt er. Super Film, super Film. Aber super schräg. Also, ja. Der schreibt seinen Namen inzwischen auf sehr, sehr experimentelle Sachen drauf. Und ich find's einfach nur super gut. Ähm, richtig, richtig cool. Mit den angeschraubten Pistolen. Ja, genau der. Genau der. Ich feier den Film so dermaßen. Ich feier den so dermaßen. Das Internet ist doch immer Neuland für uns Deutsche. Oder immer noch. Ja, leider. Ja, leider. Internet wird sich eh nicht gegen das Fax durchsetzen. Du, ich hab irgendwann die Hoffnung aufgegeben, dass Internet mal... Ich arbeite in einer Internetfirma, ne? Wir kommunizieren digital mit unseren Kunden. Und irgendwann haben wir tatsächlich ein Foto eines Monitors als Screenshot bekommen, der in ein Word-Dokument eingefügt wurde, welches ausgedruckt wurde, gefaxt wurde, an eine E-Mail-Adresse und dann an uns geschickt wurde. Kein weiterer Kommentar mehr, oder? Das ist... Ja. Das... Master Digitalisierung in Deutschland. Und es ist einfach nur... Es ist einfach nur furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Jungle als Film mit Daniel war super. Den kenn ich tatsächlich noch nicht. Somitest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht aber doch. Ich hab schon so viele Filme gesehen und einfach weit über die Hälfte davon vergessen. In Japan ist Fax sogar noch ganz aktuell. Ja gut, das kann ich mir leider auch vorstellen, ja. Wobei man das nicht unbedingt erwarten würde in Japan. Zumindest so vom normalen Image, das man von diesem Land bekommt. Und what? Ja, Kuro, das war meine Reaktion. Hallo Hund. Hi. In eurer Firma hat sich seit Einführung des SAP der Papierkram verdreifacht. Ja, es ist die Frage. Habt ihr vielleicht einfach nicht genug Geld, um die Software auf euch weiter anpassen zu lassen? Weil SAP-Gedöns ist ja hochkonfigurabel und was weiß ich. Also investiert ihr nicht genug in die Software? Ja? Oder wisst ihr einfach nicht, wie man damit umgeht? Also, ne? Weil an sich ist das Ding super mächtig. Sagt, dass du Deutscher bist, ohne zu sagen, dass du ein Deutscher bist. Was? Screenshots mit Handy machen, ausdrucken und dann per Fax verschicken? Ja, das, äh, ja. Das kommt schon hin, ja. Ach, es ist furchtbar. Es ist absolut furchtbar. Hallöchen, böse Alte. Und Dankeschön. Hi. Hallöchen. Hallöchen. Normalerweise habt ihr alle nötigen Transaktionen, ohne Papierkamm klar zu kommen. Aber das wollen die Alten nicht. Ja, das ist halt dann auch schwierig. Aber dann liegt es auch irgendwo an der Geschäftsführung, das mal irgendwo durchzusetzen. Das ist dann halt klassisches Thema von Friss oder Stirb. Ähm, ne? Das, ja. Ja. Twitch, irgendwas läuft hier schief. Warum zeigt hier Twitch Werbung für, für, für was für Clean Shaved Balls, die am Ende der Werbung in Ballonform durch die Luft fliegen? Weil das so ist, Chunky. Das ist, neben Ray Shadow Legends, NordVPN und noch einigen anderen, die in diese Richtung gehen, ähm, das Ding. Wahrscheinlich war es Manscaped. Ähm, das ist, die haben ein unendliches Werbebudget für alles. Und ich finde es, ich finde es an sich schön umschrieben, aber ob man das Produkt jetzt wirklich braucht, ist eine andere Frage. Aber hey, vielleicht wollen auch Gamer einfach mal untenrum gepflegt aussehen. Denn, das soll vorkommen, ne? Ähm, ähm, äh, 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 äh. Papierkram ist doch nur noch, äh, nur noch nervig. Digital wäre es so viel einfacher. Ja, ja, es ist so. Es ist so. Zur Not kann man es ja immer noch ausdrucken, wenn man es digital hat, ne? Beispielsweise, wenn, weiß ich nicht, ein Amt vor der Tür steht oder so und irgendwas ausgedruckt haben will, weil das halt leider so ist. Dann, ja, meine Güte, dann bemüht man halt mal einen Drucker. Ähm, im schlimmsten Fall muss man halt in eine Druckerei gehen und das Ganze als PDF dabei haben auf einem USB-Stick. Und das kostet dann vielleicht einen Euro. Ähm, aber ansonsten ist das ja eigentlich überhaupt gar kein Thema. Aber digital ist halt einfach, ja, du hast das Zeug halt immer parat. Das ist so viel besser. So viel besser. Ähm, äh, Eol hat gesagt, dass du Erdbeerkuchen gemacht hast. Ja, das, das hat er behauptet. Ja, richtig. Ich habe aber noch keinen Kuchen gesehen. Ähm. Obwohl du glaubst, dass ich Bienenstich lieber mag. Oh, Bienenstich ist schon sehr geil. Sehr geil. Aber so ein schöner Erdbeerkuchen ist schon auch lecker. Also, prinzipiell mag ich fast alles an Kuchen. Also, ja, Schwarzwälder Kirsch ist aber immer noch mein absoluter Favorit. Ähm, aber ja. Ich mag tatsächlich auch Karottenkuchen. Ähm, ist auch sehr lecker. Kann man durchaus mal essen. So ist das nicht. So. Aber wie kommst du jetzt auf Bienenstich tatsächlich? Ähm, habe ich das mal irgendwann gesagt? Und einfach vergessen? Weil ich einfach so viel rede, dass ich nach fünf Sekunden sowieso vergessen, was ich gesagt habe. Ähm. Das, äh, das war jetzt seltsam spezifisch. Ähm. Irgendwie. So. Oder gut geraten. Ja, ja. Also, ich schließe nicht aus, dass, äh, dass ich das mal irgendwann gesagt habe. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Aber, ne, ihr kennt mich. Das heißt ja alles nix. Hattest du so abgespeichert? Hattest du so abgespeichert? Ja, war tatsächlich ganz gut abgespeichert. Also, Bienenstich ist schon ziemlich geil. Hahahaha. Das ist schon, ja, ne, echt, echt nice. Muss ich tatsächlich so sagen. Vielleicht habe ich es gedacht und Böse Alte kann Gedanken lesen. Nee, ich habe nicht an Bienenstich gedacht. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Ich habe tatsächlich gerade nur in dem ganzen Zug an Etterkuchen gedacht. Weil von dem halt die Rede war, logischerweise. Das ist wie wenn ich euch jetzt sage, denkt an keinen blauen Elefanten. An was denkt ihr? An den blauen Elefanten. Und kommt mir jetzt nicht mit, ihr denkt an den pinken Elefanten, weil dann habt ihr den blauen Elefanten umgefärbt. So. Hahahaha. Chicken Wings. Ja. Exakt. Ahem. Hahahaha. Oh. Gedanken sind so einfach zu manipulieren. Inception funktioniert einfach. Hahahaha. Da kann man sagen, was man will. Äh. So. Da ist noch ein Fenster offen, das nicht offen sein sollte. Okay. Passt. Sehr schön. Hahahaha. Hahahaha. Gedanken lesen. Scanned Eol. Ja, aber das ist einfach. Da kommt definitiv Chicken Wings raus. Hahahaha. Und möglicherweise Frust über die Rente. Ähm. Aber den haben wir auch alle. Glaub ich. Zu spät. Oh nein. Hahahaha. Sie hat's getan. Hahahaha. 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 Schön. Sind das nicht diese kirchlichen Schnapsbrennereien? Kommt darauf an. Kommt darauf an. Das sind, glaube ich, eher die Männerkloster. Obwohl, nee, das sind eher Bierbrauereien. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber wenn ich an Kloster denke, denke ich tatsächlich mehr an Bier als an Schnaps. Muss ich jetzt auch dazu sagen. Und bei Nonnen denke ich an wilde Partys. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Wenn die Nonne auf dem Tisch tanzt, dann ist irgendwas passiert. Schön. Männer brauchen Bier, Frauen und Schnaps. Ja, siehste, das war mir neu. Das wusste ich so noch nicht. Das wusste ich tatsächlich so noch nicht. Aber interessant. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Du musst erstmal in die Küche. Ja, dann mach dir was Leckeres zu essen, böse Alte. Lass es dir schmecken. Bringen uns was mit. Ganz wichtig. Juhu, Erdbeerkuchen. Ja, nicht unbedingt. Dafür müsste sie ja nochmal los. Zum Bauern, glaube ich. Hat sie doch vorhin geschrieben. Also eher weniger mit Erdbeerkuchen. Vielleicht machst du einen Chicken Wing Kuchen. Geht bestimmt auch. Ja, jetzt wo du es sagst. Du hattest mal irgendwann was erwähnt, dass du mal eine Weile weg bist, ne? Irgendwie sowas. Du hoffst mir, geht es noch gut? Ja, 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 ja. Die schlimmsten Zeiten sind tatsächlich, glaube ich, inzwischen vorbei. Also, ich, äh, die letzten Monate sind tatsächlich sehr positiv. Es ist sehr positiv. War mal schlimmer. War deutlich schlimmer. Ja, aber nice. Schön, dass du reinschaust. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann hast du ja den Relaunch, glaube ich, gar nicht mitbekommen, oder? Warst du so lange weg? Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Schargo auch hier. Ja, Schargo sitzt tatsächlich seit Stunden in diesem Chat. Der hatte mir schon, ähm, vor, lasst mich nachgucken. Oh, der hatte mir schon um 15.25 Uhr die Nachricht gezeigt, mit der er seinen Chat hier gestartet hat. Schargo ist heute Ehrengast. Schargo ist immer Ehrengast. Natürlich, natürlich. Du glaubst, circa 15 Monate. Ja, dann hast du den Relaunch tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, nice. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wo warst du dann tatsächlich, wenn du, äh, offensichtlich im Ausland warst? Das war ja dann doch eine ganze Weile, wie es ausschaut. Aber irgendwas sagt es mir. Mein Gedächtnis ist nicht so wahnsinnig gut, aber ja, das... Irgendwas klingelt bei mir. Aber ich kann nicht mehr sagen, was. Bestimmt in Bayern. Boah, kaum ist Anni wieder aus der Dusche raus. Obwohl, das könnte auch von Mario kommen. Unsicher. Aber ja, Bayern ist Ausland. Das muss ich als Bayer so sagen. Das ist einfach so. Das ganze Land ist anders als der Rest von Deutschland. Also von dem her. Ich kann das als Bayer nicht abstreiten. Tatsächlich die Dame der Schöpfung. Ja, okay. Ja, gut. Sei froh, dass ich keinerlei Nationalstolz oder sowas habe. Weil sonst könnte es ein bisschen kritisch werden. Aber das... Ja. Nee, das... Ich mache ja selber Spaß über Bayern. Also es ist halt einfach so anders. Dass es Anni ist, hast du schon an der Begrüßung gemerkt? Ja, die Begrüßung ja. Aber Anni hatte sich ja erst mal verabschiedet. Und wer weiß. Vielleicht hat er ja Mario die Tastatur übernommen. Das soll ja auch vorkommen. Also von dem her. Und so ein schöner, snarky Kommentar. Den kann ich mir halt schon auch von der anderen Seite vom Schreibtisch vorstellen. Britannien, Australien, Peru, Kanada und auf Hokkaido. Maschinen für verschiedene Firmen aufgebaut. Du bist froh, dass dein Deutsch noch so gut geht. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Holy shit. Ja, nice. Das ist ja fast schon eine Weltreise. Holy damn. Aber cool. Ja, sehr cool. Ich hoffe, du hattest irgendwie auch Zeit, dass du dir dann die Länder oder so anschaust, wo du dann unterwegs warst und nicht nur arbeiten musstest. Weil ansonsten wäre es doof. Dann kann man zwar sagen, juhu, ich war da und da, aber ich habe nichts gesehen. Außer irgendwelchen Hallen, Büros oder sonst was. Stimmt wohl. Manchmal sneaked Mario sich einfach in den Chat. Ja, sage ich doch. Sage ich doch. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Leider ist dein Lokalpatriotismus sehr hoch. Ja, du bist Kölner. Das ist normal. Das ist, glaube ich, ganz normal bei euch. Bayern und anders trifft voll zu. Aber da kann sich das Saarland gleich anschließen. Ja gut, das ist halt auch Rudelbumsen. Also, Entschuldigung, ich war noch nie im Saarland. Das ist das einzige deutsche Bundesland, das mir fehlt. Und das ist bestimmt schön. Aber manchmal muss ich halt einfach ins Narrativ einsteigen. Es tut mir voll leid für jeden Saarländer, der gerade hier ist. Der Grinch kann nicht lieb. Ja, das stimmt. Das stimmt. Obwohl, ich habe den Grinch im Real Life schon gesehen. Und auch wenn ich jetzt da tatsächlich irgendwas leake, was man nicht leaken sollte. Er kann zumindest sehr höflich. Also sehr höflich. Nennen wir es mal so. Im Grunde sehr viel gesehen. Drei bis vier Tage arbeiten, sonst nur frei. Oh, sehr cool. Ja, dann hat sich der Erfolg gelohnt. Ja, richtig nice. Ja, sehr geil. Sehr cool. Bis auf Australien würde mich auch alles interessieren. Australien ist tatsächlich ein Land. Das finde ich irgendwie schön. Aber ich will da nicht hin. Ich hätte in Australien einfach echt Angst, dass irgendwann so eine Spende vor mir steht. und sagt, du oder ich. Und du wirst, du wirst es. Ne? Das, nein. Was in Rheinland-Pfalz steht, der wahre Dom und nicht in NRW. Ich werfe mal ein, dass Bremen auch einen Dom hat. Der ist von außen auch sehr schön, aber ich habe es in achteinhalb Jahren noch nicht einmal nach innen geschafft. Das kann ich noch nicht beurteilen. Er ist aber nicht so groß wie der in Köln. Das weiß ich. Zu mir war, äh, was zu mir war, war, war Mario nett. Ruki hat bei euch den Couchtisch mit Sojasoße bekleckert. Da war es dann vorbei. Uh, ja, okay. Okay, okay. Also merken, immer an dem neutralen Ort treffen. Niemals zu euch nach Hause kommen, weil die Chance auf irgendwelche Flecken besteht. Und dann ist vorbei. Alles, alles klar. Verstanden. Ja, okay. Oh, okay. Erford hat, glaube ich, auch einen Dom. Ja, Dome, Döme, Doms. Was ist denn da der Plural davon? Dom im Plural gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ich darf gerne hier kleckern. Ja. Ah, jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Hat nicht jede größere Stadt einen Dom? Ja, ich glaube, irgendwie schon, ja. So ziemlich. Oh, schön. Und in Rheinland-Pfalz steht der älteste Dom. Ich weiß nicht mal welcher. Jetzt, jetzt muss ich googeln. So, RLP-DOM. Gucken wir mal. Jetzt habe ich RPL geschrieben. Naja, fast. Digitales Oberflächenmodell. Bildbasiert. D-O-M-B. Aha. Das ist irgendwas Offizielles. Doms aus Laserdaten bieten wir zurzeit nicht an. Ja, das ist doch schade. Ist das der Speyerradrom? Nein. Oder? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Trier. Okay. Äh. Gut. Schön. Ja, ich bin... voll gebildet. Was das angeht. Okay. Der ist aber cool. Also, ich schaue gerade Fotos an. Ja, doch. Das, äh... Glaube ich, kann man sich mal angucken. Da ist leider keine Lightbox drin. Sonst würde ich euch die Fotos auch zeigen. Aber so sind die ein bisschen klein. Ei, 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 ei. So. Oh, der Dom-Blatt, der hat mehr Skater. Den man dauernd ausweichen muss. Nein. Ich war ja schon zwei, drei Mal in Köln. Das ist mir noch nie passiert, dass ich da irgendjemandem ausweichen musste. Die Dreverer und Römer haben Köln aufgebaut. Okay. Ist der Nordratham nicht auch ein Dom? Ja, müsste, ne? Eigentlich schon, ja. Weiß ich, was ihr noch habt, was die Kölner nicht haben? Nö, ich war noch nie in Trier. Ich wusste bis eben nicht mal, dass Trier in Rheinland-Pfalz liegt. Also von dem her. Geografische Wildsau hier. Also, ja. Bisschen schwierig. Der Dom ist dir egal. Du kriegst nur einen Rappel, wenn jemand dein Bier wäscht. Du bist immer nett und freundlich und trinkst alles. Aber alle hassen dein Bier, ohne es zu kennen. Und das ist, glaube ich, dein einziger Triggerpunkt diesbezüglich. Ich hatte irgendwann mal gesagt, dass man das durchaus trinken kann. So wie Becks halt auch. Also, ich bin nicht der größte Fan von Kölsch. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Aber das gilt halt für Becks oder die anderen Bremer Biere genauso. Also, das ist, ja. Ne, es ist auf jeden Fall trinkbar. Das Einzige, was mich irgendwie stört, sind die kleinen Gläser. Aber das ist tatsächlich, weil ich Bayer bin und halt mit Halblitter oder Liter Dingern aufgewachsen bin. Kölsch ist auch gut. Ja, aber es ist für mich halt ein ungewohnter Geschmack. Ich muss da immer erst ein bisschen reinkommen. Das ist tatsächlich eine Sache, die existiert. Dann bestell ein Großes in der Kneipe, dann kriege ich ein Größeres. Ja, aber das ist dann 0,4, oder? Das ist halt immer noch nicht das Maß eines Bayern. Alles Ex-Bayern, aber... Könnte ich vielleicht machen, ja. Was, den Domstein? Der wurde vom Teufel geworfen, weil die Träger den Teufel verarscht haben. Okay. Ja gut, das kommt mal vor. Also, habe ich schon öfter so irgendwie gelesen. Auch woanders tatsächlich. Sind so nicht auch Maultaschen entstanden, weil die Schwaben sich dachten, oh cool, Fastenzeit. Wir dürfen kein Fleisch essen. Wir verstecken es einfach in Nudelteig. Ja. Hm. Gut. Also, nicht unbedingt. Hat nicht unbedingt was mit dem Teufel zu tun, aber... Gott verarschen ist halt jetzt auch nicht unbedingt... So gesehen, die schlaueste Lösung. Aber es sind Maultaschen entstanden und die sind sehr geil. Sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch von mir mit dem Bier. Ja, es gibt tatsächlich nur ein Bier, das ich gar nicht trinken kann und das ist Jever. Weil das ist so bitter. Und... Ne. Das kriege ich nicht runter. Das kriege ich absolut nicht runter. Ansonsten... Ja, und... Glaube ich, was war denn das? Irgendein Ale oder so hatte ich mal. Das war auch... Gar nicht meins. Ahem. Aber... Ansonsten bin ich da schon für alles zu haben. Löwenbauer und Bitburger sind hier verbreiteter. Ja, die sind aber überall verbreitet, oder? Also, so ziemlich. Ja, so sind Maultaschen angeblich erfunden worden. Keine Ahnung, wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckt, aber... Ja, die Schwaben, ne? Nudeln mit Bolognese ist auch geil. Ist auch lecker. Ihr könnt ja versuchen, die Nudeln um die Bolognese zu wickeln. Dann habt ihr quasi Maultaschen. Also... Weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber... Probieren könnt ihr es. Rede nicht ständig von Essen und Bier. Dein Magen wird sonst wach und... Wir reden doch eigentlich nur von Bier, oder? Du hast vorhin mit dem Kuchen angefangen. Was nix geht über Feeds? Was ist denn Feeds? Und Bitburg ist Nachbarstadt? Ja, okay. Ja, gut. Ja, dann ist es auf jeden Fall verbreitet. Aber Bitburger kriegt man ja überall. Ich erinnere mich damals an die Fernsehwerbung mit Bitte ein Bit und sowas in der Richtung. Bei dir gab es Königsberger. Das habe ich noch nie getrunken. Glaube ich zumindest. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Was denn? Es gibt einen Spruch in Japan, ungefähr übersetzt. Bedeutet ja, wenn der Deutsche sich einig ist, ist er das einzige Volk, welches den Teufel aus der Hölle jagen kann. Ja, glaube ich, würde ich so unterschreiben, ja. Doch, durchaus. Apfel, Apfel, Wein oder Cider, suchst du dir aus. Glaube ich beides nicht so sonderlich. Weil ich, äh, ich glaube, ich meine, ich habe beides schon mal probiert und es ist nicht meins. Es ist nicht meins. Da trinke ich sogar lieber Lambrusco, obwohl das quasi ein Wein ist und ich Wein auf den Tod nicht ausstehen kann. Zumindest roten. Weißwein geht halbwegs, wenn es denn unbedingt sein muss. Was will denn jetzt meine Uhr von mir? Ach so. Gut. Das Zeug heißt Fies und stammt aus deiner Stadt. Ah, okay, okay. Okay. Königsberger Klopse. Habe ich auch schon mal irgendwann gegessen. Irgendwann. Was von E.O. spendiert eine Runde? Alles wie Bier aus PET. Boah. Oh, nee. Bier aus Plastikflaschen ist... Boah. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist... Nein, das geht einfach gar nicht. Das... Nein. Also, nein. Wenn du mir ein Bier aus der Plastikflasche anbietest, dann lehne ich... Höflich, aber entschieden ab. Oh. Bier kommt in der Störtebäcke ins Glas. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie getrunken. Aber es gibt auch so viele Biersorten, ne? Es gibt einfach so viele Biersorten in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Ich war irgendwann mal sehr überrascht. Ähm, also da, wo ich herkomme, ne, Chiemsee, ist ja Rosenheim, die Stadt. Und da gibt's das Auerbräu. Und deren Weißbier war immer mein Lieblingsweißbier, weil das schön süffig und relativ süß ist. Und dann habe ich tatsächlich, war hier in Bremen mal einkaufen, in einem Marktkauf. Also, so, 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 so ein Riesenladen quasi. Ähm. Und da war so eine Bierspezialitäten-Ecke. Das war ein Regal. Das war, glaube ich, so zwei Meter breit oder so. Und zwei Meter hoch. Ähm. Und die hatten da tatsächlich Auerbräu. Und da habe ich mir dann erst mal so ein Sixpack mitgenommen. Und geil. Einfach mal am anderen Ende von Deutschland eine regionale Biermarke aus deiner Heimat zu finden. Das ist cool. Das ist sehr cool. Seitdem war ich da aber nie wieder und habe nicht nachgeschaut, ob die das möglicherweise immer noch haben. Also, von dem her. Die Uhr will, dass ich aufstehe. Ne, das war eine WhatsApp-Nachricht. Tatsächlich. Die Uhr will nicht, dass ich aufstehe, weil ich meine Ziele heute alle schon erreicht habe. Von dem her. Ich war ja heute schon fleißig mit der Runde. Bier aus PET geht echt nicht. Ne. Absolut nicht. Absolut nicht. Und natürlich ein Blackie. Hi. Dankeschön für 40 Monate. Ich, Alter, sag. Ja, du musst gerade sprechen. Auch du wurdest heute älter, ne? Auch du wurdest älter. Leute, gratuliert mal alle dem Blackie. Der hat nämlich heute auch Geburtstag. Nur, dass der noch ein paar Level mehr hat als ich. Ich habe jetzt leider kein, äh, kein, kein, äh, Dingens. Habe ich irgendwie? Ne. Ich habe leider keinen Party-Effekt. Muss ich mal irgendwann wieder einbauen. Ein Arbeitskollege hat das früher gemacht. Die, die er gut leiden konnte, hat er über einen Kompacher gegeben. Die anderen bekamen das von Aldi. Okay. Okay. Das kann ich irgendwie verstehen. In Niedersachsen gibt es fast jedes Bier. Oder besser gesagt, die meisten Sorten auch aus Bayern und so. Oh, glaub mir. Es gibt so viele lokale Biersorten, die du hier oben nie finden wirst. Oder nur sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Du hattest mir gerade auf Discord geantwortet. Ja, aber ich bin doch gerade nicht im Discord. Also bin ich schon, aber doch nicht Dings. Aber, aber ja, Dankeschön. Ja, ich habe tatsächlich heute Geburtstag, Daniel. Das ist, äh, ja. Musste wieder singen. Charo, wenn du willst. Wenn du willst, sing dir die Seele aus dem Leib. Du, ich rufe dich an den Discord und dann gucken wir mal, ob das hier durchkommt. Ich habe nämlich tatsächlich keine Ahnung, ob das durchkommt. Ob ich das jemals so eingerichtet habe, dass das funktioniert. Kraftbräu werde ich nicht finden. Lokales Bier. Ja, ja, ja. Wie gesagt, wenn dann sehr, sehr, sehr ausgewählt. Oder halt durch puren Zufall. Und danke, Daniel. Dankeschön. Und Ruki. Dankeschön. Aber der ist ein scheiß Tag. Uwe Seeler ist gestorben. Was? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das vorhin als Trend auf Twitter gesehen, aber mir sagt der Name nichts. Wenn ich ehrlich bin. Fußballspieler, deswegen sagt mir der Name nichts. Ich habe ja mit Fußball gar nichts am Hut. Deswegen bin ich da leider ziemlich raus. Du bist ja sicher, dass das keiner will. Oh. Und ich kriege auch einen Erdbeerkuchen mit Sahne. Oh nice. Oh nice. Sehr schön. Sehr schön. Du kennst Nahkauf? Nee, nicht Nahkauf. Marktkauf. Glaube ich heißt das. Das sind Riesendinger. Also so Realgröße plus nochmal das Doppelte. So in der Riesenordnung. Also so in der Ordnung. Sind die zumindest hier in Bremen. Ich weiß nicht, wie die sonst sind. Eol will Chango singen hören. Ja. Ja. Ich habe leider nicht auf Aufnehmen gedrückt in dem Moment. Weil ich selbst überrascht war. Die letzten paar Tage fühlen sich an wie nach Hause kommen. So viele alte Namen und Gesichter sehen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das, ja doch. Das glaube ich. Ist ein Hamburger Urgestein. Auch in der Nationalmannschaft. Ja, okay, okay. Aber da bin ich halt echt absolut raus. Weil ich kenne Kahn. Und das auch nur wegen dem Spruch. Wir brauchen Eier. Ansonsten kenne ich, glaube ich, aus dem Stehgreif niemanden. Nope. Nope. Ihr habt auch Marktkauf hier. Das habe ich schon vorgelesen. Na egal. Ja. 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 Ja, kann sein. In Bayern, glaube ich, gibt es keinen Marktkauf. Nicht, dass ich wüsste. Zumindest ist mir da nie einer aufgefallen. Den habe ich erst hier oben kennengelernt. Und bin eigentlich relativ begeistert. Ich komme nur viel zu selten hin. Du bist froh, wenn der Globus endlich in deiner City steht. Was denn für ein Globus? Also abgesehen davon, dass ein Globus natürlich per se erstmal cool ist. Aber ich vermute mal, du meinst es nicht so eine runde Kugel, die man irgendwo hinstellt, um zu gucken, wo man sich auf diesem Planeten befindet. Ja, weil er befindet, oder? Ja. Hi, Böhme. Dankeschön. Dankeschön. Na, alles gut bei euch. Hoffentlich nicht geschmolzen, die letzten beiden Tage. Oder die letzten Tage. Irgendwie so. Hier gab es sehr lange Zeit, den Marktkauf in Nürnberg. Oh, okay. Doch was, doch Dingens. Oh, verstehe. Ja, nee, habe ich tatsächlich erst hier oben kennengelernt. Zum ersten Mal. Aber interessant. Interessant. Globus ist doch auch sowas wie Obi? Kein Plan. Kein Plan, tatsächlich. Du bist erstmal im Lurk. Du musst noch Sachen machen. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Dann viel Spaß beim Sachen machen. Alles gut, endlich Kühle. Ja, hier auch. Leider noch nicht so ganz in der Wohnung. Aber das wird schon heute Nacht dann. Und im Laufe von morgen und so. Der Supermarkt von Globus. Den Baumarkt von Globus habt ihr schon lange hier. Okay. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Kenn ich nicht. Moment. Vielleicht habe ich das Logo schon mal gesehen. So. Globus Supermarkt. Globus.de. Ja, das ist einfach. Nope. Nope. Noch nie gesehen. Interessant. Gibt es sowas hier in der Gegend? Warte mal. Ist das jetzt hier eine Suche oder nicht? Nach Ort. Nein. Ja. Nein. Gut gibt es bei Bremen nicht. Ja. Nee, tatsächlich noch nie gesehen. In Osnabrück gibt es einen. Offensichtlich. Und in Braunschweig. Wo auch immer Lahnstein ist. Also eher noch ein bisschen südlich von hier. Ja, interessant. Interessant. Habe ich zwar morgen wieder vergessen, aber jetzt in diesem Moment habe ich was Neues gelernt. Ei, 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 ei. Heute ist mein Geburtstag. Da darf böse Alte auch mal was Alkohol trinken. Du verträgst doch nichts. Ich auch nicht böse Alte. Also von dem her. Globus sind Riesenmärkte. Ja, okay. Okay. Also wahrscheinlich so in Richtung von der Größe her wie eine Metro. Also würde ich jetzt als richtig groß bezeichnen. Ich müsste mal in die Metro gehen. Als kleinen Unternehmer darf ich das ja. Ich darf ja da einkaufen. Oh. Ich glaube, ich fahre irgendwann mal in die Metro und kaufe da alles ein. Was ich so finde. Oh, geil. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ähm, nice. Ähm. Ähm. Nimmt dein Bier und schläft ein. Ja, das ist auch gut. Ja, nein. So. Jetzt wurde ich nochmal angerufen. Von meiner Oma. Wahrscheinlich, weil ihr Drucker nicht geht. Äh, nein. Das ist jetzt gerade ungut. Kaktusmarkt findest du auch geil. Kenn ich auch nicht. Kenn ich auch nicht. Landstein ist in der W. Ja, das habe ich gerade auf der Karte gesehen, ja. Da wohnt Bob. Aha. Ja, guck mal an. Ja, guck mal an. Auf nach Hodenhagen. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Da gibt es, glaube ich, einen Tierpark. Oder einen Safari-Park. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich bin nicht 100% sicher. Nehme ich auch Bestellungen auf? Was für die Metro? Nein, glaube ich nicht. Nein. Nee. Hatte ich jetzt nicht unbedingt vor. Ähm. Nope. Metro ist nicht so günstig, wie ich meine. Ja, das weiß ich. Das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Aber ich war noch nie in der Metro. Ähm. Weil ich ja lange Zeit nicht irgendwie gewerbetreibend war oder so. Aber jetzt als Streamer und so. Ich müsste da halt einfach mal rein. Und dann könnte man mal gucken. Dann könnte man halt mal gucken. Es geht eher mal so um das mal da reingehen und mal umschauen. Ähm. Paris hat auch eine Metro, die ist billiger. Boah. Boah. Okay. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast noch die Kundenkarte von SB Union. Das ist was ähnliches wie Metro, ne? Das glaube ich habe ich schon mal gehört. Meine ich. Ich bin aber nicht 100% sicher. Aber ich glaube, das war was ähnliches. Du darfst den Metro, weil das mal dein Ex-Arbeitgeber war. Ja, okay. Das sind natürlich Insider-Vorteile. So gesehen. Das ist nicht... Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist auch nicht schlecht. Und dann kriegt man so eine komische Karte und mit der darf man rein, ne? War das nicht irgendwie so, sowas in der Richtung? Glaube ich. Ich bin nicht 100% sicher. SB Union ist bei dir in der Nähe mehr ein Ding. Die Karte läuft auch nicht ab. Ja, okay. Und danach fragen die nie wieder. Ja, okay. Das kann sein, ja. Das kann durchaus sein. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Haar, glaube ich, hängen in meinem Sichtfeld. So ein Hundehaar, das wieder irgendwo hier hochgeflogen ist. Ne, es ist weg. Passt. Dann kann ich ja gar nicht einfach mal so vorbeifahren. Obwohl, das geht bestimmt auch in irgendeiner Art von Rezeption oder so. Muss ich mal gucken. Erstmal ein Auto organisieren. Sagen wir es mal so. Ai, 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 ai. Schön. Hundehaarangriff. Ja, das ist halt wirklich so. Und das, obwohl hier täglich der Saugroboter durch die Gegend fährt und die eigentlich vom Boden einsammelt. Aber es fliegen halt trotzdem so viele Haare durch die Gegend. Das ist furchtbar. Oder die Augenbrauen sind zu lang. Ne, die schneide ich tatsächlich ab und zu. Ah, jetzt habe ich es erwischt. Jetzt ist es weg. Also das klingt jetzt komisch, aber ich habe tatsächlich hier, weiß ich nicht warum, die werden einfach ewig lang und stehen dann so oben so raus. Wie so ein Häkchen. Und deswegen, wenn ich mich rasiere, was jetzt momentan nicht unbedingt der Fall ist. Ich habe Urlaub, da rasiere ich mich nicht. Ähm, dann fahre ich da schon mal so mit 6mm drüber, damit die Dinger halt eingefangen werden. Bevor sie wieder irgendwie komisch durch die Gegend stehen und ich wieder von Leuten Kommentare bekomme. Deine Augenbraue irritiert mich total. Wäre nicht das erste Mal. Hahahaha. Das kommt in dem Alter schon mal vor. Ja, ich weiß. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ihr habt die VLGC, GRO und Metro als Großmärkte. Die sagen mir alle nichts. Ich kenne tatsächlich nur die Metro. Das machen die vor Ort und dauert ein paar Minuten. Man muss nur damit leben, dass das Bild nicht der Hammer wird. Du, wenn ich auf meinen Ausweis schaue oder auf meinen Führerschein, ähm, die Bilder verfolgen mich halt einfach ein Leben lang, ne? Also von dem her, die sind halt auch immer kacke. Also, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Hat irgendjemand von euch ein Bild auf dem Perso, Reisepass oder Führerschein oder auch Krankenkassenkarte, das in irgendeiner Art und Weise so aussieht, dass ihr damit zufrieden wärt? Ich behaupte jetzt einfach mal nein. Ja? Hm. Toll. Toll. Das ist jetzt irgendwie nicht hilfreich in meiner These. Du hattest einen Onkel, der hat ja Augenbrauen wie ein Uhu. Das ist aber dann schon fast wieder cool. Das, das finde ich irgendwie cool. Wozu rasieren? Ein Mann muss aussehen wie ein Bär. Ja, nee. Mein Bartwuchs ist halt furchtbar, weil, guck dir das an. Hier irgendwo wird es dichter und dann sind da oben wieder Löcher drin. Und nein, mein Bartwuchs ist einfach scheiße. Und deswegen muss ich mich rasieren, damit es nicht total kacke aussieht. Aber im Urlaub mache ich das halt nicht, weil Urlaub heißt faul. Solange man dich nicht erkennt, bist du zufrieden. Ja, okay. Gut. Das ist bei einem biometrischen Bild, glaube ich, eher schwierig. Hm. The perks of being handsome, Daniel. Ja, ja, irgendwie schon. Du lächelst auf deinem Führerschein und per so. Aber das darf man doch gar nicht. Biometrische Bilder müssen immer so neutral wie irgendwie nur möglich sein. Warum auch immer. Warum er nicht lächeln darf. Weil so eine Lachfalte oder so, die sich dann hier so bildet. Yes. Wäre eigentlich schon auch ein Identifikationsmerkmal. Und das würde Polizeikontrollen so viel freundlicher machen. Ne? Wenn der Polizeimensch deinen Ausweis oder so in die Hand nimmt, um zu gucken, ob du du bist. Und du musst ihn halt erst mal anlächeln. Das hebt doch gleich die Stimmung in so einer Kontrolle. Also, das ist doch eigentlich voll positiv. So gesehen. Du hast keinen neutralen Gesichtsausdruck. Ja, okay. Okay. Und alle Kinder hatten Angst vor ihm, außer dir. Sobald du ihn sahst, bist du auf ihn gekrabbelt und wolltest die Augenbrauen anfassen. Er rief dann immer seine Frau mit den Worten. Brunnhilde, das Kind ist wieder da. Schön. Du magst dein Führerschein-Bild, da bist du 17. Hast du nicht, böse Alte, hast du nicht eigentlich gerade das Problem mit dem Führerschein, dass du den eigentlich umtauschen musst? Weil ich habe das nicht genauer verfolgt, weil ich habe ja einen relativ aktuellen Führerschein, also im Checkkartenformat. Aber werden die alten Führerscheine nicht momentan komplett aussortiert und müssen irgendwie übertragen werden? Und wenn man es nicht macht, hat man ein Problem oder so? War da nicht irgendwas? Ich habe nur ein paar Headlines dazu gelesen. Aber ich glaube, die alten Führerscheine, also alles, was irgendwie aus Papier war oder so, soll, glaube ich, komplett weg. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe das nur so am Rande irgendwie mitbekommen. Alle werden umgetauscht, gestaffelt nach Alter des Führerscheins. Und da müssen sie regelmäßig erneuert werden. Ich glaube, ich muss bei meinem auch mal gucken, ob der nicht irgendwann mal ausläuft oder sonst was. Ob ich den nicht auch irgendwann mal erneuern muss. Ich bin da gar nicht sicher. Noch nicht. Du hast es gecheckt. Da ist kein Verfallsdatum auf deinem Führerschein. Revoluzzer zuvor sich hin. Ja gut. Okay. Okay. Verstehe. Verstehe. Das Baby mit den Engelsflügeln erinnert dich an das Baby von die Dinos. Ja, ähnlich speckig. Aber das ist tatsächlich kein Baby. Das ist ein Engel in Ketten. Und er heißt Nugget. So viel weiß ich. So viel habe ich mir gemerkt. Ich freue mich voll auf das Spiel. Ach so. Apropos Spiel. Ich habe neulich geguckt. Excel hat heute ein Update bekommen. Also den zweiten Patch. Abgesehen vom Day One Patch. Aber der Bug ist leider noch da. Der uns momentan blockiert. Das heißt, wenn die nicht innerhalb der nächsten Woche oder so nachliefern, wird sich wahrscheinlich Excel noch ein bisschen verzögern, bis wir das durchspielen können. Mal gucken. Also die arbeiten dran. Und so weiter und so fort. Die kennen den Bug auch. Ich habe den auch nochmal selber gemeldet. Aber ja, da müssen wir leider noch offensichtlich ein bisschen warten. Leider, leider, leider. Ich habe es vorhin kurz gestartet und geguckt, ob wir jetzt die Kiste durch die Tür bekommen. Aber leider nein. Leider nein. Du glaubst, du wirst auch bei der neuen Grundsteuerberechnung nicht mitmachen. Revoluzert weiter. Ja gut, da bin ich als Mieter glücklicherweise fein raus. Glaube ich zumindest. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber da ich halt keinen Grund besitze, glaube ich, muss ich halt da auch nichts versteuern. Aber ich bin tatsächlich nicht sicher. Ich schaue ab und zu mal so diese Newsartikel durch. Die online, glaube ich, kommen die ganz gerne raus. Außer von wegen, was sich in diesem Monat für sie ändert. Und da war bisher noch nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt akuten Handlungsbedarf. Ich habe sogar schon mal eine Steuererklärung gemacht. Und das, obwohl die nochmal verlängert wurde bis Oktober, glaube ich. Irgendwie sowas um den Dreh. Weil ich fest der Überzeugung war, dass ich die im Juli abgegeben haben muss. Und dann, kurz bevor ich abgehauen bin nach Bayern neulich, habe ich die noch schnell mal an einem Wochenende durchgeprügelt. Weil ich so faul war. Haben sie mein Savegame nicht repariert? Nein, leider nein. Leider nein. Das wäre schön. Mir wird nur die Miete erhöht. Wird sie nicht böse, Alte, weil das vom Mietvertrag her ausgeschlossen ist. Da steht tatsächlich nichts drin. Miete kann bei mir nur erhöht werden, wenn ich selbst sage, okay, da mache ich mit. Also sie können es gerne probieren, aber es entspricht halt leider nicht dem, was in dem tollen Vertrag drin steht. Und da bin ich meinem alten Vermieter sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Weil ansonsten wäre die Wohnung hier wahrscheinlich auch mittlerweile mindestens 50% teurer. Die Nebenkosten erhöhen sich. Ja, das kann sein, aber die müssen sich schon ordentlich erhöhen, weil da habe ich immer gut rausbekommen bisher. Von dem her. Also, da glaube ich, bin ich erstmal fein raus. Dann wird halt das, was am Ende des Jahres übrig bleibt oder so ein bisschen kleiner. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich warte eh noch auf die Nebenkostenabrechnung von letztem Jahr. Gucken wir mal, wann die kommt. Du hast eventuell einen Rechner wieder ab nächster Woche, mit dem zumindest chatten gehen sollte. Also Discord und unser tierisches Programm. Ja, nice, Daniel. Rechner ist immer gut. Der Rechner ist immer richtig gut. Sehr schön. Und Hallöchen, Tobi. Hi. Hallöchen, Hallöchen. Hi, hi. Dankeschön für den Raid. Hi. Na? Tobi, Happy B-Day, Raid. Ja, Dankeschön. 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 Hey, Renoir. Auch dir Dankeschön. Was habt ihr Tolles gemacht? Was gab es denn bei euch? Muss ich mich vorstellen. Kennt mich irgendjemand nicht? Ich weiß ja nicht, wie Tobi mich angekündigt hat. Er hat sich beschwert über Celeste. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist ein tolles Game. Bis man es... Ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Dann wird es halt einfach nur sau schwer. Dann bin ich der einzige Mensch in Deutschland, der niemals eine Mieterhöhung hat. Ja, möglicherweise, böse Alte. Möglicherweise. Aber ich habe tatsächlich schon mal nachgeschaut. Und es ist tatsächlich ausgeschlossen, dass ich eine Mieterhöhung bekomme. Wenn ich nicht selbst zustimme. Oder das... Ja. Das ist total geil. Entweder ich stimme der Mieterhöhung zu oder die tauschen meine Glasfaser gegen Kupfer. Als hätte ich hier Glasfaser liegen. Das wäre schön. Die Leitungen hier sind 60 Jahre alt. Dass ich stabiles Internet habe, ist sowieso ein Wunder. Und Hallöchen, äh... Seht ihr ab? Habe ich das richtig? Ich glaube, ich habe es richtig gelesen. Hi, Hallöchen, Hallöchen. Du bist wahrscheinlich gerade mit Tobi mitgekommen, ne? Celeste und böse Alte ist weg. Alles gut? Sehr schön. Sehr schön. Und Snake. Dankeschön. Dankeschön. Böse Alte überlegt immer noch Celeste zu kaufen, um es zerstören zu können. Tu es. Tu es. Celeste ist ein schönes Spiel. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich habe nur viel zu lange dafür gebraucht. Ja gut. Ich stelle mich trotzdem mal ganz kurz vor. Ja, ich bin offensichtlich Benni. Wir machen hier Dinge. Und... Äh... Ja. Diese Dinge umfassen Quatschen, so wie jetzt gerade. Und Indie-Games. Eigentlich nur Indie-Games. Und, äh... Ja. Es ist schön. Es ist sehr, sehr schön. Ähm... Und sehr entspannt. Ganz wichtig. Sehr entspannt. Und das Spiel im Hintergrund... Diesen Typen, den steuern wir nach, ja? Wenn wir irgendwann mal ins Spiel übergehen. Äh, 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 äh... Du liebst Celeste aber eher für die Musik. Ja, Lina Reyns Soundtrack ist einfach göttlich. Der ist richtig gut, ja. Lass uns bitte nicht über Internet in Deutschland reden. Ja, das ist schon besser. Das ist, äh... Ja, aber es ist definitiv besser, wenn man das nicht tut. Weil es macht einen traurig. Äh, äh... Wie lange ich für Celeste gebraucht habe. Ja, warte. Lass mich das nachschauen. Das, äh... Celeste, 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 Celeste. Das ist sogar, glaube ich, noch installiert. Jawohl. 142,3 Stunden. Und wir haben maximal vier oder fünf B-Sides. Um in Farewell weiterzukommen. Und nicht eine einzige C-Side. Und Farewell hat mich gebrochen. Wir hingen teilweise an einem Screen mehrere Stunden. Es, äh... Und ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, am Ende habe ich tatsächlich den Hilfe-Modus aktiviert, um durch den letzten Screen zu kommen. Aber... Ja. Ich kann keine Plattformer. Und Celeste ist halt die Mutter aller Plattformer, könnte man so sagen. Das, äh... Es ist wirklich ein cooles Game, aber ich kann es einfach nicht. Ich werde es auch wahrscheinlich nie wieder starten, weil... Ich habe definitiv genug in diesem Spiel geleistet. Ähm... Ist das schon draußen? Äh... Hellpye? Ja, seit zweieinhalb Stunden. Um 17 Uhr wurde das veröffentlicht. Außer auf der Switch. Da gab es offensichtlich, äh... Nennen wir es eine Misskommunikation. Irgendwie mit dem Day-One-Patch. Und der Switch-Release-Prozess muss ganz, ganz furchtbar sein. Und das hat sich jetzt leider erst mal noch verschoben. Und es gibt noch kein neues Datum dafür. Ist leider erst, ähm... Gestern. Oder war das heute? Nee, war... Glaube ich gestern, dass die News rausging. Aber ansonsten ist es auf PC. Ähm... PlayStation und Xbox seit... Zweieinhalb Stunden. Ziemlich genau. Ja, ganz genau. Zweieinhalb Stunden released. Ja. Du hast für 7C auch sechs bis sieben Stunden gebraucht. Ja. Aber für das komplette Ding. Wahrscheinlich. Und das ist ja der komplette Seaside. Ich habe für einen Screen teilweise mehrere Stunden gebraucht. Oh... Oh... Ja... Das, äh... War wild. Das war sehr wild. Also du meinst nur für den letzten Screen. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Okay. Sehr schön. 52 Stunden Web-Latin in Celeste. Du dachtest, du bist schlecht? Nein. 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 Definitiv nein. Da du nur von Suchtis umgeben bist. Ja, dann... Verschiebt sich gerne mal die Wahrnehmung. Das ist richtig. Aber... Du wirst keinen schlechteren Celeste-Spieler als mich finden. Und in Blue Fire war ich gut. Ja. Zwei Gründe. Ähm... Zum einen... Celeste ist sehr, sehr, sehr präzise. Und mit Präzision habe ich es nicht unbedingt. Ähm... Blue Fire ist da deutlich, deutlich vergebender, was das angeht. Zweitens... Blue Fire ist in 3D. Und nicht in 2D. Und ich kann 3D so viel besser einschätzen. Also... So viel besser. Und deswegen ist Blue Fire gar kein Problem. Da bräuchte ich auch tatsächlich nur noch einen einzigen... Ähm... Oh, wie heißen die Dinger gleich wieder? Wie heißen die Dinger gleich wieder? Ähm... Ja, diese Challenge-Räume. Da hatten wir ja einen nicht gefunden. Ähm... Oder 2, 3, glaube ich, hatten wir nicht gemacht. Und einer ist noch offen. Den habe ich noch nicht geschafft. Und dann habe ich sogar Platin in... Oder... Platin. Also 100% auf Steam, glaube ich. In Blue Fire. Das sollte ich mal irgendwann angehen. Weil das ist sonst lächerlich, wenn nur diese eine einzige Trophy fehlt. Du bist noch am Lurk etwas ausruhen. Ja, das kann ich voll und ganz verstehen, Tobi. Ruh dich aus. Lehn dich zurück. Mach dir irgendwie was Nettes zu essen. Oder zu knabbern. Oder besorg dir was Schönes zu trinken. Besorg dir ein After Celeste Bier. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Danke für den Lurk auf jeden Fall. Was? Ich bleibe besser in Souls als du. Ähm... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich grätschtest sowieso gleich Chargo rein. Achso, und Kenzo. Ich weiß gar nicht. Habe ich schon Hallo gesagt und Dankeschön? Ich weiß es gar nicht. Habe ich das gesagt? Falls nein, sorry. Falls ja, nochmal danke. Ja, also ich habe ja eigentlich mit Souls abgeschlossen. Mehr oder weniger. Ich habe ja nur noch Elden Ring gespielt. Und irgendwann auch nochmal Sekiro und so. Und eigentlich wollte ich ja keine Challenge Runs mehr machen. Und ich habe heute Nacht... Also, Backstory. Es war ja irgendwann das Challenge Souls Turnier. Also, dieses No-Hit-Turnier. Und da hatte ich irgendwie so eine ganz doofe Idee, dass ich irgendwann mal vielleicht nochmal einen No-Hit-Run versuchen wollen würde. Also, einen No-Hit-Run, das wird kein No-Hit. Aber einfach nochmal versuchen wollen würde, um zu gucken, wie viel von damals hängen geblieben ist. Nach... Wann war mein No-Hit? Ähm... Im November 19, glaube ich, war der. Oder war der schon 18? Auf jeden Fall schon Jahre her. Ähm... Ja, und dann kam Karas auf die Idee. Ein zweites Karas wäre Versus the World, glaube ich. So nennt er das, zu machen. Ähm... Wo er gegen verschiedene Runner läuft. Und dann hat er mich angeschrieben, ob ich das ernst gemeint habe. Und ich so... Ja, irgendwie schon. Und äh... Ja... Und eigentlich wollte ich bis zu diesem Turnier nicht einmal spielen und gucken. Und dann dachte ich mir so, heute Nacht, tatsächlich um kurz nach 12. So, ich hab grad irgendwie keine Lust mehr auf Elden Ring. Ich starte jetzt mal DS3. Und guck mal, was hängen blieb. Ähm... Ja... Am Ende waren es irgendwie 20 bis 30 Hits auf meiner Battle-X-Route. Mehr war es tatsächlich nicht. Und es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und das war leicht faszinierend. Es blieb also doch ein bisschen was hängen. Und das Schwierigste war, dass ich Items mit A aufnehmen muss auf dem Controller und nicht mit Y wie bei Elden Ring. Das hat ein paar Minuten gedauert, bis ich mich umgestellt hab. Gutes Gedächtnis. Tatsächlich irgendwie ja. Aber ich glaube, das ist einfach so automatisch. Ich bin auch... Ich hab nicht die Battle-X genommen, sondern die Twin Blades, die sowieso alles ausradieren, was in ihrem Weg steht. Ähm... Und ich hatte allerdings die Route von der Battle-X irgendwie mit drin. Und ich hab tatsächlich alle Items gefunden, die ich brauchte. Und ich hab sogar dynamische Routenänderungen noch mit reingenommen. Sowas wie Early Patches und sowas, falls einem... Falls jemandem das von euch was sagt. Ja, nee, war spannend. Ähm... Ich fühle mich gut vorbereitet für das Turnier irgendwann im... Ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Äh, oder wann das ist. Das ist wahrscheinlich so September, Oktober, glaube ich. Ich hab nicht vor, bis dahin nochmal was zu machen. Vielleicht einmal davor noch einen, äh... Einen Run oder so. Ähm... Damit ich die Steuerung quasi in mir drin wieder umpulen kann. Weil es steuert sich schon sehr anders als Elden Ring. Aber... Ja... Nee, ich war überrascht. Chargo auch. Und dann bin ich glücklich ins Bett gegangen. No Hood Running ist wie Fahrrad fahren. Man verliert es einfach nicht. Es ist wirklich so, ja. Also ich wurde tatsächlich des Öffneren getroffen. Ich hab mindestens 20 Skulls verschenkt, weil ich ja nicht den Dungeon Skip mache. Sondern dann, äh... Das Problem mit den Ratten unten hatte im Kerker. Also mit den Großen. Ähm... Das ist tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, vielleicht muss ich doch einen Dungeon Skip machen. Aber nicht mit Spook, sondern, äh... Über die Extra Level in... Weiß nicht mehr was für ein Stat. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, aber ansonsten... Ich war auch sehr überrascht. Tatsächlich. Sinder war ein bisschen fies. Der hat... Glaub ich vier Tries oder so gebraucht. Vielleicht fünf. Aber das war in Ordnung. Belastbarkeit. Ja, wie heißt denn das auf Englisch? Ich spiel doch auf Englisch, Jago. Ich hab doch keine Ahnung, wie das heißt. Vitality. Oh, das ist irgendwie logisch. Endurance. Nee, Endurance dürfte es nicht sein, tatsächlich. War es nicht... Sogar Vigor? Müsste das nicht Vigor in DS3 heißen? Ja, egal. Auf jeden Fall. Irgendeinen Stat muss ich leveln, damit ich den Skip machen kann. Aber ansonsten... Ja, nee. War cool. War ich sehr überrascht von. Aber... Ja, gucken wir mal. Also rechnet mal irgendwann in den nächsten Monaten mit dem DS3-Stream. Ähm... Und dann... Gucken wir mal, wie das so läuft. Jago kommentiert das Ganze. So wie es ausschaut. Zumindest Stand jetzt. Mal schauen, was sich bis dahin noch ändert. Wird lustig, glaube ich. Wird lustig. Vigor ist Leben. Das will ich aber nicht. Ich will Vitality. Okay. Spinnlastbarkeit. Ja, okay. Verstanden, verstanden. Das muss ich mir dann nochmal notieren, wenn es soweit ist. Das muss ich mir dann nochmal irgendwo aufschreiben. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Deine Autokorrektur ist noch im Ausland. Ach so, wegen dem... Äh... Wegen dem Apostroph im... Ja, ja, es ist... Ja, passiert. Das habe ich vorhin schon irgendwo gesehen und dachte mir so... Ja, okay. Ähm... Das macht ja auch nichts. Du musst kommentieren. Das ganze Format ist dein Baby. Beim letzten Mal am Stück 11 Stunden Commentary und das ist jetzt wieder geplant. Ja, nice. Ja, dann... Äh... Ja. Ähm... Soviel zum Thema. Ich mache nur noch Indie-Games auf meinem Channel und dann werde ich offensichtlich DS3 streamen, was definitiv kein Indie-Game mehr ist. Aber es ist eine Ausnahme. Das ist eine ganz, ganz große Ausnahme. Und ich fuchtel hier mit meiner Tasse rum und will eigentlich trinken. Hm... Deine Autokorrektur ist permanent auf einem anderen Planeten. Ich hasse Autokorrektur so sehr, ne? Also, wenn ich irgendwo auf Twitch in einem Chat bin, man merkt, ob ich am Handy schreibe oder ob ich am Rechner schreibe. Was ich am Rechner ganz oft habe, ist das, dass die richtigen Wörter dastehen, aber zum Beispiel zwei Großbuchstaben nacheinander, weil ich nicht schnell genug von der Shift-Taste runterkomme. Beim Tippen. Am Handy stehen teilweise komplett andere Wörter da, weil ich beim Wischen, ähm, ne, offensichtlich eigentlich dachte, Wort X kommt raus, dann steht da aber Y. Der ganze Satz macht so keinen Sinn mehr. Und ich lese halt auch nicht vorher durch, weil gerade wenn die Nachricht länger als 30 Zeichen ist, ist Korrekturlesen am Handy echt scheiße in der Twitch-App. Ähm... Und dann kommen da gerne mal so fragende Blicke von meinen Streamerkollegen, was ich da eigentlich gerade geschrieben habe. Das, ähm, ist ganz, ganz toll. Also bei mir weiß man wirklich, ob ich über das Handy zuschaue oder über den Fernseher, weil ich dann über das Handy chatte, oder ob ich am Rechner sitze. Je nachdem, wie ich mich verschreibe. Es ist zum Kotzen. T9 war eine tolle Idee, aber es funktioniert einfach nicht. Oh, das funktioniert einfach nicht. Ahem... Discord, du musst nur irgendwie in den Channel kommen, in dem, äh, Chargo möglicherweise sitzt. Also, gehen tut das. Gehen tut das. Auch so schon. Dein Handy hat auch so schon einen Lautsprecher und ein Mikro. Wahrscheinlich sogar mehrere Mikros. Um nochmal auf 3D-Plattformen zurückzukommen. Ahead in Time ist ein wunderbares Spiel. Ähm... Das ist das mit... Ich kenne den Main-Char davon, glaube ich. Das ist die, die diesen lustigen Tanz da macht, ne? Ähm... Also, ich kenne das Meme-GIF, wie auch immer. Ähm... Das wollte ich mir, glaube ich, auch mal irgendwann anschauen. Ist das schon auf meiner Wunschliste? Warte mal. Wahrscheinlich nein. Vielleicht auch doch. Nein, es ist nicht in meiner Wunschliste. Das ist spannend. Ja, ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Mir fällt jetzt erst auf, wie weird das ist. Okay. Das steht auf der Wunschliste. Gut, das war einfach. Was machen Sachen, hat sich bei dir eingebürgert. Ja, aber das kennt man. Das kennt man. Das habe ich auch schon des Öfteren mal irgendwo geschrieben. Ähm... Was auch großartig ist, ist übrigens, falls ihr in eurer Firma oder so ein Slack habt, ähm, als Kommunikationsmittel. Ihr könnt da Emotes hochladen. Sehr wahrscheinlich. Nehmt einfach ein paar bekannte Twitch-Emotes. Ähm... Und die Kommunikation wird so viel einfacher, wenn ihr plötzlich sowas wie Monka S schreiben könnt. Oder Pipo Clap. Oder... Ne, animierte gehen, glaube ich, nicht. Egal. Ähm... Oder sowas wie, äh... Keine Ahnung. So besondere Dinger. Not like this ist auch sehr schön. Ähm... Aber achtet möglicherweise drauf, mit wem ihr die nutzt, weil nicht alle verstehen die. Weil, ne, die sind natürlich nicht so in dem Twitch-Jargon drin. Aber prinzipiell, ähm, kann man da eigene Emotes hochladen. Und das dürfte auch jeder können. Ich glaube, das kann man nicht über die Rechte von Slack verbieten. Und das ist wirklich großartig. Das ist wirklich großartig. Ähm... Hat auch viele Workshop-Inhalte. Ja, das muss ich mir mal anschauen. Aber es steht jetzt auf jeden Fall auf der Wunschliste, neben 220 anderen Titeln. Ähm... Aber es steht momentan relativ weit oben. Logischerweise. Hat in Time ist großartig. Genau der Humor, der hier reinpasst. Hast du auch gestreamt. Oh, sehr cool. Sehr cool. Ja, ich hab grad nur fünf Sekunden vom Trailer gesehen und das sah schon sehr wild aus. Und das hat mir instant gefallen. Ihr nutzt halt einfach gerne die Giphy-Funktion in Slack. Ja, die ist auch super. Die ist auch super. Sowas wie Kappa. Ja, Kappa ist hervorragend. Versteht halt nur außerhalb von Twitch wahrscheinlich niemand. Ja, oder... Genau, wie heißt denn das Ding eigentlich? Genau, ist Woodface, wenn der Chef was will. Ja. Ja, das ist... Ja, genau das. Genau das. Was sich auch immer anbietet, wenn wieder... Gerade bei uns in der Softwareentwicklung, wenn sich da mal wieder irgendwo irgendwas merkwürdiges eingeschlichen hat und man irgendwelchen seltsam anmutenden Code entdeckt, ist dieses Monka, hm... Großartig. Einfach nur großartig. Dozent Mimimodes im Programmierprojekt. Ja, 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 ja. Es ist einfach wunderbar. Es ist einfach nur wunderbar. Es ist so schön. Es ist so schön. Das, ja... Die Twitch-Kultur ist halt wirklich toll. Und egal, was Twitch macht, solange YouTube es nicht schafft, im Livestreaming-Bereich eine ähnliche Kultur zu schaffen, glaube ich, wird so schnell keine Plattform auch gegen Twitch gewinnen. Weil die Kultur ist halt hier. Und die ist halt immer noch großartig. Auch wenn Twitch diverse Male eigentlich Scheiße baut und was weiß ich. Aber ja. Das... Ja. Ja. So. Das war meine Sozialkritik an der Plattform. Muss auch mal sein. So. Es ist schon groß geworden. Das ist das Ding. Twitch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist sowieso ein Platzhirsch. Aber man merkt schon auch, dass bei Twitch jetzt momentan bestimmte Regeln, äh, Regeln, ähm, Entscheidungen getroffen werden, die halt nicht unbedingt auf positives Feedback stoßen. Ähm. Ähm, auch vollkommen zu Recht, aber bis YouTube Gaming, also die Sache ist halt, klar, kann man möglicherweise auf YouTube mehr Geld machen. Aber Geld ist halt nicht alles. Es ist halt auch allein die reine Chat-Kultur und die ist halt auf YouTube nicht vorhanden. Schaut in irgendeinen beliebigen Livestream auf YouTube und der Chat ist einfach nur Grütze. Ähm. Ähm, sowohl von der Usability als auch von dem, was im Chat stattfindet. Und das ist halt einfach so ein, so ein Kultur-Ding. Twitch ist halt einfach eine Kultur. Ähm. Eine relativ geschlossene Kultur, aber sie existiert. Ähm. Hach. Wir haben Spaß und du schlägst dich mit Liebe alle rum. W-was? Sollte da Liebe alte stehen? Statt Dings? Oder was? Moment, was? Das kann ich jetzt gerade nicht ganz zuordnen, böse Alte. In der IT ist doch die Frage, wenn etwas funktioniert oder eben nicht funktioniert. Warum? Ja, oftmals ist es halt auch tatsächlich genau das so. I have no idea why my code doesn't work. Ja, und I have no idea why my code works. Das ist halt ganz oft so. Und der Großteil dessen, was ein Programmierer macht, ist googeln und Stack Overflow nutzen. Und, äh, ja. Im Grunde genommen kann man die Erfahrung eines Programmierers daran festmachen, wie gut er diese beiden Sachen in Kombination nutzen kann, um am Ende das zu bekommen, was er braucht. Klar spielt da noch ein bisschen mehr rein, aber schlussendlich kommt es darauf hinaus. Du weißt nicht, wie etwas funktioniert. Irgendjemand anders hat das bestimmt schon mal gemacht. Und stand wahrscheinlich vor dem gleichen Problem wie du. Also, googeln. Stack Overflow. Gucken. Bestenfalls nicht nur blind copypasten, sondern sogar verstehen, was da geschieht. Läuft. Kultur. Müssen wir jetzt Smokings ansehen und über teuerte Bilder kaufen? Nein, 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 nein. Kultur ist auch, ist auch mehr als überteuerte Bilder und Smokings. Durchaus. Und hi, Oani. Hallöchen, hi. Wenn du streamen würdest, würdest du auch twitchen, eben wegen dem Chat halt. Ja, ja, das ist es halt. Das ist es halt. Achso, so fangen Mails bei euch an. Liebe alle. Okay. Liebe alle finde ich irgendwie wild. Was? Das finde ich irgendwie wild. Aber okay. Ja, gut. Das, äh. Ja. Ihr solltet Slack einführen, böse Alte. Und dann kannst du ganz viele tolle Emotes nutzen. Das erklärt, dass alle Ubisoft-Spiele das gleiche Gameplay haben. Ähm, ja, also, tatsächlich, bestes Beispiel ist halt Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey. Das ist im Grunde genommen das gleiche Spiel mit unterschiedlichen Assets. Also, klar ist zu Odyssey noch ein bisschen mehr dazugekommen, aber schlussendlich gleiche Engine, gleiche Mechaniken, weil, warum sollte ich das alles neu entwickeln, wenn ich es habe und es funktioniert und ich möglicherweise nur an der einen oder anderen Stelle feinschleifen muss? Macht programmiertechnisch absolut Sinn, ähm, das so zu tun. Aber es nimmt natürlich gerade im Spiele-Sektor auch so ein bisschen den Individualfaktor raus, sag ich jetzt mal. Aber, wenn die jedes Mal anfangen würden und ein Spiel von Null auf, abgesehen von der Engine jetzt, programmieren würden, also so komplett von Null quasi, dann wird die nächsten 20 Jahre kein Spiel mehr rauskommen, wahrscheinlich. Das ist halt insane. Außer man ist John Carmack, dann hat man Programmieren durchgespielt. Ja, okay. Assassin's Creed ist halt ein Fließbandprodukt. Ja, wobei das auch schon besser wurde. Also, ich habe Valhalla zum Beispiel das nie durchgespielt, aber ich fand das sehr, sehr geil. Ähm, nur irgendwann wurde es halt einfach zu groß und ich war von den Fragezeichen erschlagen. Das ist eher mein Problem mit einer Open World, aber an sich ist das Spiel sehr, sehr cool. Ähm, aber ja, das, ja, es ist halt wirklich ein Fließbandprodukt und man hat es auch gemerkt. Also, wie gesagt, Odyssey war bestimmt toll. Ähm, für mich war es Origins mit mehr Gras und mehr Wasser. Das war für mich Odyssey. Ich habe es halt relativ schnell wieder beendet, weil ich, ich habe einfach nichts, ich hatte keine Emotionen dazu. Ähm, außer solche, die mich halt davon abbringen, das weiter zu spielen, weil habe ich ja alles in Origins schon gemacht. Das war halt auf Platin und zwar auch über alle DLCs hinweg. Ähm, es ist halt ein bisschen schade. Dafür hat man auch Indie-Games. Ja, genau das ist es, Orni. Genau das ist es. Und, äh, ich habe, ich meine, ich habe es neulich schon mal irgendwann gesagt, ähm, Indie-Games sind für mich persönlich auch die absoluten Innovationstreiber im Gaming-Markt. Weil die trauen sich halt was. Ne, die, die trauen sich halt einfach Dinge, die sich die großen Studios nicht leisten können, weil dann so viel Geld drin steckt, dass das, was sie rausbringen, zu 100% funktionieren muss. Und das ist halt genau die Sache. Ne, die großen Studios gehen halt einfach weniger Risiken ein. Was ich persönlich schade finde. Klar, die probieren auch mal hier und da ein bisschen was aus, aber es ist halt, es ist halt nie so was Schräges wie das hinter uns. Ne, das muss man halt auch dazu sagen. Sowas würdest du von dem Ubisoft wahrscheinlich nie sehen. Weil, what? Wobei die das wahrscheinlich in der Woche durchentwickelt hätten. Also jetzt, sehr überspitzt gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Das Ubisoft Open-World-Design ist halt genau darauf ausgelegt, viele und immer gleichen Content zu haben. Ja, 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 das... Ne, ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Das hat garantiert viele Leute, denen das super viel Spaß macht. Aber die Ubisoft Open-Worlds finde ich persönlich am Anfang immer ganz cool. Und dann stelle ich fest, wie groß diese Welten sind und dass dann 40 Milliarden Fragezeichen sind. Und dann geht meine Lust meistens so in den Keller runter, weil dann bin ich überfordert. Dann ist das zu viel für mich. Und diese Fragezeichen sind für mich eine Checkliste, die ich abarbeiten muss. Deswegen mag ich zum Beispiel auch die Open-Worlds von Breath of the Wild oder Elden Ring. Oder auch Ghost of Tsushima so wahnsinnig gern. Weil die zeigen dir eigentlich von Anfang an, wie groß sie sind. Obwohl Elden Ring gar nicht mal unbedingt. Aber du musst mehr selbst entdecken. Und bei... Gut, bei Ghost of Tsushima hat es sich halt so stückchenweise aufgedeckt. Aber das war für mich alles verschieden genug, dass ich mich jetzt nicht irgendwie groß gestört davon fühle. Und da tatsächlich auch alles gemacht habe. Aber das war immer so häppchenweise. Und die Welt ist halt auch nicht 300 Quadratkilometer groß. Das muss man halt auch dazu sagen. Indies müssen mit Ideen kommen, was eigentlich traurig ist. Finde ich tatsächlich gar nicht mal sonderlich traurig. Ich finde es eigentlich gut, weil sie sich eben was trauen können. Und oftmals funktioniert es halt einfach. Klar, es gibt auch Indie-Games, die dann irgendwann in der Versenkung untergehen. Weil das war halt zugewagt. Aber so im Normalfall... Finde ich das eigentlich echt cool, was die tun. Die meisten hier sind keine Casual-Gamer. Das wage ich inzwischen zu bezweifeln. Achso, nee, warte mal. Ah, Moment. Du meinst das nicht auf Challenge-Trans bezogen, sondern auf mal ab und zu zocken wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, 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 gut. Die meisten von uns zocken wahrscheinlich schon regelmäßiger. Ja, das ist richtig. Die haben halt keine Marketing-Abteilung im Rücken. Die weiß, was wir mögen. Das ist gar nicht mal so richtig tatsächlich. Weil beispielsweise HellPie, also das da im Hintergrund, oder auch Excel zum Beispiel, oder auch... Was hatten wir denn noch neulich alles? Wartet mal, lass mich mal gucken. Nee, das nicht. Das auch nicht. Ja gut, mir gehen gerade die Beispiele aus von dem, was wir neulich on Stream und so hatten. Da stehen oftmals auch Indie-Publisher dahinter, die natürlich Wissen haben und Dingens, aber die sind halt... Die lassen den Spielen durchaus ihren Freiraum geben, aber trotzdem ihren wichtigen Input dazu. Gerade was Marketing zum Beispiel angeht. Oder übernehmen halt das Marketing dazu, weil sie halt auch wissen, wie sie dann Zielgruppen ansprechen und so weiter und so fort. Das sind oftmals Sachen, die halt ein einziger Entwickler oder ein kleines Studio gar nicht so wirklich leisten kann. Weil oftmals fehlt einfach das Wissen oder halt... Das ist halt ein kleiner Trupp aus Programmierern und Designern und so. Und die haben halt nicht unbedingt die Marketing-Erfahrung und müssten extra jemanden dafür einstellen. Und manchmal ist es tatsächlich der bessere Deal, einfach über den Publisher was rauszugeben und möglicherweise am Gewinn einzusparen oder am Umsatz. Weil die dann natürlich auch irgendwie Geld bekommen. Also keine Ahnung, wie viele Modelle es da gibt. Aber... Es gibt ja glücklicherweise tatsächlich auch inzwischen gute Indie-Publisher. Also was fällt mir gerade ein? Assemble zum Beispiel. Anapurna, die sich übrigens gerade wegen Stray auf Twitter in Anapurna Intercative unbenannt haben. Purr, wie schnurren im Englischen. Ich finde es großartig. Also ja... Die Marketing-Abteilung ist teilweise schon da. Also man merkt schon, ob ein Publisher hinter einem Spiel steckt oder nicht. In dem, wie es vermarktet wird. Man merkt das sehr, tatsächlich. Aber ja... Viele haben das halt nicht. Gerade Solo-Devs oder so. Da fehlt das meistens. Gaben ein paar Ubisoft-Entwickler, die sehr gegen Elden Ring gefahren sind. War so peinlich. Ja, weil sie halt in ihrem Denkmustern feststeckten. Ich habe das auch mitbekommen und dachte mir auch nur so... Leute, anstatt dass ihr darüber meckert, schaut euch doch lieber was davon ab. Warum gehen die Spieler so auf Elden Ring ab? Warum ist das das meistverkaufte Spiel in 2020 mit Abstand? Äh, 2022. Entschuldigung. Ne? Das ist halt einfach so eine Sache. Die sind, glaube ich, so festgefahren in ihren Mustern. Dass es halt auch schwierig ist, die Einflüsse, die von außen kommen, wirklich anzunehmen und einzubauen und irgendwie auch erstmal durchzuboxen. Das ist... Ja, das ist halt auch so ein Problem an den großen Dingern. Das betrifft aber alle größeren Häuser. Du kannst halt nicht mehr schnell reagieren auf Sachen. Das ist echt wirklich, wirklich schwierig. Also gibt es ein gutes YouTube-Video von Behind. Da kritisiert er die Open Worlds und der Hand von Elden Ring zeigt er, was fehlt. Beziehungsweise zeigt, was Elden Ring richtig macht im Gegensatz zu anderen. Ja, 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 ja. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, was da drin vorkommt, ja. Mir traurig, meinst du das große Studios, das die machen und die Innovation von den Indies kommen muss? Ja, ja, ja. Ja, richtig. Weil die halt rein gewinnorientiert sind. Dann sind doch Investoren dahinter und was weiß ich. Bestenfalls noch Börsen notiert. Und dann ist halt tatsächlich die schwarze Zahl am Ende auf den Konten der Investoren so das Größte, was zählt. Was tatsächlich ein bisschen schade ist, ne. Kapitalismus, schön und gut. Aber manchmal, ne, vielleicht wieder ein bisschen mehr den Spieler in den Vordergrund stellen, als das, was am Ende auf irgendwelchen Konten landet. Natürlich muss die Firma Gewinn machen. Das steht völlig außer Frage. Sonst geht sie unter irgendwann. Aber, ja. Ja. Vielleicht nicht, vielleicht ein bisschen auf Gewinn verzichten und mal irgendwas trauen. Das ist halt, ja. Du hattest 15 Monate kein Spiel in der Hand. Hast aber jetzt die PS4 geschenkt bekommen. Das Spiel Elden Ring. Ja, es lohnt sich tatsächlich. Es lohnt sich tatsächlich sehr. Also ich hab jetzt, keine Ahnung, über 300 Stunden in dem Spiel. Und es lohnt sich massiv. Ich hab genug in die Studios, die mitunter Entwickler haben, die aus alten Veteranen. Ja, ja, ganz, ganz viele. Weil die halt auch einfach keinen Bock mehr auf diesen Großkonzern-Blödsinn haben, sag ich jetzt mal. Und sich dann halt einfach, ja, in ihrer Kreativität nicht mehr einschränken lassen wollen. Was auch super ist, weil dann dadurch höherwertige Indie-Games entstehen. Von Leuten, die halt Ahnung von dem Ganzen haben. Und auch, also nicht unbedingt die Ahnung, aber einfach die Erfahrung auch haben. Und das find ich tatsächlich richtig gut. 15 Spiele sind schon da. Für die PS4. Ja, nice. Heim, Alza. Hallöchen, Hallöchen. Spider-Man, Final Fantasy XV, Type-0, Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3, Bloodborne, Horizon und noch einige. Ja, da bist du erstmal ein bisschen beschäftigt. Da sind eins, zwei, drei, vier, mindestens vier Spiele mit 40 plus Stunden dabei in deiner Liste. Ja, das ist, äh, denkst du eine der Ursachen? Der 50 Millionen Dollar Produktion, die floppt, kann schnell den Konkurs bedeuten. Darum auf Nummer sicher, äh, Richtung Konzept, Gameplay und der Fokus auf bekannte IPs. Ja, 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 das, das, absolut, absolut. Kann ich absolut verstehen. Wenn so mal 50 Millionen für ein, ein, ein Spiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel Assassin's Creed, glaube ich, inzwischen echt wenig ist. Also, die Dinger kosten schon auch mal 150 Millionen oder so. Also, Spiele sind inzwischen teurer als Kinofilme. Mit riesigem Budget. Also, nicht alle, aber viele. Und das ist einfach insane, wenn man sich das vorstellt. Aber da stecken halt hunderte von Leuten dahinter. Schaut euch einfach nur mal die Credits von so einem langen Spiel an, von so einem großen. Die wollen ja alle bezahlt werden. Dann musst du teilweise noch mehr bezahlen, weil du halt outsourcen musst oder so. Und nicht alles in-house machen kannst, was dann natürlich noch mal mehr kostet. Und so weiter und so fort. Das ist einfach eine riesige Industrie. Und ja, das ist absolut korrekt, dass dann da natürlich ein geflopptes Projekt auch mal ganz, ganz schnell nach hinten losgehen kann. Aber man müsste ja auch keine 50 Millionen Dollar Produktion machen. Man könnte ja auch kleinere Sachen machen. Also, es gibt ja inzwischen sogar, ich bin nicht mehr sicher, aber einige von den großen Spielefirmen publisht ja inzwischen auch Indies. Soweit ich das mitbekommen habe. Ich bin nicht mehr sicher, welche das war. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich ein Indie-Publishing. Sowas finde ich allerdings wieder sehr, sehr positiv. Weil die dann einfach auch, also die Indie-Entwickler von der Erfahrung, von der großen Firma auch irgendwo mitziehen können. Aber, ja, natürlich macht man sich mit dem Publisher ein klein wenig unabhängiger, äh, ein klein wenig abhängiger. Aber, es gibt so viele Konstellationen, hey. Es gibt so viele Konstellationen, hey. Und du weißt nicht, ob dein alter Intel Elden Ring noch packt. CPU-lastig ist es gar nicht mal so extrem. Also, wenn die CPU jünger als 5 Jahre ist, auf jeden Fall. Wenn sie älter als 10 Jahre ist, wahrscheinlich auch noch. Es ist mehr grafikintensiv als CPU-intensiv. Du hast diese Woche 4 Stunden gespielt. Das kann dauern. Ja, ja, ja. Du solltest mehr zocken, Daniel. Zocken ist toll. Sind Spiele auch teurer als der deutsche öffentliche Rundfunk? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie viel da reinfließt. EA macht es tatsächlich gut vor. Äh, ja stimmt, EA hatte so ein Indie-Publishing, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Lost in Random, It Takes Two. Ja, ja, genau. Beides großartige Spiele. Absolut großartige Spiele. Er füllt gerade so noch die Mindestanforderungen. Man hört ja übelst von der Performance. Die Performance wurde deutlich besser. Äh, mit den, mit den Patches. Die kamen. Aber, ich glaube inzwischen, FromSoft hat es sich, es hat sich ausgepatcht. Ich glaube nicht, dass da noch ein Patch kommt. Und wenn, wäre ich sehr überrascht. Aber falls du, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, eine PS5 dein eigen nennst, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, da läuft es hervorragend drauf. Also richtig gut. Ich habe es ja für Rechner und PS5. Aber es, ja, bei mir läuft es auf beiden Systemen gut. Aber beide Systeme sind halt entsprechend stark. Es ist das Shader-Cache-Problem. Ja, 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 das, ja, das, das ist massiv furchtbar. Das ist aber ein Engine-Ding. Das ist halt leider auch nicht mal eben schnell gefixt. Leider, 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 leider. Du hast die anderen rausgesucht. Mass Effect Andromeda. Spielst du aktuell? Ratchet & Clank Remake. Mhm. Code Vein. Falls du Code Vein spielst, spiel definitiv mit dem Koop-Charakter, den dir das Spiel stellt. Ähm, ohne ist es furchtbar. Ich habe es deswegen nie durchgespielt. Das wird irgendwann einfach nur unfair. Dark Souls 3 ist super. Äh. Mini Evil? Ah, ja, 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 stimmt. Da gab es, da gab es auch was. Mit Elex bin ich nie warm geworden. Ja, okay, 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 okay. Ähm. Das ist ein scheiter Cache-Problem, was einige DX12-Spiele haben, beziehungsweise Unreal Engine. Ja, nur, dass Elden Ring nicht Unreal Engine nutzt. Ähm, Strongsoft hat da irgendwas eigenes. Ich weiß nur nicht, was es ist. Es basiert auf nichts Bekannten. Ich glaube, die haben ihre komplett eigene Engine. Wie halt viele große Studios das auch haben. Ähm, aber ja, 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 das ist, wie gesagt, ein reines Engine-Ding. Und man könnte es, glaube ich, optimieren. Aber ich weiß halt auch nicht, wie. Und das ist auf gar keinen Fall schnell gemacht. Das wäre schon schön. Code Wayne spielst du gerade? Ich hatte Spaß damit, aber ich habe es ohne Begleiter gemacht. Und das war die dümmste Entscheidung, die ich je machen konnte. Ohne Companion spielst du das nicht? Wir sind relativ weit gekommen. Tatsächlich, tatsächlich. Also wirklich, ziemlich weit. Aber irgendwann war es halt einfach nur noch unfair. Ah. Ja. Wenn es die Engine-Ring für die PS4 gibt, bestellst du das gleich mal. Dann ist es schon mal da. Ich glaube sogar, dass die PS4-Version, die sieht nicht mehr schick aus. Also, nicht mehr so schick. Also, es sieht immer noch ziemlich gut aus für PS4-Dings. Aber es läuft wenigstens auf stabilen 30 FPS. Auf der Pro. Wenn du nur eine Base PS4 hast, ohne Pro, dann lass es lieber sein. Weil auf der läuft es beschissen. Soweit ich weiß. Müsstest du noch mal bei Digital Foundry schauen? Die haben irgendwann mal einen PS4 und PS4-Pro-Vergleich, glaube ich, gemacht. Ähm. Da musst du mal gucken. Und Hallöchen, Adel. Dankeschön. Und Dankeschön für die 10 Gift-Subs. Danke, danke, Dankeschön. Du hast es hier doch reingeschafft. Sehr nice. Sehr nice. Adel. Ist die Woche angenehm? Hoffe ich. So mehr oder weniger. Und danke nochmal für den Gift-Sub an Malza. Dankeschön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, jei, 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 jei. Jetzt verteilt böse Alte tatsächlich Erdbeerkuchen. Sehr schön. Sehr schön. Es wirkt halt sehr darauf ausgelegt. Auf den Companion? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Level-Design überzeugt dich nicht so sehr. Von Code Vein? Nee, das ist nicht. Also, ja, es ist abwechslungsreich und Dings. Aber, ja, es ist. Also, ich will das Spiel jetzt nicht schlecht reden. Es macht schon Spaß. Aber es hat auch definitiv seine Kritikpunkte. Muss man auch dazu sagen. Du hast die Pro Gaming Edition, oder wie die heißt. Woran unterscheidet man jetzt die PS4 von der PS4 Pro? Hat die PS4 Pro drei von diesen schwarzen Blöcken? Also, zwei Brillen an der Front. Dann ist es nämlich eine Pro. Alles andere ist eine Base PS4. Daran erkennt man es. Weil es gibt keine Schmalspur Pro-Version. Geht so? Du hoffst mir, geht's gut? Ja, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Absolut nicht. Es ist, äh, ja. Ja, nee, ist, äh, schön. Die letzten beiden Tage sehr warm. Aber ansonsten, alles wunderbar. Alles wunderbar. Optisch abwechslungsreich, aber der Aufbau ist der 90%-Labyrinth. Ja, ja, das ist richtig bei Code Vein, ja. Dann hast du Pro. Ja, dann? Kauf Elden Ring. Dann hast du sogar einen Vorteil, wenn du die PS4-Version kaufst und irgendwann eine PS5 haben solltest, weil die PS4-Version nämlich auf der PS5 am stabilsten läuft. Die PS5-Version ist tatsächlich, was die Framerate angeht, schlechter als die PS4-Version im Abwärtskompatibilitätsmodus. Völlig wild. Aber, äh, ja. Ja, 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 ja. Dann kannst du aber auf jeden Fall ganz beruhigt Elden Ring zocken. Bei Code Vein gefällt dir der Art-Stil. Der ist cool, ja. Der ist cool. Also hast du Glück, im Glück, im Glück. Quasi, ja. Quasi. Könnte man durchaus so sagen, ja. Okay, gut. Leute, Leute. Sollen wir mal langsam, ähm, so ganz langsam, äh, mit Dingen anfangen. Mit, mit Hell Pie. Sonst habe ich das Gefühl, kommen wir da heute nicht mehr dazu. Wir quatschen schon über zwei Stunden. Holy shit. Nice. Hey, Gustav. Hallöchen. Hi, hi. Einer der besten Anime-Charakter-Editoren. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Also der Charakter-Editor von Code Vein ist der Wahnsinn. Der ist richtig gut. Wie war's? Fähigkeit ist, wenn Glück normal wird? Ja, genau, genau. Richtig. Skill ist, wenn, wenn das Glück zur Normalität wird, ja. Oder zur Gewohnheit. So schaut's aus. Gustav. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja. Leute, aber dann, äh, würde ich tatsächlich sagen, schicke ich euch nochmal ganz kurz in eine, in eine kleine Pause. Ähm. Probiert euch an Tetris. Ihr habt neulich erst den Dreier-Score aufgestellt. Ich war sehr begeistert. Ähm. Ich hab das leider noch nie irgendwie persistiert. Aber wir wissen ja, dass die drei da war und da stand. Ähm. Ähm. Genau. Und ansonsten wisst ihr Bescheid. Ich bin gleich wieder da. Äh. Und dann legen wir mit Hellpile los, ne. Hält euch ja nichts auf, währenddessen auch noch zu quatschen und so. Das, äh. Will ich nochmal betonen. Hahaha. Ihr müsst nicht einfach nur zugucken. Ihr dürft auch reden währenddessen. Das ist nicht wie im Kino. Ähm. Und dann, äh. Blende ich mich hier schon mal aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Viel Spaß bei Tetris. Oder auch nicht. Ähm. Chago, das war zu früh für Tetris. Äh. Ne. Bis gleich. Jetzt darfst du Tetris machen. Hahaha. I'm celebrating my liberation I'm away 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind nämlich dieser Dämon da, der da. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber wir haben den Auftrag, Zutaten für den Geburtstagskuchen von Satan zu sammeln. Und was passt besser als Geburtstagskuchen oder Zutaten sammeln, Geburtstagskuchen, als das am eigenen Geburtstag zu spielen? Das ist doch mega, oder? Und deswegen war ich so wahnsinnig happy, als es hieß, das kommt heute raus, dieses Spiel, und inzwischen ist es dreieinhalb Stunden released, und jetzt gucken wir endlich mal rein. Die Grafik ist niedlich. Ja, warte mal, warte mal. Also die Grafik ist niedlich, aber glaub mir, sie wird sehr, sehr blutig. Ich hab's vorhin schon mal ganz kurz gesagt, es gibt einen Save-for-Work-Trailer von diesem Spiel, und der ist komplett durchgepixelt. Also komplett durchgepixelt. Es ist großartig. Es sind 17 Mal, äh, ich vergesse das 0. Jahr. Das hab 8, also das quasi, quasi 18. Ha, ja gut. So gesehen, ja. Nennen wir ihn Felix. Ne, ich glaub, der hat nen Namen, ich hab ihn nur vergessen. Schon wieder das komische Vieh. Okay. Also wie gesagt, Framerate gucken wir mal. Ich hab Raytracing aktiviert. Die Grafikkarte sollte das packen. Ich behalte hier alles mal im Auge. Ich bin gespannt. Zur Not müssen wir das ein bisschen runterdrehen. Schauen wir mal. Was ein Zufall. Ey, ich hab mich so gefreut, dass die Release-Date-Ankündigung kam über das Spiel. Und, äh, das ist, es war einfach nur großartig. Es war einfach nur großartig. Ha. Was, Melina, hat sich von dir verabschiedet? Du bist vom Fire Giant. Du wirst nicht lügen. Du bist, äh, ins Consecrated Snowfield geskippt für eine Todeswurzel, damit du den Steinwurf von Gronkh bekommst, um Moog zu klatschen. Du oller Cheater. Du oller Cheater. Und dankeschön, CityRab. Dankeschön. So. Okay. Äh, legen wir mal los, oder? Mal schauen, ob das Spiel so startet wie die Demo damals. Vermutlich. Das heißt, wir kennen den ersten Teil schon. Also, einige von uns zumindest. Erstmal in den Aufzug zur Hölle. Oh, das ist direkt auf 35 Frames runter. Aber ich glaube, das war wegen, äh, deswegen, weil es geladen hat. Oh, das kennen wir definitiv noch nicht. Die Sünden, Inc. Sehr cool. Oh mein Gott, ich finde es jetzt schon großartig. Grundloser Stau, so stellst du dir die Hölle vor. Ja. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich muss definitiv. Mal schauen, vielleicht muss ich, muss ich tatsächlich Raytracing runterschrauben. Das ruckelt nämlich gerade schon massiv. Also jetzt gerade nicht. Mal gucken, wie sich es im Spiel verhält. Schauen wir mal. So, das sind wir. Es gibt übrigens, und das finde ich sehr, sehr geil, Eski, nein, nicht mehr Eskimo, Entschuldigung. Electric Callboy hat sich irgendwann mal quasi per Twitter an Sluggerfly, an die, äh, Nate, wie heißt der Nate, an die Entwickler gewandt, ob sie nicht Musik davon einbauen wollen. Es gibt Kostüme, Electric Callboy Kostüme, basierend auf den Musikvideos, Hyper Hyper, We Got The Moves, äh, Spaceman und, äh, ich glaube noch eins. Das ist schon sehr, sehr geil. RTX ist so ein Feature, das macht man an, äh, für Screenshots, aber für das Gameplay aus. Ja, es ist, ab und zu geht's tatsächlich. Ich laufe hier mal rum. Ich lasse das Telefon einfach mal klingeln. Gucken wir mal. Ja, da war der nächste Frame Drop. Lass mich mal gucken. Äh, wir haben nämlich auch, und ich habe da möglicherweise noch Erfahrung aus, ähm, Dingens. Wir gehen, wir machen mal DLSS, das heißt, die, Dingens sinkt. Oh mein Gott, das ist viel flüssiger. Aber man sieht, dass es hochskaliert ist. Stört das? Ich bin nicht sicher, stört das. Ich lasse das Telefon erstmal klingeln. Ich lasse das erstmal klingeln. Gucken wir uns mal die Schrift an. Das ist hervorragend hochskaliert. Okay, ich glaube, ich glaube, so können wir es spielen. Das Telefon nervt, das tun Telefone immer. Hey, Madudel. Hallöchen. Dankeschön fürs Follow und Dankeschön für, für, äh, Happy Happy Birthday. Danke, Dankeschön. Die DLSS ist absolut insane. Es ist so gut, ja. Und ich habe halt nur eine 2080 drin. Auf den 30er Karten ist es nochmal so viel besser. Aber für die reicht momentan leider das Geld nicht. Der andere will einfach nicht auflegen. Ja, das ist so, das ist wie meine Oma. Wenn ich ans Handy, wenn ich nicht an meine Handynummer gehe, dann ruft sie auf dem Festnetz an. Was wieder auf dem Handy landet, weil ich habe kein Festnetztelefon hier, aber eine Nummer, ähm, klingelt da so lang, bis da AB rangeht. Und dann ruft sie über WhatsApp an und legt nicht auf. Es ist voll gut. So, ich glaube, wir gehen mal ans Telefon, oder? Warte mal, wir können springen. Oh, was ist denn das? Oh, das ist so ein... Was ist das? Was machen unsere Hörner da? Ist das so eine Art Ping? Das ist nice. Was ist das hier? Nichts, nichts. Das sind... Okay, ich glaube, unsere Hörner haben Fähigkeiten. Das ist Dingens. Oh, guckt mal, wir können mit... Mit was schlagen wir zu? Mit einem Ordner. Wie passend. Okay, wir haben den Dash. Der ist auch passenderweise auf B. Und da ist nichts drauf. Okay, ich gehe mal dran. Furzen, Benni, furzen. Ja, das geht nicht. Wir haben Nugget noch nicht dabei. Das geht noch nicht. Moment, ich gehe mal ran. Hallo. Moment. 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 Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ist da... Hä? Wer ist da? Scherz, es ist mir egal, wer da ist. Hier spricht Satan. Richtig. Dein Chef. Satan. Moment mal. Du bist nicht der Koch, oder? Warum ist mein Telefonbuch wie auf dem neuesten Stand? Wie auch immer. Du wirst das von nun an regeln. Ich möchte, dass du alles, was du gerade tust, jetzt sofort liegen lässt. Und der Kocher erinnert sich mit dem Kuchen zu mir ein. Zeig mir, dass das machbar ist, okay? Gut. Bis später, Trottel. Das war eine gute Chef-Impression, ne? Ja gut, das ist der Teufel, wie man sich den Teufel vorstellt. Wie, klassischer Chef halt. Und seht ihr, aber auch dir, Dankeschön fürs Follow. Hab's gerade gesehen. Danke, Dankeschön. Und Eol, danke nochmal für nochmal fünf Gift-Subs. Dankeschön. Übertreib doch nicht immer so. Das ist ja... Dafür, dass ich endlich ans Telefon rangegangen bin. Ja, okay, gut, das kann ich verstehen. Das kann ich absolut verstehen. So, okay. Du findest ihn sympathisch, ja? Irgendwie schon. So, gucken wir mal. Hi, wer bist du? Kann ich mit dir was tun? Kann ich dich... Tut mir leid, ich musste ihn hauen. Oh, mit Y macht man... Okay, mit Y macht man Dinge. Das bin ich von Elden Ring gewöhnt. Das ist sehr gut. Das ist das Klo, oder? Oh ja. Haben wir denn einen Doppelsprung oder so? Weiß ich nicht. Aber wir haben hier schon mal Zeug zum Einsammeln. So, wir sammeln auch direkt mal... Okay, wir können... Warte mal. Wir können Wände hochklettern. Oh, das ist ja hervorragend. Wir können die Wasserhähne aufdrehen. Können wir das Klo überfluten? Ah, nee, die haben so ein Loch oben. Das ist jetzt sehr schade. Okay. Leute, kleiner Blutspender für daheim oder so? Bist du da beim Lurk? Bist du deine... Alles klar, dann viel Spaß im Lurk. So, wir machen die mal leer, ne? Wenn wir nichts bekommen, dürfen die anderen auch nichts bekommen. Ganz klassisch. Entweder wir oder sie. Mehr gibt's nicht. Oh, wir können die Klospülung betätigen. Und da kommen kleine Diamanten raus. Ja, nice. Warte mal, das macht doch dieses Klo dann bestimmt auch, oder? Nein. Ist da jemand? Hi. Es ist wirklich nicht leicht, auf diesen Toiletten zu sitzen, ohne reinzufallen. Tja, bist du zu klein, ist die Toilette zu groß, ne? Ich find's schön, dass wir im Klo stehen. Schade, dass wir nicht runtergespült werden können. Irgendwie. Ich bin klein. Ja, wir sind der Dämon des schlechten Geschmacks, tatsächlich. Was das ganze Spiel von sich aus schon mal etwas absurder macht, als es sowieso schon ist. Also. So. Wir nehmen hier natürlich alles mit. Ganz klare Sache. Wir versuchen, so viel wie möglich einzusammeln. Du liebst es, dass es leer gehen kann. Der Automat da hinten. Ja, oder? So, das Tutorial will... Ah, jetzt ist es verschwunden. Ach so, weil... Ach so, weil... Ah, das Tutorial ist hier an diesem Klopapierstapel getriggert. Okay, das macht Sinn. So, was ist das hier? Das sind Kekse, glaube ich. Also, es wirkt wie Kekse. So. Erstmal alles anmachen. Wir haben gesagt, hier Karriere zu machen, bedeutet ganz unten anzufangen. Ja, das ist doch immer so, ne? Das ist doch immer so. Oh. 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 Oh, ein kleiner Rumba. Den müssen wir auch gleich nochmal hauen, weil die sind alle dämlich. Zumindest in meiner Erfahrung. Können wir pfeifen und gehen? Ähm. Das. Ähm. Gut. Okay. Okay. Ich habe ihn nicht geschlagen. Das ist jetzt nachgeholt. Hello, Coworker. Slap, 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 slap. Ja. Ja, ja, ja. Das, äh, ja. Wenn das die Hölle ist, wieso gibt es da so viel Klopapier? Naja, damit wir keins mehr haben, oder? Das ist wie Vorhof zur Hölle und so. Kennt man doch. Mein Kollege willst du nicht sein, wenn ich dich auf den Pott verprügle? Ja, Chargo. Obacht, ne? Dass wir uns niemals auf dem Pott begegnen. Dead escalated quickly. Ja, normal, oder? Also, bitte. Oh, wir haben direkt einen Doppelsprung. Das ist tatsächlich sehr nice. Okay, wir können die Türen nicht aufschlagen. Das ist sehr schade. Oh. Ich glaube, wir sind gerade zu Chef. Also, ich will eigentlich gerade gar nicht das Meeting da stören. Die haben offensichtlich gerade... Die kriegen offensichtlich gerade Ärger vom Chef. Das... Die schauen auch ein bisschen verängstigt und schwitzen. Moment. Ihr unwürdigen Schwachköpfe. Die Servietten sollten mit Kätzchen und Schmetterlingen bedruckt sein. Und ihr wagt, das mit Partyhamstern aufzutauchen? Das ist das Fürsten der Finster, das nicht würde ich. Und ihr zwei seid es nicht wert, die faulige Schwefel auf der Hölle zu atmen. Ich werde auch die Gesichter für diese Feuchheit einschmelzen. Verracht. Ich liebe diesen Effekt so sehr auf der Stimme. Okay. Wie er ins Telefon zurückgezogen wird, das ist so gut. Das ist so schön. Satan mag Katzen. Du magst Katzen. Mach dich, dass du Satan... Weiß ich nicht, möglicherweise. Gut. Ja, ich glaube, wir begeben uns definitiv auf die Suche nach diesen Zutaten. Weil ich will, ganz ehrlich gesagt, nicht unbedingt so enden. Oh, warte. Entschuldigung. Wir müssen das tun. Wenn wir kein Blut mitnehmen, dann kriegt niemand Blut. So. Die Musik dabei. Ja, es ist so schön. Okay. Oh, warte mal. Was können wir mit dem Drucker machen? Ja, natürlich. Können wir unseren Hintern kopieren? Nee, aber wir können immer weiter lustig, fröhlich, feuchte Penisse ausdrucken. Hervorragend. Ich liebe dieses Büro. Es ist einfach nur göttlich. Also, nicht wirklich. Es ist quasi satanisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist immer schön, Spaß auf der Arbeit zu haben. Guck dir einen Chef an. So. Verdammte fliegende Augen. Eins von ihnen hat sich mit meiner Pizza davon gemacht. Okay. Das ist tragisch. Warte mal, da ist ein Pizzastück. Können wir das? Nee, schade. Wir können mit dem Pizzastück nichts anfangen. Fliegende. Ach, du bist das. Okay. Dich jagen wir noch. Moment. Brain Boost. Das sind Gehirnschnecken. Oh, ich liebe es. Warum steht hier schon wieder so viel Zeug im Weg? Tja, Kevin. Kevin. Das wüsstest du jetzt gern. Wo ist denn das komische Auge hin? Keine Ahnung. Da ist gerade die Tür zugegangen. Wir kommen da auch nicht rein. Schade. Okay, da sollen wir offensichtlich hochklettern. Das will ich aber noch gar nicht. Hi. Schon wieder ein Gerinnsel im Blutspender. Warte. Wir lösen das für dich. Moment. Ich hasse dieses Büro. Wird sie eigentlich blutiger dadurch? Nicht wirklich, ne? Jetzt ist es leer. Oh, nee. Sie wird nicht blutiger dadurch. Oh, schade. Sie hasst das Büro immer noch. Und das, obwohl wir ihr geholfen haben. Ich hoffe, sie hasst nur das Büro nicht, ihre Kollegen. Weil wir sind eigentlich nett. Ach so, wir müssen A gedrückt halten. Ah, verstehe. Okay, das geht auch nicht endlos. Oh, nein. Oh, nein. Moment. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen das Ding hier mitnehmen. Jetzt. Gut. Sehr gut. Was ist denn das? Okay, da hinten ist auf jeden Fall die Küche. Das sieht mir nach Falle aus. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Da kommen wir rein. Hi. Und da auch nicht. Was ist das hier? Das ist ein Checkpoint, oder? Telefon. Okay, das ist ein Teleporter. Teleportschneide. Dies ist ein Teleporter. Sobald er aktiviert wurde, kannst du mit ihm zu anderen deaktivierten Teleportern reisen. Teleporter fungieren auch als Kontrollpunkte. Ja, das ist tatsächlich hervorragend. Ich finde schön, dass Nugget hier auf der Map rumfliegt. Oh mein Gott, ist das schön. Ich weiß übrigens nicht, von wo wir gekommen sind. Ich glaube, wir waren da hinten. Ich glaube, das war... Oh, oh, das war... Ne, das ist das Koch. Oh, das ist das Büro vom Koch. Glaube ich. Okay, cool. Wir müssen jetzt noch nicht teleportieren. Das kriegt man jetzt auch so hin. Was ist hier? Das DVD-Logo. Natürlich. Hat irgendjemand von euch schon mal erlebt, dass dieses DVD-Logo genau die Ecke getroffen hat? Aber ganz genau die Ecke. Das ist ungefähr so selten wie ein Sechser im Lotto. Das ist so schön. Das ist ein Hinweis an der Wand. Kittchen. Das ist Englisch für... Englisch für Insiders und bedeutet Kittchen, also Knast. Hm, ja, verstehe. Ja, das... Sowas in der Richtung dachte ich mir tatsächlich schon. Okay, was hast du zu sagen? Satan sagte mir, ich solle die zerbrochenen Fenster verbarrikadieren. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Was ist mit euch? Ihr schaut ganz fasziniert das Logo an, ne? Ja, okay. Erstmal die Kollegen hauen. Ganz normal, ne? Warte mal, wenn das ganze Ding hier wackelt. Oh, ich bin zu schwach für die Scheiße. Ähm. Oh. Okay, praktisch. Freiheit! Oh mein Gott. So viel zu Freiheit. Naja. Das war etwas schnelle Freiheit. Ich habe zu spät gesehen, dass da eine Plattform ist. Wenigstens ist der Weg hier offen. So. Lass mich mal gucken. Da gibt es garantiert irgendwas Tolles. Okay. Und die Dinger gehen auch garantiert kaputt. Ja. Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas, was wir brauchen können? Was ist das hier? Das sieht interessant aus. Du einmal. Darum gewinnst du ja auch im Lotto nicht mehr. Oh, wow. Ja, okay. Du hast es auch erlebt, Kuro. Krass. Ihr hättet in dieser Woche jeweils Lotto spielen sollen. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. Kann ich mich hier auch hochhangeln? Ja, aber wir können halt nicht ewig hochklettern. Okay. Dieses Ding hier hat bestimmt noch irgendeine Bewandtnis, die uns momentan nicht klar ist. Das ist sehr schön. Hier muss man seinen Urlaubsantrag bestimmt auch in doppelter Ausführung abgeben. Oh ja. Definitiv. Definitiv in doppelter Ausführung. Also mindestens. Mindestens. Das sind diese komischen Augen. Warum sind sie hier? Wieso folgen sie mir überall hin? Das ist übrigens Chlorian. Eines Tages fing sie an, mich zu verfolgen. Und jetzt sind sie da, egal wo ich hingehe. Aber warum? Glotzend. Starrend. Verurteilend. Vor allem Letzteres. Ich kann so einfach nicht weitermachen. Ach so. Oh. Ähm, warte. Ich helfe dir. Bye. Ganz normaler Tag auf Arbeit. Ganz normal. Was man halt so macht für seine Kollegen. Hey, Smart. Hallöchen. So. Okay, da geht's wieder rein. Oh, 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 oh. Dämlich, hier rum war's. Die Dinger sind halt einfach nur dumm. Oh, ist das die Kaffeemaschine? Okay. Okay. Manchmal dreht sich die Kamera so ein bisschen in der Gegend rum und ich weiß noch nicht, warum. Ähm. How global warming affects hell. Oh. Leute, wir müssen die globale Erwärmung aufhalten. Damit die Hölle nicht einfriert. Das ist ja... Das ist ja furchtbar. Das ist ja gar... Oh. Moment. So. Hier muss niemand sauber machen. Das Buffet sieht auch gut aus. Ja, ne? Oh ja. Oh ja. Alle meine Leibschweisen. Definitiv. So. Sinhal. Und, äh. Das Kittchen. Da ist auch noch einer unserer Kollegen offensichtlich. Neulich. Hat mich jemand als Klobürste benutzt. Alle hier sind so gemein. Ich liebe meinen Job. Wie passend, dass wir ihn vorher gehauen haben. Okay. Schön. Finde ich gut. Das ist so dieses Anstoßen. Wenn irgendwo so eine unangenehme Frage kommt. Und man dann lieber sagt. Ja, 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 ja. Alles, alles, alles wunderbar. Alles hervorragend. Asmodee. Verkauft sexy Klamotten. Okay. Gut. Gucken wir mal, ob wir sexy Klamotten kaufen können. Stolz veranstaltet diesen Monat einen Schönheitswettbewerb. Ach so, Stolz ist in dem Moment ein Name. Alles klar. Diesmal werde ich ganz sicher unter die ersten drei kommen. Was denn? Findest du nicht, dass ich hübsch bin? Naja. Ich sag jetzt mal lieber nix. Manchmal ist Nichtsagen einfach besser als ehrlich sein. Oh. Wen hat sich jetzt zerfetzt? Oh. Vielleicht dich. Als nächstes. Was ist das da? Raph. Okay. Oh nein. Ich hab schon wieder versagt. Das letzte Mal hat er meine Klamotten angezündet. Ich ertrage diesen Chopper einfach nicht mehr. Dieses Mal wird er mich umbringen. Man hört nichts. Hm. Schade. Was ist denn das? Neues Nate Outfit freigestaltet. Oh, wie geil. Oh ja. Oh ja. Wir müssen nicht mehr förmlich durch die Gegend rennen. Wir haben ein Hawaii Hemd. Und sind ansonsten nackt. Das ist wunderbar. Hawaii Hemd plus nackt ist gleich großartig. Er hat überlegt, ob seine Kollegen morgen auch so beglückt. Ja. Meine Problemlösung. Wein plus Hammer ist noch mehr Wein. Ja. Definitiv. Definitiv. Das sind übrigens die sieben Todsünden hier. Offensichtlich. Äh. Was haben wir denn da alles? Stolz. Lust. Äh. Raph war. Ich weiß nicht mehr genau, was Raph in der deutschen Übersetzung ist. Ähm. Quasi Ärger. Mehr oder weniger. Völlerei. Äh. Neid. Ne, warte mal. Sloth war. Shit. Was waren denn die sieben Todsünden? Das ist der Neid. Das ist die Harp Gier. Und da ist er stolz. Zorn. Ja. Genau. Dankeschön. Hawaii Hemd und Freiluftdödel ist top. Ja, ne? Ja. Es ist die perfekte Sommerklamotte. Ist nur ein bisschen schwierig in unserer Gesellschaft. Da fehlt Hawaii Hemd tragen. Was bei den sieben Todsünden? Ach komm. So ein Hawaii Hemd ist doch spitze. Können wir da rein? Oh ja. Hallo. Ich bin Skier. Bring mir ein paar von diesen tollen Glückskatzen und ihr könnt eintreten. Warte mal. Können wir bei den allen irgendwie Hallo sagen? Oh, wir können bei den allen Hallo sagen. Das sind verdammt große Pizzakartons. Sloth sagt, er müsse sich noch etwa 20 Jahre lang entspannen. Dann muss ich wohl warten. Okay. Pizza und... Wenn ich das richtig gesehen habe, steht da auch eine Bong rum, die wir nutzen können. Moment. Ja. Oh Gott, der Effekt. Ja, okay. Nice. Stolz, Lust, Gier, Völlerei, Habgier, Zorn und Gemüse. Okay. Hochmut. Ja, okay. Gechillter Job. Gechillter Job. Wie ist die Bezahlung? Ja, ich weiß es nicht, ob die in der Hölle so gut ist, die Bezahlung. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Da geht's... Warte mal, da geht's runter. Da waren wir aber schon. Achso, ja, das hier ist stolz. Genau. Oh, schade. Wir kommen leider nicht ins Höllenbordell. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen... Oh, trippy, sehr trippy. So. Wie kauft man bei dir Klamotten? Äh, Ausstatter. Dies ist der Klamottenladen. Hier kannst du Outfits für Nate und Nugget kaufen. Das Angebot ist von Welt zu Welt verschieden. Alles klar. Du kannst zwischen Klamottenladen und Garderobe wechseln. In der Garderobe hängen alle deine bereits erworbenen Outfits. Tausend von diesen... Oh. Okay. Nice. Vorstand. Das ist halt einfach Steve Jobs. Furry. Okay, gut. Schön. Schwarzer Anzug. Wolf-Shirt. Mrs. Nate. Und das ist der Anarcho. Okay, was haben wir hier? Ach so, ja genau. Wir haben nackig. Wir haben Hawaii-Hemd. Und wir haben natürlich unseren tollen Anzug. Ja, okay. Wir können uns aber aktuell nichts davon leisten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde ja sofort... Also ganz ehrlich, das da... Das ist einfach sexy. Also, guckt euch das an. Das ist ein Hauch von nichts. Und doch ist alles Wichtige verdeckt. Und es ist Leder. Das ist sogar noch quasi... Gesund wahrscheinlich. Also natürlich hergestellt. Du musst los. Freust dich sehr, hier gewesen zu sein. Du wünschst uns viel Spaß. Ja dann, Daniel. Gerne wieder. Oh, warte. Welcher Raum war das? Oh, konnte Rev gewesen sein. Ups. Ähm. Genau. Äh, gerne wieder. Und, äh... Dir noch einen schönen Abend. Gerade wenn es warm ist, ist Leder sehr angenehm am Körper. Weiß ich nicht. Oh. Was? Ach so. Ach so, ja, weil ich das vorgehebe. Mhm. Okay. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Okay, also Feuer zieht uns Leben ab. Das ist leider ein bisschen unrealistisch für die Hölle. Also, geht gar nicht. Ich glaube, wir müssen das Spiel zurückgeben. Das ist einfach unrealistisch. Moment, stopp. Halt. Was hat er hier zu sagen? Sprich. Sprich. In einem Haufen Fleisch und Knochen verwandelt zu werden, war nicht Teil der Stellenbeschreibung. Ach so. Ja, jetzt, äh, weißt du es besser. Oh. Okay, cool. Daniel ist immer willkommen. Natürlich, jeder ist hier immer willkommen. Also, von dem her. IT-Department. Ich will da rein. Hallo. Nein? Oh. Natürlich nicht. Server-Admins lassen sich ungern über die Schulter schauen. Die sind scheu. Die kennen auch kein Tageslicht, geschweige denn andere Menschen. Der Kaffee ist leer. Die Küche ist schon wieder dreckig. Ich kann hier nicht alles alleine machen. Tja, Barbara. Vielleicht. Doch. Weiß ich nicht. Gibt es nicht mal mehr ein Mindestmaß an dämonischem Anstand? Das fragst du die Dämon des schlechten Geschmacks. Das ist eine gewagte Frage. Wie ich finde. Okay. Da ist die Küche. Dieser Aufzug führt direkt zu unserem Supermarkt. Satan weiß wirklich, wie er seine Angestellten zufriedenstellt. Nicht sicher. Ich traue diesem Aufzug nicht. Aber ich traue grundlegend keinen Aufzügen, von denen ich nicht weiß, wo sie enden. Nicht 100%. Nicht das Feuer hat mich gehirrtet? Das war der böse Papierkram. Echt? Ich dachte echt, das wäre das Feuer gewesen. Naja, okay. Auch gut. Es war halt gerade von der Position her so als... Ja. Okay. Hallo. Hallo. Bin ich hier richtig in der Küche? Hallo. Hallo. Wir müssen hier aufmachen. Eine Katzin. Chef Koch. Kantinenzauberer. Jetzt, was machst du denn hier? Du sollst, glaube ich, einen Kuchen machen. Ein Kuchen? Wovon redest du? Ich werde dafür sorgen, dass du... Oh nein. Sadans Geburtstag. Frohe Locken der finsteren Seelen. Festes Götter des gotteslästerlichen Spottes. Nur die ekelhafteste, fauligste und giftigste Füllung wird reichen. Aber zuerst wirst du ein paar Grundzutaten besorgen. Vor allem eine Backmischung. Und ein Engelchen. Und weh, du kommst mit deinem Toten und Verfaulten. Ich nehme an, das ist keine allzu komplizierte Aufgabe. Jedenfalls habe ich eine Liste für dich zusammengestellt. Okay, cool. Nimm sie und dann mach dich vom Acker. Der Aufzug zum Supermarkt ist durch die Tür auf der linken Seite. Ich weiß nicht, aber irgendwie erfüllte er sich offensichtlich unbeobachtet. Ich mach mal... Du verabschiedest dich nochmal. Feier noch schön... Oh Gott, der Hintern hat dich jetzt vertrieben, ne? Eol, dir noch einen schönen Abend. So. Und danke nochmal, ne? Ich frage mich, wie ein Dämon mit deiner mangelnden Begabung es überhaupt zum Sündenrepräsentanten geschafft hat. Nicht, dass du irgendwas Wichtiges tun würdest. Okay. Wir sind offensichtlich nicht begabt. Alles klar. Die Zutatenliste. Dieses Chefs wertvolle Einkaufsliste. Hier kannst du sehen, welche Zutaten es in welcher Welt zu sammeln gibt. Sammle genug Zutaten und der Koch wird dir eine neue Welt öffnen. Sobald eine neue Welt geöffnet wurde, erscheinen neue Zutaten im Kochbuch. Ach so. Okay. Supermarkt. Da gibt es offensichtlich die Backmischung und ein Engelchen. Und mehr haben wir noch nicht. Außer Kaffeeflecken auf leeren Seiten. Das finde ich irgendwie sympathisch. Aber wir müssen offensichtlich tatsächlich erstmal in den Supermarkt. Kann ich eigentlich in deine Küche? Nein. Schade. Komm ich da rein? Nein. Kann ich hier noch irgendwas? Ach so. Ich dachte gerade, er hat das. Er hat zugemacht. So. Okay. Dann. Auf. In den Supermarkt. Vermute ich mal. Beste Aufzugmusik ever. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Der Supermarkt. Das ist gar nicht mal. Das ist tatsächlich gar nicht das, was wir in der Demo hatten. Verpiss dich. Ich muss Sachen kaufen, die ich nicht brauche. Okay. Alles klar. Alles so freundlich hier. Hey. So. Erst mal ein paar von denen hier rausschmeißen. Ich weiß nicht, was die bringen, aber. Außer, dass sie vor mir fliehen und in einer Ecke landen. Das ist halt nicht so schlau, aber gut. Nächste Ecke. Oh, hi. Warte mal. Da ist auch noch einer. Hallo. Er spricht nicht. Das finde ich sehr schade. Okay. Sie hatten wir schon. Sprichst du? Nein. Da kommen wir nicht durch. Okay. Ja, dann. Okay. Es gibt tatsächlich auch noch echte Kontrollpunkte. Alles klar. Verstanden. Sehr schön. Was ist mit dir? Jede Woche ist das Schlangengift woanders. Oh. Ich schwöre, wenn sie nicht damit aufhören, dann. Ich bin gespannt. Werde ich dem Filialeiter den Kopf abbeißen. Oh. Okay. Finde ich eine adäquate Lösung. Also, tatsächlich. Du hattest gerade eine Sprechblase. Sprich mit mir. Oh Gott. Und die Sprechblase ist wieder weg. Oh mein Gott. Ui. Sie sehen so süß aus. Ich frage mich, wie sie wohl schmecken. Weiß ich nicht. Wenn sie so schmecken, wie du stinkst, dann. Ui, 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 ui. Das ist aber auch. Ja. Gefährlich. So. Was ist mit dir? Das hier ist offensichtlich eine. Da oben ist ein Nugget. Da ganz oben, glaube ich. Das wird unserer. Wenn mich nicht alles täuscht. Hi. 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 Nugget. Versklafter Engel. Okay. Ah, mein Lieblingskunde. Oder? Ich kann dich hier ehrlich gesagt... Ich kann hier ehrlich gesagt alle nicht so richtig unterscheiden. Wie auch immer. Kann ich sie für einen treuen Begleiter interessieren? Eine Kreatur, die so stumpfsinnig und loyal ist, dass sie ihn überall hinfolgt. Wenn sie vernünftig festgekettet ist, zumindest. Man kann sie auch essen, wenn man hungrig ist. Also, was sagen Sie? Möchten Sie ein... Ja, klar. Immer her damit. Großartig. Ein weiterer zufriedener Kunde. Denken Sie daran, ihn regelmäßig zu füttern. Ich gebe Ihnen eine Dose Candy Meat gratis. Die lieben dieses Zeug. Gut. Sehr schön. Candy Meat ist also Hundefutter. Quasi. Ja, das... Damit haben wir Nugget, den ich gerade nicht so wirklich in Fokus bekomme. Aber das macht nichts. Wir haben unseren Aktenkoffer verloren und wir haben den jetzt durch einen Engel ausgetauscht. Nice. Hey, Dover. Hi. Hallöchen und Dankeschön. So, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Fertigkeitsbaum. Dies ist der Fertigkeitsbaum. Hier kannst du dein hart verdientes Candy Meat für Verbesserung und neue Fähigkeiten ausgeben. Okay. Ja, so wahnsinnig viel können wir offensichtlich noch nicht machen, weil wir haben nur den Schwung. Damit kannst du Nugget als Luftanker benutzen. Halte RT, während du in der Luft bist, um die Fähigkeit zu nutzen. Ja, klar. Schalten wir mal frei, oder? Was haben wir denn hier alles? Ah ja, genau, da haben wir unsere Map und das ist unser Rezeptbuch. Oder unsere Zutatenliste, besser gesagt. So, was? Ach so. Oh, er rülpst, er furzt nicht. Na, egal. Wow, du hast Hörner. Hörner sind so cool. Kann ich sie mal anfassen? Nicht sicher, ob du das willst, Kleiner. Warte. Okay, das ist tatsächlich cooles Movement. Sehr nice. Dober, wie geht's dir? Ich hoffe, soweit alles ist hervorragend. Oh, warte mal. Der Boden ist Lava. Hat bestimmt jeder von uns schon mal irgendwann gespielt. So. Sehr gut. Breschen, Breschsprung. Ja, den kennen wir schon. Den kennen wir tatsächlich schon. Und ich würde ganz gerne auch diese Dinger hier kaputt machen. Nice. Jemand hat Bock auf Essigurken? So. Sehr schön. Erstmal alles kaputt machen. Eingelegte Fußnägel, Spinnenbeine und gemahlene Geierkehle. Das wird gesund und lecker. Interessante Kombi. Aber, habe ich schon mal gehört. Soll existieren, gesund und lecker. Ist komisch, aber soll es geben. Uh. Oh. Moment. Was hat der gerade gesagt? Das ist sein Regal. Müde und tot von Arbeit. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Das ist mein Regal. Ich weiß nicht mal mehr, wonach ich suche. Ja, Seth. Das ist jetzt nicht so praktisch. Das ist sicher schlimmer als ich, wenn ich in den Supermarkt laufe. Ich vergesse auch immer, was ich will. Und da komme ich mit irgendeinem Scheiß heim und weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Warte mal, können wir das da kaputt machen? Nee. Aber wir können garantiert nicht hauen. He, 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 he. Oh. Hallo? Gut, ich glaube, wir haben gerade jemanden umgebracht. Naja. Betriebsunfall, passiert schon mal. Oh, was ist das? Oh, eine Glückskatze. Her damit. Miau. Oh, sehr schön. Ist da... Oh, mein Gott. Ist da Stacheldraht oder ist das Laub? Ich glaube, das ist Stacheldraht. Da laufe ich lieber mal nicht rein. Er ist tot. Ja. Das habe ich... Oh Gott. Er wurde offensichtlich schon überfahren. Sie war es. Nicht wir. Sie war es. Sie hat ihn gerade hier überfahren. Also von dem her? Alles wunderbar. Alles wunderbar. Wir sind aus dem Schneider. Ich bin übrigens nacket. Nur so nebenbei. Ich kann eine beeindruckende Menge Waffeln essen. Das ist der wichtigste Skill, den man haben kann. Du bist dann auch mal raus. Adel, auch dir. Dankeschön nochmal. Und auch dir noch einen schönen Abend. Bis bald. So. Mehr heiße Lava. Können wir das doch kaputt machen? Nein. Schade. Okay. Aber wir können Kisten kaputt machen. Oh, warte mal. Das ist, äh... Ja. Mann, bin ich froh, dass ich in diesem Jahrhundert keinen Toilettendienst habe. Das tötet Dämonen. Nicht mal ein Problem. Wenn die da rumstehen. Das ist gar kein echtes Fleisch, weißt du? Was ist es denn? Das meiste ist nur gefärbtes Selgemehl. Oh! So wie ein Billigfleisch vom Supermarkt. Alles klar, verstanden. Das ist nice. Oh. Hallo. Da hat uns jemand die Tür vor der Nase zugemacht. Das finde ich nicht nett. Das finde ich absolut nicht nett. Oh, warte. Ups. Ups. Ich liebe es. So. So. Mal schauen, wann Benni lernt, dass von Leitern stürzt und jemanden umbringt. Die schlafen nur. Das ist ganz normal. Ich mache das auch immer im Supermarkt auf Leitern klettern und dann runterfallen und dann erstmal eine Stunde schlafen. Ganz normal. Deswegen gehe ich nicht mehr in Supermärkte. Weil ich halt immer erschlafe und das ist so unproduktiv auf Dauer. Aber es ist irgendwie sehr erholsam. Und die Blicke der anderen Kunden sind göttlich. Also. Haben wir noch irgendwo hier Kisten? Oh. Da. So. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Weil es gibt Kostüme. Ich bin eigentlich gar nicht mal so der große. Oh nein. Oh nein. Das war unser erster Verlust. Unser erster richtiger Verlust. Nein, 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 nein. Das macht mich traurig. Ähm. Was soll ich jetzt sagen? Ach so, ja genau. Es gibt Kostüme. Und ich glaube, die werden sehr cool. Und ganz ehrlich, ich will das BDSM-Kostüm. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur großartig. Aber es kostet halt 1.000 von diesen Dingern. Hm. Was genau ist meine Mission? Außer alles töten. Äh. Zutaten sammeln für Satans Geburtstagskuchen. Und wir kaufen gerade ein. Den Engel haben wir schon eingekauft. So. Was sagst du? Ich stehe schon seit 2.365 Jahren an diesem Stand. Ich glaube, den Gestank werde ich nie wieder aus meinen Haaren bekommen. Naja gut, du stehst halt auch bei den Fäkalien. Oh, Moment. Ich habe gar keine Haare. Problem gelöst. Ja, okay. Cool. Wir looten wieder das Klo. Ganz normal. So wie vorhin auch schon. Der Arzt sagt, mein Durchfall wird nie aufhören. Oh, okay. Wenn ich nicht aufhöre, Fäkalien zu essen. Oh. Ich sage es vom Himmel mit dem Arzt. Das ist die einzig wahre Entscheidung. Ugh. Gut, dass die Kamera jetzt hinter das Regal gefahren ist. Ganz ehrlich. Wir hätten jetzt Eltern schlafen auch nur. Ja. Sage ich doch. Also bitte. Okay. Sehr gut. Black Metal never dies. Ich gehe mal vorn rum. Hinten ist gerade schlecht. Ach so. Ich war früher in der Band. Warum sortieren die hier ständig alles um? Jeden verdammten Tag. Wer kennt das auch von Supermärkten? Dass gefühlt immer alles anders ist. Wenn man da reingeht. Was haben wir denn hier eigentlich? Man erkennt die Alpencover nicht so wirklich, ne? Ist das irgendwas, das man kennt? Help I! Noch nie gehört von der Band. Muss gut sein. Das ist schön. Oh, warte mal. Oh. Wir können die Gitarre nicht befreien. Schade. Können wir das Gemüse durch die Gegend schubsen? Auch nicht. Okay. Langsam gehört die ganze... Was? Jemand muss der Filialleitung Bescheid sagen. Über was? Ich hab's nicht ganz gelesen. Ich hoffe, ihr habt besser aufgepasst als ich. Hallo. Was ich hier mache ist übrigens quasi, wenn ich zu den Leuten hinlaufe und diesen hier mache. Das ist quasi die Brofist der Hölle. Also. Es ist alles hervorragend. Wir verstehen uns alle super. Wir freuen uns einfach nur unglaublich, dass wir uns sehen. Oh nein. Oh nein. Stopp. Ich kann dich hier nicht allein lassen. Das hat bestimmt wehgetan. Kontrollpunkt. Brofist of Hell wäre ein geiler Name für ne Band. Ja, ne? Schon irgendwie. Oh. Oh nein. Eine Fliege. Wetten, das ist unser erster Gegner? Mutierter Engel. Töte mich. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so schwer. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ähm. Okay. Oh. Deswegen stehen hier die Fliegenlampen rum. Oh. Ja. Verstanden. All. Oh. Okay. Es ergibt halt alles Sinn. Die Welt ist bis jetzt super stimmig. So. So. Langsam kommen wir auch wieder in Richtung Supermarktmusik. Oh. Warte mal. Okay. Irgendwelche Kisten übersehen. Nein. Sehr gut. Du machst den Gesang und ich die Instrumente. Ah. Gut. Ich habe seit Jahren kein Instrument mehr in der Hand gehabt. Also. So wirklich. Irgendwie. Dass man auch das Musik nennen konnte. Was dabei rauskommt. Also. Das wäre jetzt schon. Ist schon jetzt ein bisschen viel verlangt. Chargo. Also. Ich kann irgendwelche Tasten auf meinem Rechner drücken. Und gucken. Was dabei rauskommt. Aber. Mehr. Würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Obwohl. Das geht auch. Möglicherweise als Death Metal durch. Das kriegt man schon hin. Zur Not nennen wir es einfach Marv Metal. Und dann glaubt uns sowieso jeder, dass das toll ist. Gut. Kontrollpunkt. Sind keine Fliegenlampen. Es ist eine Teleportkammer aus dem Treehouse of Horror der Simpsons. Wo Bart mit einer Fliege gekreuzt wird. Oh. Das ist Insiderwissen. Das ist nicht lustig. Was denn? Ich könnte mir einen Flügel verkohlen. Oder einen Hafer sängen. Oh mein Gott. Nugget. Das wäre ja. Furchtbar. Oh je. Ich schwitze. Wie kann man da nicht schwitzen? Glaub mir. Ich habe die letzten Tage auch geschwitzt. Wenn ich so gut Instrumente kann wie du singen, dann wird das schon. Ja, aber du hast Autotune. Das gibt es für Instrumente im Normalfall nicht. Also nicht so, dass man es nicht Vollgas merken würde. Also wenn ich ein Engelchen... Ja, wenn du mich so sehen wirst. Das klingt gerade so falsch. Das klingt gerade so unglaublich falsch. Ich bin ein Depp. Ich hätte schwingen müssen. Okay. Gut. Aber wir haben den Kontrollpunkt. Und wir sind wieder auferstanden. Haben wir eigentlich jetzt noch Leben? Warte mal. Tschüss. Erstmal die Einkäufe von anderen vernichten. So wie sich das gehört, ne? You died? Das stand da nicht. Also bin ich nicht gedeitet. Das halte ich für ein Gerücht. Das ist... Das ist erst so, wenn man... Wenn das da auch steht. So. Okay. Gut. You fainted. Nun gut, ich bin halt in Lava gefallen. Ich bin jetzt nicht so sicher. Aber andererseits bin ich ein Dämon aus der Hölle. Und wahrscheinlich vertrage ich Lava noch ganz gut. So. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Na bitte, geh doch. Sehr gut. Fünf von sieben. So. Seien wir mal alle froh, dass wir in etwa den gleichen Humor verstehen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber das... Ja. Eigentlich kein Aber. Eigentlich kein Aber. Eigentlich überhaupt gar kein Aber. Oh mein Gott. Ich will noch darüber. Da sind noch Kisten. Die würde ich noch ganz gern mitnehmen. Und hier in der Mitte ist halt auch noch... So. Okay, wir machen das nochmal. Ähm. Shit. Ich vertue mich hier gerade so ein bisschen mit meiner Entfernungsberechnung. Entfernungsberechnung. Ganz offensichtlich. Ähm. Ähm. You fainted. Ja, okay. Ja. Aber guck mal. So haben wir mehr Möglichkeit, ähm, hier das Zeug einzusammeln. Und das ist ein Vorteil. Für die coolen Outfits, die wir bekommen. Und ich hätte furchtbar gerne die Electric Call-By-Outfits, die es gibt. Das wäre schon sehr nice. So. Oh nein. Oh nein. Dafür verliere ich viele, ziemlich Steinchen. Ziemlich viele Steinchen. Ach, das halte ich für ein Gerücht. Pelle Palle. Wir haben noch nichts verloren. Gar nichts. Ich dachte gerade, das wäre es gewesen, ne? Okay. Hopp. Und. So. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt können wir weiter. Wir haben es geschafft. Ich dachte, wir wären Toast. Oh. Kann ich nicht draufhauen. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, das ist die Fleischabteilung. Oder? Sieht zumindest so aus. Hallo. Technisch gesehen, war die ja auch... Äh, was waren wir auch? Zwei-Mann-Nugget-Toast. Ja, möglicherweise. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Froschaugen in der Speak mehr haben. Und nun? Er sagt, er braucht irgendwas als Ersatz. Ich glaube, er will mich fressen. Ich will nicht schon wieder gefressen werden. Oh. Oh, schade. Ich dachte echt, wir können ihn jetzt da runterschubsen oder so. Das wäre toll gewesen. Sehr gut. Du hast nichts zu sagen. Alles klar. Verdammt, Steve. Sein Mann und mach deinen Scheißjob. Ja, oder? Einfach mal fressen lassen. Was ist schon dabei, wenn man dann irgendwie im Ganzen nochmal ausgekackt wird. Also bitte. Oh, jetzt habe ich durch Zufall ein neues Movement-Tag gefunden. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das Steinchen steckt im Boden fest. Oh. Das ist nicht so gut. Ja, geil. Dein Zwiebelmettbrüllchen halt auch nicht rum. Ja, oder? Das ist halt so. Was ist das denn? Pie Crust Mix. Oh, das ist die Backmischung. Oh, wir haben endlich die Backmischung. Oh, sehr schön. Okay. Heißt das, wir haben das Level quasi gleich geschafft, hä? Ich finde es schön, wie wir gerade balancieren. Okay. Gut. Sehr schön. Dann sammeln wir hier jetzt noch ein, was wir einsammeln können. Ganz wichtig. Hi. Gerade mal, wir haben nur sechs von sieben Dosen. Nicht sieben von sieben. Warum haben wir nicht sieben von sieben? Herr Ull. Gut, was? Einmal den Preis für die Hornflakes, bitte. Ach so, Herr Ull. Ah, okay. Ich war jetzt gerade leicht verwirrt. Hi. Oh. Ich wollte jetzt nicht seinen Job übernehmen, ne? Das war jetzt nicht mein Plan. Weil dir eine Dose fehlt. Ja, offensichtlich, aber... Wo? Die waren doch so offensichtlich verteilt, dass ich jetzt gerade sehr, sehr, sehr fasziniert bin, wo die wohl sein könnte. Ah, wie wäre es mit der da oben? Ha. Ha. So, jetzt haben wir alle. Sehr schön. Sehr schön. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hätte mich jetzt wirklich sehr gewundert. Ach so. Oh, wir sind wieder hier. Ich war jetzt gerade kurz davor, das Level einfach rückwärts zu laufen. Weil, naja. Warum auch nicht? Oh, kaputte Stühle. Oh, warte mal. Ich hatte jetzt... Oh. 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 Oh, okay. So tief sollte das denn jetzt auch nicht gehen. Naja. Gut. Dann fahren wir mal wieder zurück. Und guck mal, wo uns der Chef jetzt hinschickt. Großer Gott. Nein, eben nicht. Obwohl. Doch. Nein. Doch, das ist da unten sehr wahrscheinlich ein Fluch, ja. Literally unplayable. Ja, nee, geht gar nicht. Warum dauert das so lange? Neuer Skill verfügbar. Was dauert denn da so lang? Was ist denn sein Problem jetzt hier? Oh, warte mal. Stimmt, wir haben Skills. Turboschwung. Mach den Schwung noch nützlicher. Halte B während des Schwingens, um zu beschleunigen. Gegner hassen diesen Trick. Das finde ich sehr gut. Und wie haben wir jetzt aus sieben von denen sechs gemacht und können uns jetzt das hier nicht leisten? Ach nee, wir hatten insgesamt sieben. Ah, ja, okay. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, nee, passt schon. Okay. Okay. Alles klar. Ich dachte schon. Ich war jetzt schon verwirrt. So. Dann ab in die Küche. Ab in die Küche. Hi. Du, ich hab da möglicherweise was für dich. Als ob da steht. Gegner hassen diesen Trick. Ja, doch, das steht da. Tatsächlich. Oh, sieh mal, wer zurück ist. Jetzt gib mir die Backmischung. Und zu dem kleinen Fettknobel, den du mitgebracht hast. Der ist für dich. Denn du wirst ihn benutzen, um in die Oberwelt zu reisen, wo du nach einer absolut ekelherregenden Auswahl an Zutaten suchen wirst. Ich hab einen unserer Aufzüge für dich freigeschaltet. Nicht, dass du würdig wärst, tot und die ewige Verdammnis unter den Sterblichen zu repräsentieren. Aber ich fürchte, angesichts der Situation haben wir keine andere Wahl. Also herhalte ich und nimm den Aufzug. Der wird dich zu einer friedlichen kleinen Insel führen. Ein ekelhafter Ort. Ich hab auf die Einkaufsliste alle Zutaten geschrieben, die du finden musst. Sobald du genug gesammelt hast, damit ich weitermachen kann, komm zu mir. Und nur dann. Ich will dein unwürdiges Mahngesicht nicht häufiger als nötig sehen. Und jetzt mach ich auf den Weg. Wir haben wenig Zeit. Okay. Nice. Ab in die Sashimi-Bucht. Oh, Sushi. Also, fast. Sushi. Sashimi ist auch lecker, aber... Sushi war das erste, was mir gerade eingefallen ist. Was in aller Welt ist das für ein Ort? Ich werde nie wieder einfach so in einen Aufzug steigen. Aber warum nicht? Was ich übrigens sehr empfehlen kann, ist einfach mal, wenn eure Stadt eine Straßenbahn oder so hat, sofern ihr in der Stadt wohnt, einfach mal ans Ende von Linien fahren damit. Das ist großartig. Hi, ich freue mich, dich zu sehen. Da kommt man manchmal an sehr, sehr coolen Orten bei raus. Oh, hier sind wir. Oh, cool. Dann können wir hier noch ein bisschen Scheiße einsammeln. Okay, wir können die Augen offensichtlich nicht kaputt machen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Wo ist das Auge hin? Es ist weg. Wenn jetzt irgendjemand in dem Spiel einen Satz mit Ich wünschte, ich anfängt, dann kommt die Klage. Chargo, fühl dich doch einfach geehrt. Wo sind wir denn hier? Hallo? Oh, oh, okay. Das sieht toll aus. Ja, das sieht toll aus. Wir sind hier bestimmt an irgendeinem Ort, wo wir nicht sein sollten. Oder überragend. Ja, aber überragend ist jetzt nicht unbedingt nur Chargo, Chargon. Chargon, Entschuldigung. Das nutzt sogar ich mal nicht mal. Oh. Okay, Moment. Neues Movement Hack. Das ist das Erste, was wir machen. So, zusätzlicher Schwung. Du bekommst einen weiteren Schwung. Das verbessert deinen Bewegungsradius enorm. Ja, auf jeden Fall. Her damit. Nice. Was ist denn das nächste? Schwung, Regeneration. Okay, cool. Verbessertes Sammeln. Oh, ja. Und Abpraller. Halte B in der Luft gedrückt, bist du wieder in den Boden bewirkt, um abzuprallen. Damit kannst du höher springen und deinen Doppelsprung wieder aufladen. Okay. Klingt gut. Verdammt, Nate. Siehst du nicht, dass ich ein Ritual durchführe? Lass zumindest die Tür zu, verdammt nochmal. Ähm. Von was wurden wir hier gerade Zeuge? Oh. Wir haben... Ähm. Wir... Oh, oh. Okay. Tschüss. Wir haben einen Ziegenkopf eingesammelt. Einen Mini-Ziegenkopf. Sehr, sehr niedlich. Ich frage mich trotzdem, was das für ein komisches Ritual war. Aber gut. Warte mal. Ist hier... Wir haben nicht zufälligerweise eine Taschenlampe dabei, oder? Ne, da ist auch nicht mehr gerade. So, können wir hier noch irgendwas anfangen? Ähm. Ja, dann. Zurück. So, kurz Konzentration. Oh. Da ist noch eine Tür. Diese Rohrbrüche laufen völlig aus dem Ruder. Meine Mittagspause ist längst überfällig. Oh. Du Armer. Okay, warte mal. Die kocht? Ja. Weitere Penisbilder. Oder Penisgemälde. Echte Kunstwerke. Leute, das ist Kunst. Ich weiß, das versteht nicht jeder, aber... Das ist wahre Kunst. Jargon. Ja, Jargon. Genau. Weil Jargo. Oder Hi, Hexer. Dankeschön. Was geht, du Räucherlauch? Jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie Räucherlauch schmeckt. Warum jetzt? Ach, Mann. Oh. So. Die Musik ist einfach so on point. Die Musik ist einfach göttlich, ja. Also, nein. Teuflisch. Entschuldigung. Oh. Okay. Jetzt aber. Wir könnten lustige Gremassen auf den Kopierer machen. Nein. Glaub mir. Penisbilder sind viel, viel toller. Okay. Cool. Hier ist jede Menge Scheiß, den wir mitnehmen können. Warum hat uns das niemand vorher erzählt? Das ist großartig. Die Tür geht wahrscheinlich wieder zu. Ja. Oh, schade. Schade. Ist die hier jetzt offen? Auch nicht. Die hier? Oh. Oh. Was ist das hier? Ich bin einfach nicht fürs Büro gemacht. Ja, aber. Was ist das hier? Wo sind wir? Warum leuchten hier Dinge? Warum ist hier Gras? Oh. Ich bin nicht sicher, wen oder was wir hier gerade verhauen. Ob wir überhaupt irgendjemanden verhauen. Es ist auf jeden Fall wild. Okay. Ich bin im Darkroom. Ja. Machen wir das Licht an. Ja, würde ich gern. Ich habe nur kein Licht. Und es sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es hier Lichtschalter. Gut. Ich drehe mich mal wieder um und wir gucken mal weiter, ob wir hier noch weitere tolle Türen haben, die möglicherweise inzwischen aufgehen. Achso. Hier sind wir. Okay. Oh, wir haben gerade ein Achievement bekommen. Edelsteinjäger. Das ist schön. Ja, gut. Ich glaube, da draußen war ja nur dieses eine Ding, mit dem wir vorhin nichts anfangen konnten. Ich glaube, mit dem können wir auch immer noch nichts anfangen. So. Wo waren denn die Aufzüge? Wo waren denn die Aufzüge? Da, ne? Ein schöner Penis ist echt was Gutes. Ist so. Ist so. Ich werde in der Head and Timing wirklich lieben. Hat das einen ähnlichen Humor? Oder ist das auch nur ansatzweise ähnlich? Falls ja, ja, definitiv. Das, äh, dann sehe ich mich da. Und zwar absolut. Okay. Okay, das kriegen wir offensichtlich noch nicht kaputt. Neulich. Hat mich jemand... Achso. Das Kloböse benutzt. Ja, dich, dich, dich kennen wir ja. Hier waren wir auch schon. Aber war dieser Stein vorhin auch schon da? Habe ich eine tatsächliche Dingens? I don't know. Ähm. Ähm. So. Was, der Drecksverein? Soll keinen Support aufgrund von der Lorbeeren ernten. Du musst nur den Chatbot, aber auch nur, weil du nutzt, seit er der Antwort war und ich wechseln will. Ach so. Die Diskussion mit Slops und, äh, dass ihr auch nicht mehr Slops heißt. Da war ja was. Habe ich eine persönliche Empfehlung auf YouTube bei den Watts? Ähm. Habe ich eine persönliche Empfehlung? Ähm. Lass mich mal kurz recherchieren, was ich überhaupt als Worts habe. Falls du quasi mit einem einsteigen willst. Ich habe doch selber schon vergessen, was wir alles getan haben. Definitiv Clio. Clio. Das sind zwei Teile. Weil Clio ist einfach großartig. Ansonsten Tunic sind aber fünf Teile. Also eine ganze Menge Stunden zu gucken. Oh! Und der drittälteste Stream mit Taipo, glaube ich, hieß das Spiel. Ich glaube, es hieß Taipo. Lass mich nochmal gucken. Was ist der Titel? Ne, Taipo Man. Ha, fast. Taipo Man. Das war auch ein tolles Spiel. Das haben wir auch in einem Stream durchbekommen. Und hallöchen, Kars. Hi. Und dankeschön. So. Dann gucken wir doch mal, wo wir jetzt hinkommen, oder? Wir rufen mal den Aufzug. Ich bin mal... Ich bin mal so frei. Ich bin leicht fasziniert, dass hier das Demo-Level noch nicht dabei war. Das heißt, das war entweder irgendwas Eigenes, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder es kommt viel, viel später im Spiel. Wir könnten lustig... Achso. Wieder der Kopiererkommentar. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Der Humor ist kinderfreundlicher, aber auch sehr stumpf. Okay, das finde ich gut. Stumpfer Humor. Das ist... Ja. Stumpfer Humor ist nice. Wie geht's uns? Ich kann nicht für die anderen sprechen. Oh, bella. Aber mir geht's hervorragend. Hervorragend. Ich hab grad sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Wahrscheinlich mehr, als ich haben sollte. Wahrscheinlich mehr, als ich haben dürfte. Aber... Es ist großartig. Es ist absolut großartig. Okay. Eine Hubwelt. Willkommen in deiner ersten Hubwelt. Diese können mit Aufzügen bereist werden. Du findest hier Zutaten, Eingänge zu kleineren Abschnitten, sowie andere wichtige Orte. Mit den stinknormalen Hörnern kannst du wichtige Orte erspähen. Leveleingänge sind in gelb markiert. Ja, als ob ich mir das jetzt merken könnte. Wenn deine stinknormalen Hörner aktiviert sind, kannst du sehen, wie viele Zutaten du in dieser Welt bereits gesammelt hast. Zutaten, die in Unterleveln gefunden werden können, sind mit einem Symbol markiert. Hmm. Okay. Also, als allererstes mal... Das ist genau die Leiste, die wir gerade im Tutorial gesehen haben. Okay, cool. Oh mein Gott. Ist das viel Zeug. Und wir kennen diese Welt hier schon. Hier waren wir am Ende der Demo. Wir sind aber nicht von hier aus dahin gekommen, wir sind von woanders aus dahin gekommen. Aus einem Level mit wütenden Kackwürsten. Wir suchen das Level mit den wütenden Kackwürsten. So. Sehr warm. Ja, ja, hier ist es auch noch warm. Aber eher deswegen, weil die Wohnung noch nicht abgekühlt ist. Draußen ist eigentlich in Ordnung. Was haben sich zu viele Leute schon drauf umgestellt? Du magst nicht nochmal überall Watchtime verlieren. Das kann ich irgendwie verstehen. Das kann ich irgendwie verstehen, ja. So. Gucken wir uns mal um, oder? Schauen wir mal, was haben wir denn hier Hübsches? Das wird unser Strandabenteuertag. Eine epische Geschichte von Schwimmflossen und Eiscreme. Irgendwie ist Nugget nervig, ne? Der ist so super positiv. Ich mag übrigens den Wal, der da oben rumhängt. Ich glaube, er guckt uns an. Er blinzelt uns zu. Er mag uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, zu ihm hochzugehen und irgendwas zu tun. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas. Flirty der Wahl, ja, ne? Ja, wir nennen ihn jetzt Flirty. Das ist hervorragend. So. Imagine Watchtime haben. Und dann kommt ihr beide mit 506 oder 485 Stunden durch die Gegend. Äh, doch, 485. Passt schon. Also, das ist ne Menge Watchtime. Hallo? So. Halt die Augen nach Muscheln auf. Aber, okay. Mit ihnen kann man den Klängen von uralten Seepferdchen horchen. Okay. Hi. Wer bist du? Weiß nicht, Kumpel. Ich habe noch nie jemanden mit dem Aufzug ankommen sehen. Das ist crazy. Willkommen in unserem kleinen Paradies. Denn erstes Mal, du wirst es lieben. Wir haben eine Menge Touristenattraktionen. Möchtest du mehr wissen? Ja, natürlich. Toll. Ich liebe es, über unsere Inseln zu sprechen. Dies ist der älteste Hafen der Region. Wir haben früher viele Wale gefangen, gehäutet und gekocht. Hat uns aber eine Menge unerwünschte Aufmerksamkeit eingebracht. Jetzt setzen wir stattdessen auf den Tourismus. Apropos unerwünschte Aufmerksamkeit. Große Teile der Insel sind derzeit besetzt. Diese Leute sind mit nichts, was wir hier tun, einverstanden. Die Jagd auf Wale, die Entsorgung unseres Mülls im Meer. Nee, ich wüsste nicht warum, aber jetzt haben wir angefangen, unseren Müll an Touristen zu verkaufen. Funktioniert prima. Willst du mehr wissen? Natürlich. Wow. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegrig ist. Ich liebe es. Letztes Jahr hatten wir einen heftigen Sturm und dann lag plötzlich diese Wahl auf unserem Berg. Also haben einige von uns diese geniale Geschäftsmöglichkeit erkannt und eine Sushi-Bar im Inneren des Wahls eröffnet. Sie heißt Inside Out. Wie passend. Es ist großartig und ich wünsche dir wirklich, du konntest es dir ansehen. Leider ist der Weg dorthin, du hast es erraten, besetzt. Willst du mehr wissen? Ich könnte dir mehr erzählen, wenn du möchtest. Natürlich. Du saugst Wissen ja auf wie ein Schwamm. Früher haben wir unseren Fang auf der Ostseite der Insel verarbeitet. Genau dort, wo wir unsere Abwässer entsorgt haben. Doch aus der Kanalisation kam auf einmal eine Armee von lästigem Scheißhaufen. Buchstäbliche Scheißhaufen. Ernst du das, Brudi? Jetzt arbeiten wir vom Hafen aus und die Kanalisation ist überrannt. Möchtest du mehr wissen? Eigentlich nicht mehr, nachdem du mich Brudi genannt hast, aber ich lasse dir das mal durchgehen. Ich, äh, okay, das ist unerwartet. Dann muss ich jetzt wohl aus der Broschüre zitieren. Gib mir eine Sekunde. Unsere schöne Insel bietet eine Fülle von kleinen Riffen und Buchten, von denen viele zu Fuß erkundet werden können. Dem neugierigen Besucher wird jedoch geraten, sich nicht so weit zu entfernen, da es sich bei den Inseln um Privatbesitz handeln könnte. Wie zum Beispiel Lil Smokes Pulverfabrik auf der Westseite der Insel. Brudi. So. Digga. Oh. Das ist ein Teleport-Punkt, aber warum ist der... Okay. Der ist offensichtlich für uns gesichert. Püßealte ist eine verlässliche Alte. Allerdings, ja. Allerdings. Das mit superpositiv, kennst du. Hast eine Freundin, die unglaublich positiv ist und bist halt das komplette Gegenteil. Auch aussehensmäßig. Sie blond, du schwarze Haare. Sie hübsch, du eher... Naja. Mit ihr zu reden, ist jedes Mal interessant, aber nach einer Zeit auch etwas anstrengend zu sehen, als du sie auch magst. Ja. Ja, diese superpositivität, ja, das ist... Da bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Vielleicht sollten wir im Schatten bleiben. Nein, Nugget. Nein. Was ist das? Ach so. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Wir können schwimmen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir können schwimmen. Da ist ein Teleporter. Was ist denn das hier? Was haben wir denn da alles? Oh. Moment. Kann ich... Kann ich... Kann ich dich braten? Nein? Oh. Schade. Alter, ist das makaber. Ich liebe es. Ich liebe es. Dieses Spiel ist so dermaßen eindeutig, zweideutig und das in so vielen Belangen. Und vor allem ist es so stumpf, dumm und großartig. Fahr! Hopp! 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 Insel Tour! Ah, der Strand. Oh, säfte Wellen schwemmen über das Ufer. Üppige Palmen wiegen sich. Zum ewigen Flüstern des Windes. Alter, Nugget, kannst du mal die Schnauze halten? Das ist der beste Tag meines Lebens. Hallo. Hallo, du hast den Fahrgast. Juhu. Ich würde jetzt gerne mit der Kamera... Gibt es den Fotomodus? Nein. Offensichtlich nein. Ich hätte jetzt so gerne den Fotomodus. Und ich würde gerne so weit rauszoomen aus dem Ding, dass es einfach nur großartig ist. So, da müssen wir halt so einen Screenshot machen. Die Ente ist super. Sehr schön. Schwimmen. GTA Vice City has diesen Trick. Oh Gott, ja. Was ich da abgesoffen bin, weil ich einfach mit meinem Auto irgendwo im Wasser gelandet bin. Das war furchtbar. Das war... Oh! Wow, sie nutzen Windkraft. Das sind vorausschauende Inselbewohner. Ich weiß es nicht. Sind sie das? Wo fliegt denn das Ding dahin? Ist egal, weil wir stehen jetzt drauf. Ja, oh, nice. Okay. Ich gebe es 24 Dosen Candy Meat. Sehr gut. Oh, Assassin's Creed 1. Ja, das habe ich nicht lang genug gespielt. Da hat mich die Steuerung irgendwann so genervt. Ja, nee, nicht mal die Steuerung. Da hat es mich einfach unglaublich genervt, dass das Spiel halt gefühlt alle drei Sekunden das Gleiche gemacht hat. Also Assassin's Creed 1 ist super wichtig für die ganze Assassin's Creed Lore und was weiß ich. Aber spielerisch ist es einfach super langweilig, weil hast du eine Mission gemacht, hast du alle gemacht. Du wünschstest, du hättest den Fotomodus. Ja, das wäre schon mal ganz... Ja, das wäre tatsächlich manchmal ganz praktisch. Wir könnten anfangen, Sandkörner zu zählen. Was stimmt mit diesem Engel nicht? Ich hoffe, das ist keine seltene Art. Ups. Hoppala. Erst mal ein paar Salamander gekillt. Oh, hi. Wer bist du denn? Ähm, muss das so? Mit der... Ja? Ja, wahrscheinlich. Okay, ist ein cooler neuer Modetrend. Das kann man mal machen. Oh. Sehr schön. Wer bist du? Ich wünsche einen guten Tag, Sir. Ich glaube, das muss wirklich so mit den Flaschen und den komischen zerschnittenen Kübeln hier. Okay, wer bist du denn? Nochmal ein Mäh. Oh, hi. Hey, da, Kumpel. Du siehst aus, als wären Opferungen dein Ding. Möchtest du die Gunst der alten Geister erlangen, die in diesem Ort hausen? Natürlich. Dann bist du hier genau richtig. Früher haben wir alle möglichen Arten von Müll in die Schale geworfen, aber bei Unilams passiert abgefahrener Scheiß. Guck mich nicht so an, das ist keine Verarschung. Schwöre, ich bin sicher, du kannst genug Unilams finden, um es selber zu testen. Okay, wie viel brauchen wir? Offensichtlich zu wenig. Nein. Freischalten für ein Lamm. Das Heiligtum von Slorgmul, dem zweiten Vertreter in der Linie der Sünde der Völlerei. Es wird erzählt, dass er so faul war, dass er sich ohne seine Turbinenhörer, äh, Turbinenhörner nicht bewegen konnte. Er starb einen tragischen Tod auf der Toilette und ist eine Legende unter den Dämonen. Das Vieh ist eigentlich voll niedlich. Oh nein, ich muss A drücken. Ach du Scheiße. Ich muss A halten. Ich muss A ganz aufdrücken. Okay, wow. Gut, cool. Wir haben Raketenhörner. Oh nein, ich hatte gehofft, ihr habt weggeschaut. Es tut mir leid, aber ich muss sie irgendwie, das ist, äh, ja, wir haben dafür jetzt Raketenhörner und ich glaube, die sind cool. Die sind tatsächlich sehr cool. Jetzt erstmal einen Döner. Sollte das wirklich ein Schaf sein, du hättest wirklich Ziege gesagt. Ja, nee, doch, das müsste eigentlich, das sollte, dürfte Ziege sein. Alles andere wird irgendwie auch keinen Sinn machen im Kontext Teufel, Satan, Hölle. Oh mein Gott, ich muss schwingen und jetzt drauf gehen. Im Grunde genommen war es ein Einhorn. Hm, das ist gut. Das ist hervorragend. Okay, pass auf. Zack, zack. Zack, zack. 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 Oh. Okay, wir müssen am Boden das Ding nochmal aktivieren. Oh shit, alles klar. Äh, nee, müssen wir offensichtlich doch nicht. Ja, was jetzt? Ah ja. Die haben aber nicht irgendwie ne... Das ist Achievement. Fast as fuck, boy. Okay, wir müssen jetzt rausfinden, ob die hier ne maximale Nutzungsdauer haben. Ich find's schön, dass die sich anhören wie ein Zweitaktor. Oder? Ja doch, eigentlich schon. Ich würde sagen, sie haben keine maximale Nutzungsdauer. Und ich bin irgendwie einfach nur von der Taste gekommen. Okay, cool. Wir konnten sie sogar im Flug nutzen. Nice. Davon haben wir ja genug. Tötet ihr ruhig, damit ich Feuerwerkskörper an meinen Hörnern anbringen kann. Davon haben wir tatsächlich ein paar. Ah, also so ist es ja nicht. Aktuell haben wir drei. Also, wir haben deutlich weniger Glückskatzen. Oder? Nein, warte, wir haben vier. Wir haben drei von elf in dieser Welt. Ups. Ähm, okay. So funktioniert das hier. Das ist der Teleporter, das ist der Aufzug. Okay, und den da haben wir... Oh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr praktische Map. Holy Shit, ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier so viel zu tun gibt. Ui, 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 ui. Und dann gibt es noch die Weltkarte. Ach, du Scheiße. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist deutlich größer, als ich das erwartet hatte. Gut, dass ich mal ein paar Streams dafür eingeplant habe. Nice. So, können wir mit dem Boot fahren? Okay, wenn wir einfach nur... Warte mal, können wir jetzt schwimmen oder können wir nicht schwimmen? Wir können schwimmen, aber wir können... Wir können nicht besonders gut schwimmen. Ich verstehe. Schön. Glückskatzen können gerne draufgehen, aber die einen Hörner doch nicht. Dann, 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 dann einfach weggucken. Beim nächsten Mal. Glaube ich. Es tut mir ja leid, aber... Raketenhörner! Also, das entschädigt irgendwie für alles. Vor allem machen sie jetzt noch Geräusche, die sie nicht machen sollten, weil ich sie gar nicht nutze. Jetzt habe ich... Okay. Direkt einen Bug gefunden. Nur ein Soundbug, glücklicherweise. Ich sollte Spieletester werden. Ich finde Bugs. Hey Souls! Hallöchen! Mir geht's hervorragend. Mir geht's tatsächlich hervorragend. Ich habe viel zu viel Spaß mit diesem Spiel. Und ich glaube, der Spaß wird nicht weniger. Wenn wir hier weiterkommen. Wir suchen gerade mehr oder weniger die Welt der Kackwürste. Oder was heißt, wir suchen die Welt der Kackwürste? Wir werden die definitiv kennenlernen. Demnächst. Das wird nicht so lang dauern. Oh, die da kennen wir noch aus der Demo. Glaube ich. Und Dankeschön für 14 Monate, ne? Dankeschön dafür. Ich hoffe, bei dir ist auch alles soweit super. Du hattest irgendwie... Nein, du bist nicht geschmolzen die letzten Tage. Es ist ein bisschen abgekühlt oder so. Hallo, mein Kerl. Glaubt ihr, dass es schädlich ist, länger als einen Tag unter Sand begraben zu sein? Ich war für den Freund. Jemand, nicht wie nicht ich natürlich, könnte einige von uns vergessen haben. Könntet ihr vielleicht noch ihn sehen? Dafür habe ich leider keine Zeit. Hier stundenlang zu stehen ist für mich wirklich wichtig. Ja, gut, dann... Oh. 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 You dead? Ich bin nicht sicher. Ist das jetzt tot oder lebendig? Man weiß es nicht. Vielleicht sollten wir im Schatten bleiben. Vielleicht solltest du einfach... ...die Klappe halten, Nugget. Ich finde, die schauen noch relativ lebendig aus, oder? Hi. Du hast den letzten gefunden. Das bedeutet, alle sind tot? Verdammt, der Sand, ich hasse dich. Nimm nichts. Vielleicht hilft es dir, darüber hinwegzukommen. Ach du, ich habe da kein Problem mit, ne? Ich bin ja nicht schuld, ausnahmsweise mal. Also, das ist jetzt nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Braucht ihr Müll? Ich habe Müll. Gib her. Gib Müll. Sonderpreis für dich, mein Freund. Oh, Nugget ist wieder viel zu positiv. Das ist echt furchtbar. Hey, hier. Hier. Ich habe das beste Fleisch auf dieser Seite der Insel. Ist das echtes Fleisch? Wirklich. Es ist auch das einzige Fleisch auf dieser Seite der Insel. Oh. Gut. Sehr schön. Einziges Fleisch bedeutet bestes Fleisch. Ich liebe diese Logik. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Du hast jetzt einen Rechner hier stehen. Dein Kumpel hat den heute vorbeigebracht. Und wie ist es bis jetzt, das Spiel? Was? Wie ist es bis jetzt? Das Spiel lustig geblieben. Es ist so großartig. Dieses Spiel ist einfach nur so gut. Ich töte einen Hörner, indem ich ihn die Hörner ausreiße, um Feuerwerkskörper an seinen Hörnern anzubringen. Ja, aber Shango! Raketenhörner! Ich bitte dich. Du hättest es genauso getan. Scheiß auf das Einhorn. Raketenhörner! Oh, Asmodee! Hallöchen! Dein Outfit sieht ziemlich langweilig aus. Brauchst du ein neues, schickeres? Ja, gib mal her. Ach, die sind für Nugget? Oh. Oh. Oh, das ist irgendwie schön. Den Mankini finde ich gerade hervorragend. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Hallöchen, äh, Dreamo! Hi! Hallöchen, Hallöchen! Ein wunderschönen. Guten Tag, guten Tag! Hallo, hallo! Ähm, Dankeschön für den Raid! Und Hallöchen, Lilith! Ja, wenn ich das so richtig sehe, hast du das angezwettelt. Hallöchen! Happy, nein, Happy Birthday! Nice! Dankeschön, Dankeschön euch! Hi! Na? Was habt ihr Tolles gemacht? Was, 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 was gab's bei euch? Ich bin gespannt. Hattet ihr auch dieses Premium-Programm namens Hellpye im Angebot? Oder habt ihr für, habt ihr irgendwas Sinnvolleres getan? Man weiß es nicht. Nackt! Ja, aber nackt ist er doch. Nackt ist er doch schon. Das ist ja, also, das ist ja, also, jetzt stellt euch mal vor, ich kaufe Nugget den Mankini und wir laufen später irgendwann mal, ach so, warte mal, ich kann hier zwei Outfits kaufen, ähm, und wir laufen nachher irgendwann mal im, oh, Edge Lord. Oh mein Gott, ne, Entschuldigung, ich bin, ich bin gerade abgelenkt von diesen Outfits. Und wir laufen später mal in unserem BDSM-Outfit rum. Das wäre doch der totale Partner-Look. Oh, ich stelle mich mal ganz kurz vor, ne, für, für unsere Freunde, die gerade hier rüber geradet wurden. Hi, ich bin Benni, ähm, habt ihr wahrscheinlich am Hand des Namens schon vermutet. Lilith hat euch offensichtlich hierher geschickt. Warum, weiß ich nicht. Äh, so toll ist es hier eigentlich gar nicht. Ähm, aber wir machen ganz viele Dinge, die meistens mit Indie-Games zu tun haben und ab und zu quatschen wir auch über ganz komische Dinge. Äh, mit, mit, äh, mit, mit allen. Und, äh, ja, also Just Chatting relativ viel und, ähm, dann Indie-Games. Tatsächlich nur Indie-Games und gerne unbekannte Indie-Games und schräge Indie-Games. So wie das. Ich muss in die Richtung zeigen, damit es in, in, in den Bildschirm zeigt. Hahahaha. Und ihr habt Stray durchgespielt. Das hab ich gerade gelesen. Das ist großartig. Das ist absolut großartig. Ich liebe Stray. Ich hab's in einem Zug gestern, Nein, vorgestern durchgespielt. Und, äh, ich muss noch ein paar Trophies machen. Aber ich werd nicht Platin machen, weil die zwei Stunden Speedrun-Trophäe, die ist mir zu doof. Aber, ähm, ja. Es ist wirklich, wirklich schön. Es ist ein super Game. Ähm, ich lieb's. Ich lieb's. Und, äh, Souls, dankeschön. Dankeschön. Als wäre der Titel noch nicht genug, ne? Ähm. Äh, 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 äh. Ähm. Und Hallöchen, Lord, äh, AP1. Spricht man dich anders aus? Ansonsten würde ich dich einfach eure Lordschaft nennen. Ähm, das, das finde ich hervorragend. Meine Cam ist laggy. Warum ist meine... Oh mein Gott, Moment. Ah, alles ist laggy. Und ich weiß nicht, warum. Mo-mo-mo-moment. Ja, die Frames rennen dann gerade länger, als sie sollten. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's nicht mehr. Was ist denn? Ich geh mal aus dem Menü hier raus. Wird's jetzt besser? Das läuft auf 60 FPS. Das Menü! What? Das Klamottenmenü bringt mein Stream zum Laggen. Was ist das denn? What? Das hab ich auch noch nie erlebt. Ähm. Gut. Das heißt, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Äh, ich, ich drehe mal die Kamera hier in die, in die szenische, ähm, Richtung. Wir gucken uns... Äh, okay, man sieht den Wal nicht so wirklich. So. What the fuck? Äh. Und Schwimau, danke, danke nochmal für den Raid. Und, äh, schlaf gut, wenn du weckerst, so früh klingelt. Hat mich sehr gefreut. Und, äh, eure Lordschaft. Dankeschön für, äh, fürs Follow. Dankeschön. Äh, jetzt muss ich ganz kurz nachlesen. Ähm. Hexer. Äh, habe ich vielleicht Lust, äh, nach dem Stream mal schnell auf deine OBS-Studio-Audio-Einstellungen zu schauen. Du willst, dass im Watt keine Musik mehr zu hören ist. Äh, relativ einfach. Du musst irgendwie dein Audio, äh, auf irgendeine Art von anderem Audio-Kanal bringen, der nicht auf dem System ist. Den dann in Kanal 1 und 2 beispielsweise von den Audio-Einstellungen reinpacken. Und dann, äh, fällt das raus. Sofern du das in den Twitch-Einstellungen oder in den Stream-Einstellungen dann so einstellst, dass Kanal 1 die Stream-Spur ist und Kanal 2 die Watt-Spur. So, oder so. Ist eigentlich relativ einfach. Du brauchst nur tatsächlich zwei Audio-Kanäle. Das ist ganz wichtig. Ähm, Spotify darf nicht über den System-Kanal zum Beispiel ausgegeben werden, über den halt auch das Game-Audio und so läuft. Das ist eigentlich das meiste, was du da brauchst. Hast du es schon geregelt? Äh, okay. Und trotzdem gilt das, was ich gesagt habe. Ähm, ähm. So. Das Ende war so traurig von Stray. Ja, ja, ja. Aber es ist ein großartiges Game. Die Atmosphäre ist super gut. Ähm. Die ist richtig, richtig gut, die Atmosphäre. Also, ja. Was man erinnere sich an den Tod der Grafiken, äh, an den Tod der Grafikkarten in New World Menü damals. Ja, weil das unlimitiert lief. Weil das plötzlich 40.000 Frames gerendert hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja. Und dann dadurch ein ganz, ganz merkwürdiger Bug bei den RTX-Karten auftrat, der die intern tatsächlich gegrillt hat. Ja. Ganz wilde Sache. Ähm. Wenn Software-Hardware einfach kaputt macht, indem ein Hardware-Bug getriggert wird. Das ist... Wie kann man das halt... Also, wie macht man das im Normalfall? Das ist halt auch ganz, ganz wild. Aber, äh, ja, 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 nee, das, äh... Das hier lief übrigens in konsistenten 60 FPS. Aber offensichtlich hat die Grafikkarte gerade gesagt so, nö, ich hab jetzt keinen Bock mehr zu, äh, zu encoden. What the fuck? Nice. Oh, schön. Du bist für nackt, laggt weniger. Ja, aber dann nehmen wir halt auch irgendwas, was wenig Dings hat. Wahrscheinlich war es die Sonnenbrille mit RTX. Nee, es ist instant. Es laggt sofort. Okay, Leute. Lass mich ganz kurz ein Kostüm suchen. Nugget kriegt den Schwimmring. So. Ähm. Und wir kriegen ein... Wir kriegen ein Ananas-Hemd. So. Okay. Jetzt schaut's hier ein bisschen nach Sommer aus, ne? Ein bisschen sommerlich gekleidet. Hervorragend. Tut mir leid, dass es gerade nochmal geleckt hat. Das ist echt schräg. Das ist wild. Das ist einer der interessantesten Bugs in Spielen, die ich jetzt jemals gesehen habe. Dann kann Nugget ja endlich mehr Jungfrauen kennenlernen. Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Offensichtlich will er geflügelte Einhorn-Delfine. Auch wenn ich jetzt gerade den Text nicht davor gelesen habe. Aber das ist auch in Ordnung. Was in dem Moment, in dem ich angefangen habe zu erklären, ging Robo Benni in Normalspeech. Benni. Es hat sogar Audio geleckt. Was? Das ist ja... Also dann ist ja richtig Party auf meinem Rechner, wenn sogar das Audio leckt. Dann war ja gerade Vollauslastung. Holy shit. Wie gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Habe ich jetzt halt auch nicht erwartet bei dem Menü. Ach so, das lag an deinem Rechner. Ja, okay, gut. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ich dachte schon. So. Okay. Hast du was zu sagen? Nö. Nicht so wirklich. Wahrscheinlich doch, aber nichts, was uns gerade juckt. So. Ein Herzchen, das wir gerade nicht nutzen. Ähm. Und die beiden haben Spaß. Ich frage mich, was die beiden sind. Hey. Okay. Juckt euch nicht, das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Was sind sie? Oh. Errungenschaft freigeschaltet, Smashface. Was? Habe ich jetzt gerade Nugget in irgendeiner Wand versenkt? Nice. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Alte Gremlins. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung, ja. Irgendwie sowas. Warte mal. Kann ich die nass machen? Ich glaube, nein. Ich würde sie gerne nass machen. Ah, aber es ist nicht nach Mitternacht, ne? Ne, nicht nach Mitternacht füttern. Wasser war immer scheiße. Oder nennen wir es tödlich. Wieso machen heute alle nur Screenshots? Weil ich, äh, was fürs, fürs, äh, Thumbnail brauche auf, äh, YouTube. Und, äh. Das sind gar nicht so wahnsinnig viele Screenshots. Das ist, glaube ich, erst mein dritter heute. Achso, okay. Du hast das Ding schon gefressen. Sehr gut. Es ist so dunkel, dass man nichts mehr hört. Wat? Wat? Er ist ein so begnadeter Redner. Sehr inspirierend. Und so stehe ich hier vor euch und ich sehe eure Gesichter. Und sie sagen, äh, was? Und ich höre euch und ich fühle, was ihr denkt. Denn in dieser Sache stehen wir zusammen. Aber die Frage, die ihr euch stellt und die auch ich mir schon oft gestellt habe, ist folgende. Was jetzt? Und dazu sage ich, denn es ist die Wahrheit, was es auch kostet. Der geborene Anführer. Absolut, ja. Aber, für, für, also, für was? Sehr, sehr inspirierend. Ja, aber für, was? Okay. Ich lasse die mal weiter protestieren. Oh. Nein, nein, nein. Hier, stopp. Hi. Wer bist du denn? Naja, früher noch auf den Docks gearbeitet. Doch Anfang des Jahres tauchten diese lästigen Scheißhaufen aus der Kanalisation auf. Sie haben den Ort übernommen und greifen jeden an, der uns so nahe kommt. Ich hoffe, die kommen nicht eines Tages auch noch in die Stadt. Okay, da drüben sind, wohnen also die Scheißhaufen. Alles klar. Da wollen wir also später hin. Äh, okay. Nicht runtergefallen, ne? Das war kein, kein Gravity oder so. Das ist alles gut. Ich, ich konnte mich retten. Oh da. So, jetzt müssen wir halt wieder Zeug hier sammeln. Genau, da will ich nachher hin. Ins Scheißhaufen Quali- Äh, Qualitorium. Territorium. Okay. Wir haben so viele davon gerettet, wie es geht. Oh. 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 Sag mal. Jetzt. Sehr schön. Oh. Nugget hat den Tag seines Lebens. Das ist doch toll, oder? Also. Für Nugget natürlich. Für uns weiß ich nicht. Hm. Okay. Äh. Wo will ich eigentlich... Ich weiß nicht, was das da oben ist. Aber ich finde es toll. Ich will da hin. Zum Wahl gehen wir später. Der haut nicht so schnell ab, habe ich mir sagen lassen. Ich finde es toll, dass man auch so viele Dinge hauen kann. Auch wenn es nicht unbedingt was bringt, aber man kann draufhauen. Nein. Gut, das war nix. Oh, warte mal. Wo ist denn da... Ich liebe es ein Lorem Ipsum. Tattoo. No pain, no gain. Okay. Piss off. Hast du auch noch hinten auf dem Rücken? Ja, man kann es aber nicht lesen. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Lorem Ipsum. Nugget ist wohlgenährt. Nugget geht es hervorragend. Das soll noch mal einer behaupten. Ich würde meine Engel nicht... Nicht ordentlich behandeln. Nenne ich, dass hier bald die Engelschutzorganisation irgendwie vorbeikommt. Und mein so von wegen. Hey, hey, hey. Du, du, du. Das will ich mir nicht nachsagen lassen. Hi. Meine Zeit ist gekommen. Ich werde das Gleichgewicht wiederherstellen. Aha. Okay, ich weiß nicht, wo genau er damit hin will, aber... Er hat einen ambitionierten Plan. Das muss man ihm jetzt lassen. Da wollte ich noch gar nicht hin. Nein. Moment. Er hat einen ambitionierten Plan. Also, Respekt dafür. Ob er das jemals durchzieht, wird sich zeigen, glaube ich. Aber, naja. Was für ein seltsamer Kristall. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wenn man lang genug rein starrt. Da hast du die Stimmen längst verstorbener Seelen. Kann sein, dass diese Kristalle hier tatsächlich irgendwie Seelenfragmente sind. Wundern würde es mich nicht. Ja, warte, ich komme, ich komme, um dich zu retten, glaube ich. Also, vielleicht auch nicht. Warte mal, das hat blau geleuchtet. Wenn es blau leuchtet, hat das bestimmt irgendwas zu sagen. Aber ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich irgendwie entweder eine Fähigkeit oder einen Schlüssel oder sowas in der Richtung. Irgendwie so ein Blödsinn wie den Schlüssel, glaube ich. So. Hier, da, da, da. Da. Okay. Können wir da reinhüpfen? Ja, natürlich geht das. Ich glaube, wir sind in der Wahlfischerei angekommen. Im Wahlhafen. Was ist das hier? Neues Nate Outfit. Oh, geil. Wir haben eins der Electric Callboys. Outfits gefunden. Ja. Nice. Das ist noch nicht unbedingt das, was ich will. Aber das ist schon mal kein schlechter Anfang. So. Glücks kannst du mitnehmen. Böse, Alter, bist du noch da? Hast du Bock, einen Bot zu killen? So. Für alle anderen, klickt nicht auf den Link. So. Tap, tap, tap. Sehr schön. Wir sammeln einfach gar nicht mal weiter lustig Zeug ein. Weil ich wette, wir brauchen demnächst nochmal irgendwann Gedöns. Und jetzt schauen wir uns gleich mal den Wahl hier an. Warte mal, wer bist du denn? Hallo, Inselbewohner. Ein weiterer schöner Tag auf dieser wunderbaren Insel, auf der ich mein komplettes bisheriges Leben verbracht habe. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Ort viel schöner ist als, sagen wir mal, die Hölle. Nicht, dass ich jemals dort gewesen wäre. Kenn ich dich nicht? Der kommt hier schon, oder allgemein kommt der ein bisschen bekannt vor, ne? Mich? Von irgendwo her? Nee, ich habe viele Geschwister. Man sieht sich... Er tarnt sich halt als diese komische Muschelgedönsdingens, was auch immer. Das ist nett, aber es funktioniert nicht. So, kann ich hier... Nee, wir können hier gar nicht mal so wahnsinnig viel mit anfangen. Okay. Im Wasser kann ich meinen Raketenantrieb nicht nutzen. Das ist schade. So, dann muss ich mal eben ganz kurz tatsächlich hergehen. Und, äh, Ben. Bye, bye. So. Das war auch ich für den kurzen Sprung im Bild. Das kam, als ich gerade wieder reingetappt bin ins Spiel. Ähm, okay. Du hast dich mal gemeldet. Sehr gut. Was? Du nimmst dich mal aufs Handy und wirst gehen Bett schleichen. Letzte Nacht war doof und Tag viel zu stickig. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Gar kein Thema. Falls du instant einschlafen solltest, schon mal gute Nacht. Soll ja vorkommen. Oh, hallo. Wir fliegen mal ganz kurz da hoch. Ich glaube, das wird sich lohnen für uns. Das dürfte sich sogar sehr für uns lohnen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Hervorragend. So, überleben wir den Fall. Easy. Gar kein Problem. Können wir im Wasser auch schneller schwimmen? Nein. Aber wir können im Wasser hüpfen und das ist gut. Oh. Machst du immer? Bisher wurde jeder, den du gemeldet hast, anschließend gesperrt von Twitch. Ja, ja. Ich würde es halt auch machen. Geht nur gerade ein bisschen schwierig. Das dauert leider in dem Moment etwas zu lang. Sonst würde ich das auch tun. Definitiv. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte ursprünglich da hoch. Ich erinnere mich. Ist schon eine Weile her. Oh, das hier ist quasi der offizielle Weg da hoch. Upsi. Wir haben voll den komplizierten Weg da vorhin gemacht. Warum auch immer. Weil wir es nicht besser wussten wahrscheinlich. So, jetzt warte. Pass auf. Ja, easy peasy. Und was ist das jetzt? Oh. Das ist eine Zutat. Frisches Ei. Uuuh. Ich hoffe, ihr habt gerade nicht irgendwie gegessen. Weil die Zutaten hier sind echt eklig. Ich. Oh mein Gott. Wenn das so bleibt, ne? Huiuiuiuiuiuiui. Okay. Naja. So. Gucken wir mal zum Wahl hoch, oder? Würde ich mal sagen. Wenn wir schon in der Sashimi Bucht sind, dann müssen wir natürlich auch die größte Attraktion hier namens Wahl irgendwie begutachten. Ich weiß gar nicht mehr, was machen wir mit diesen Dingern hier? Werfen? Oh bumm. Oh bumm. boom ist gut boom ist sehr gut ich finde es übrigens großartig dass wir jetzt dieses level hier richtig erkunden konnten können in der demo haben wir ja leider nur den ganz ganz kleinen teil davon gesehen weil das dann die zeit ausgegangen ist okay jetzt pass mal auf das ist nachgewachsen sehr schön dann voll daneben merken vertraut mir nicht wenn ihr irgendwas kleinteiliges zerstört haben wollt besser okay aber leider war da nichts drin so hier hinten ist aber offensichtlich ein herz teil dass wir uns gleich mal genehmigen sollten dass wir uns möglicherweise gerade sogar schon genehmigt haben einfach nur dadurch dass wir da standen und wahrscheinlich hat uns zwei herzen abgezogen wundern würde es mich jetzt nicht das hätte ich mir eigentlich denken können dass das irgendwie so kommt sie uns gucken wir mal kann ich euch hier kaputt machen oh ja oh ja das finde ich gut dass nämlich auch die nächste handgranaten frucht wunderbar sehr schön ich würde interessieren was es mit diesen dingen hier auf sich hat die schauen ein bisschen aus wie die teleporter aber irgendwie sind es keine teleporter glaube ich zumindest was ist denn das ist ja quasi noch eine insel mit piranhas auf dem weg großartig das kenne ich noch aus irgendeinem anderen spiel ich weiß nicht mehr genau aus welchem aber so was hatten wir schon mal und es ist noch gar nicht so lang her glaube ich das ist noch gar nicht mal so lang her wir sind übrigens gerade völlig ohne ziel und dings unterwegs ich fliege einfach hier durch die gegend ohne einen plan zu haben wohin oh nein oh mein gott das war knapp was bist du denn bist du böse ich glaube der ist au theorie bestätigt na und jetzt okay der hat sich einfach einen neuen panzer geholt alles klar moment was wegen mir hin kriegen wir nicht hin so jetzt hat jemand lust auf oh mein herzchen sehr schön was ist denn das da oben also ich habe den typen hier gerade gesehen mit seiner quest aber ich bin erst hier oben reinschauen was ist das hier schön ist es ich habe gesehen dass es dann noch weiter hoch geht erst mal durchlaufen und gucken was das sonst noch so ist ob sie naja das ist tatsächlich ganz gut wenn ich wenn ich sind treffen würde okay okay sehr schön dann haben wir das auch entdeckt wunderbar äh ah ja hier du lächst den kinder fei was ist nuki wo stehen werde ich nicht hier ich bin lebender denkender sand die krönung der schöpfung bewundere meine schönheit knie nieder vor meiner brillanz füttere mich mit strahlung und ich werde mir deine mickrige seele äh ich werde deine mickrige seele verschonen wenn ich die weltherrschaft übernehme ach so okay cool ja nice wir sammeln jetzt strahlung das wollte ich schon immer mal tun also das ist einer meiner großen träume quasi erzähle ich nur relativ selten weil das ist schon etwas etwas speziellerer wunsch sage ich jetzt mal kann auch nicht jeder nachvollziehen ähm Leute wir sind out of bounds warum oh nein oh nein die haben innen collision oh oh das ist nicht gut das ist gar nicht gut ich muss irgendwo oh shit wir müssen wieder inbounds kommen oh oh hier nein oh fuck oh warte mal das hier sieht nee das ist der tunnel warum sind wir jetzt unter wasser was also für speedrunner ist das bestimmt ganz großartig aber ich bin jetzt gerade kein speedrunner ich will doch gerade kann da sein oh shit oh 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 nur immerhin das geht noch nein ich stehe doch nie okay ähm also das ist super interessant um zu sehen wie die level aufgebaut sind so ist es so prinzipiell vor allem frage ich mich warum hier überall wasser ist aber das ist jetzt gerade überhaupt nicht gut gibt es in der anstag es gibt keine anstag funktion von wo sind wir denn eigentlich da reingekommen das ist der tunnel stop 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 bleibt ja wir sind immer noch im berg an alle die gerade einschalten hi ich bin benny und ich habe das spiel kaputt gemacht warte mal von hier oben sind wir doch irgendwie reingekommen oder war das nicht hier irgendwo spiele tester benny ja ich bin dafür dass jedes spielenden einen platziere mich wieder in bounce button bekommt irgendwo in den optionen das wäre so hilfreich manchmal weil wir fallen jetzt hier schon wieder komplett durch die speedrunner leben nicht dafür dafür müsste ich das konsistent hinbekommen und ich bin ganz ehrlich habe ich will das nicht konsistent hinbekommen hallo bitte lassen sie mir hier raus ich müsste wahrscheinlich nur mit irgendjemandem reden der nekazin verursacht irgendjemand der gerade so hier rum steht und ich vermute mal dann geht's das wäre total gut okay lasst mich hier noch mal okay jetzt befinden wir uns im freien fall glaube ich ich bin nicht sicher ist das freier fall sieht das für euch nach freiem fall aus oder ist das schwimmen das sieht auch so ein bisschen nach schwimmen aus also das sieht eigentlich ganz cool aus so gesehen aber das ist jetzt nicht hilfreich gleich habe ich das spiel durch ja wahrscheinlich wir stehen jetzt gleich vom endboss ich glaube wir schwimmen hier obwohl wir nicht schwimmen oh mein gott okay wartet mal speichern und zum hauptmenü möglicherweise ist beim ladevorgang ein ein check wo man gerade ist ich hoffe es entweder das oder alles ist kaputt nein man wird einfach an den checkpoint zurückgesetzt oh gott sei dank neuladen ist quasi der anstag warten den ich gesucht habe und das ist sehr schön sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und state ist noch so wie er sein soll ja das ding da oben ist eingesammelt okay cool dann ist alles fein dann ist alles wunderbar sonst hätte ich jetzt recht nicht gewusst was wir tun sollen vor allem haben wir jetzt ein paar interessante sachen gesehen wie ich finde und da ich das jetzt nicht unbedingt als cheaten deklarieren würde versuchen wir da mal direkt hinzukommen ja vielleicht offensichtlich nicht von hier aus obwohl doch das war hier in der nähe da zum beispiel na so loser tschuldigung ich frage mich was das für typen sind du überlegst gerade deinen namen bei discord erfahrungsgemäß nennt ich so nah wie hier also wenn ich die leute hauptsächlich hier von twitch kennen benennen dich möglichst nah an diesen namen du kannst ihn pro server dann auch immer noch ändern aber so dein basisname sollte wahrscheinlich schon einer sein die man auch erkennt warum hat uns gerade dieser fischmensch hier angegriffen das war ein bisschen wild ach so nee da ist nichts drin warte oh nein wir werden schon wieder von diesen scheiß viechern hier verfolgt du magst den strand ja ich bin gerade irgendwie nicht mehr so der große fan vom strand wenn ich ehrlich bin hier laufen komische viecher rum gut ich habe mich selbst in die luft gejagt aber das ist in ordnung damit kann ich leben glaube ich so du hast du brauchst nur zugang und er fragt nach seinem namen ja okay ich dachte du legst gerade grundlegenden konto an das ist übrigens dropkick fische und ich finde das ein bisschen großartig die hauen einfach voll den wrestler move raus und dann kommen sie nicht mehr auf weil sie doof sind das finde ich auch gut okay stopp 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 was haben wir denn hier strahlung mehr ach so wir müssen einfach nur zu den wir müssen einfach nur die fässer finden und er kommt dann von sich aus hier angekrochen alles klar andere schmunzelt ja ja das ist ja da absolut das ist ja nicht andere level absolut nicht aber es ist trotzdem cool aber andere kommt halt danach wieder auf die füße das ist halt andere ist halt einfach ein anderes level so wartet jetzt hier irgendwo war doch hier irgendwo war doch hier irgendwo war doch hier der da will ich hin und erzählen war auch hier hier dann hallöchen leute von zier dann einen wunderschönen guten tag zum 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 schrägsten spiel das dieses jahr wahrscheinlich auf den markt kommt wombat attacke und raid in was inception warum raid inception hi na ihr hallöchen zier dann hallöchen hero of time hallöchen toki und dankeschön dankeschön sowohl für die glückwünsche als auch für den raid natürlich ja hi ich weiß ich glaube nicht dass ich mich bei zier dann vorstellen muss aber ich mach's trotzdem ich bin benny wir machen hier dinge meistens quatschen danach in die games also eigentlich nur in die games meistens auch gerne in die games die niemand kennt das ist es bei help high nicht unbedingt der fall aber das ist einfach so dämlich was ein anderes kriterium ist also schräge in die games weswegen ich das spielen muss kam heute raus und passenderweise geht es in diesem spiel darum die zutaten für die geburtstagstorte von satan zu finden jetzt habe ich geburtstag bestes spiel ever und bestes release date vor allem für dieses spiel also hallo hier sind wir und ja machen dinge in diesem sehr sehr tollen spiel achso du raidest dich ja selbst weil du noch hier nur noch hier bist ja okay dass das ja okay ja verstehe verstehe ja das passiert mir auch öfter wenn irgendwann am ende des tages alle streamer zu diesem einen kanal geradet haben und plötzlich fünf tabs da sind hallöchen sendweg hallöchen und dankeschön dankeschön was habt ihr tolles gemacht also retros so viel weiß ich aber was retro was habt ihr denn gerät rot bestimmt wieder irgendwas cooles irgendwas spannendes so wie ich dich kenne so strahlung mehr okay wie viele atomfässer müssen wir eigentlich hier finden damit er glücklich ist das ist eine frage die sich mir tatsächlich gerade stellt so einmal kurz den teleporter aktivieren hey wer bist du denn hey du kannst hier nicht einfach so weitergehen alter hinter mir sind korallen und so tritt nicht auf mann die sind volle super empfindlich und ging kaputt und so wir werden euch mit unseren kanonen erschießen wenn ihr über diesen punkt hinausgeht dreht einfach um oder so oder ich sehe das schiff mit den kanonen alles klar verstehe wenn ich jetzt nicht auf die korallen gehe sondern hier einfach durch schwimme ist das dann in ordnung das ist offensichtlich auch so in ordnung wir haben sie getötet wien die korallen ich bin offensichtlich gerade zu doof hierfür wir kommen darüber definitiv leute wir schaffen das versteht doch im grunde genommen eigentlich nur drauf nicht barfuß oder guck mal die respawn ja das kinderzimmer lüftet jetzt ganz entspannt vom handy gucken inwiefern lüftet also tatsächlich im sinne von fenster auf das ist gar nicht mal so gut diese scheiß piranhas ach das ist ja lame ich dachte die schießen auf uns da haben wir auch schon wieder eins unserer herzchen wieder die kill uns okay wir kriegen das hin glaube ich und zentwick dankeschön fürs follow dankeschön fenster auf leider ist nicht viel wind deswegen nur das stückige etwas raus geht aber das reicht hier schon ja 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 obwohl wenn wenn es gegenüber liegende seiten vom haus wären das ist ja hier das problem dass ich nur zugang zur südseite vom haus habt quasi mit meiner wohnung wenn ich nach norden raus lüften könnte würde allein der temperaturunterschied zwischen norden und süden hier dafür sorgen dass einfach au 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 würde allein dieser unterschied dafür sorgen dass hier gut luft durchziehen würde aber das ist halt ja ist leider nicht so muss ich mit leben muss ich mir halt irgendwie anders helfen nord-süd habt ihr es kommt kein hauch ja nee das da würde glaube ich sogar rein die die temperatur reichen unterschiedlich aber wahrscheinlich habt ihr halt nicht in den wohnblock wo tatsächlich die eine seite vom haus fünf grad kühler ist als die andere piranhas ne fiese kleine viecher niemand mag piranhas okay das war gerade pures glück dass das funktioniert hat er das problem dass die schlafkinder sind im dach liegen ja gut dach ist auch noch mal was anderes wobei wenn es draußen kühler sein sollte als drin habt ihr ja zumindest den vorteil das ist bestenfalls gerade wenn es oben ist und ihr nach oben hin lüftet dass die warme luft einfach raus steigt wir haben nur noch ein herzchen aber ich glaube das kriegen wir hin ja okay wir sind auf der anderen seite ich hoffe wir werden hier jetzt nicht irgendwie angegriffen oder so das wäre eher schlecht was sprechen die klingonisch ja die sprechen klingonisch ich habe was sagen oder wie auch immer man das ausspricht erkannt okay wer von euch kann klingonisch ich kann es nicht was sagen die weiß dass jemand klingonisch 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 ist tatsächlich eine sehr sehr interessante sprache also tatsächlich auch eine komplett ausformulierte sprache was mich immer wieder fasziniert dass sich da wirklich jemand hingesetzt hat und da auch mal übersetzungen und was weiß ich dafür geschrieben hat aber ja ich weiß was hier ist wo ich weiß was hier ist so alle zart mit der seite denn jetzt bitte mal weg gucken wir haben keine sieben okay ihr dürft wieder her gucken weil ihr habt glück aber das hier ist ein teleporter oder ja 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 das ist ein teleporter das ist wunderbar okay alle tatbeseiteten wieder weg gucken wir haben gerade das letzte opferlamm gefunden alle schaffreunde sowieso weg gucken fertig das ist ganz kathulu sprache ja das kann auch sein das kann auch sein gleiche frage kann das jemand übersetzen ich sage euch bescheiden wenn du wieder her gucken dürfte ich starte in drei zwei eins schaut lieber weg denn jetzt wird's blutig ich dachte das gibt nur eine sequenz aber nein das sind mehrere und dazu unser wunderhübscher schnauzer das passt einfach alles leute ihr könnt wieder her gucken wenn ich das richtig sehe ist haben wir jetzt rambok ja oh gott moment das war doof bis eben dachtest du das ist ein niedliches jump and run es ist niedlich es ist aber auch das wohl vulgärste spiel das du dieses jahr finden wirst also niedlich ja aber auch brutal und eklig und und fakal und alles was du dir irgendwie vorstellen kannst niedlich blutig ja warte wir sind leider mit der hub welt noch nicht ganz so weit aber wir sind auf dem weg zum zu den entsprechenden k kaufen und dann lassen sie das da kommst du nicht her doch hier kommst du her moment moment okay warte okay das geht hervorragend das geht hervorragend du magst es wie denkt ihr werden kalbschnitzel gemacht ja ich weiß das ist schon aber das ist schon das ist schon sehr grafisch es würde ja tatsächlich sowas wie in den streamer modus geben aber ich habe mich da vorhin dagegen entschieden weil ich mir dachte so wozu ihr habt alle sein tels hospital überstanden also übersteht ihr das hier auch das war auch schräg und großartig oh mein gott okay ah so äh da 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 can be translated by in his house a dry need that cthulhu wait streaming okay ich kann mich jetzt zu wenig mit mit cthulhu aus aber das klingt irgendwie so als hätte es eine ganz ganz krasse bedeutung also eine ganz ganz krasse bedeutung aber nice cool cool du 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 nix du du wir sind durch errungenschaft freigeschaltet horn bohren alles klar alles klar ja dann so tut mir leid dass ihr das sehen musstet das war jetzt ein bisschen art brutal aber es gehört dazu und da ist die nächste winkelkatze sehr schön keine sorge die winkelkatze suchen wir tatsächlich nur für eine der sieben todsünden die sammelt die offensichtlich und wenn wir genug sammeln dürfen wir irgendwann mal in deren zuhause und da mal umschauen ich weiß aber gar nicht mehr welche der sieben todsünden das gehört gesammelt hat das habe ich schon wieder vergessen weil ich super vergesslich bin okay gucken wir mal ganz kurz auf die map wo sind wir eigentlich aja wir sind da hinten das ist der teleporter wo ich jetzt nicht hin will das ist der teleporter auf der anderen seite ich will dann nämlich nicht noch mal hin 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 müssen kann ich mich ach so ich sollte für teleporten auch auf dem teleporter stehen das macht irgendwie sinn hier das war ja instant geladen ich habe es mit dem loading screen gerechnet schön ich liebe es so und was davon dafür dass du uns gesagt hast wir dürfen da nicht rüber jetzt ist einfach mal ein bonk leute verteilt bonks bonks sind toll auf jeden fall gut wir suchen noch einmal atommüll glaube ich der müsste hier doch auch irgendwo in der gegend hier ist atommüll ich mag diesen ort das passt gerade so gut was ich weiß nicht wie man es ausspricht das kassoulos wird okay der mythos von kathulu ist so mega geil ich habe mich tatsächlich noch nie großer großartig damit auseinandergesetzt wenn ich ehrlich bin strahlung mehr also dafür dass er mal die weltherrschaft an sich reißen will und uns dann verschont ist sein wortschatz jetzt schon ein bisschen arg begrenzt würde ich jetzt mal behaupten also das ist jetzt schon nicht so wahnsinnig viel was er von sich gibt gibt auch games von ja 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 ich schluss endlich ich bin gar nicht mehr sicher steht kathulu ist doch auch lovecraft oder war das was getrennt ist weil falls ja klar blatt und so so gerne war ja okay dachte ich mir ja ich mag tatsächlich dieses dieses lovecraft ihren gedöns ich habe nur keine ahnung was da dahinter steckt da bin ich ganz ehrlich ich liebe bloodborne aber was da alles an mythos und keine ahnung was dahinter ist war da nicht noch irgendwo so und ich glaube das habe ich gerade aus versehen schon erledigt warte mal wir brauchen ja gar keine sprengfässer mehr oder sprengdinger also nicht dass ich jetzt wüsste dass wir das noch brauchen wenn wir da hinten so ein dings haben weil das sollten wir jetzt eigentlich auch so durchkommen ja easy gar kein problem cool sehr schön sehr schön was kathulu saves the world christmas okay du weißt nur das mit dem verrückt werden halt katholus ruf ja das ist jetzt also ja also bloodborne ist glaube ich mehr ganz allgemein lovecraft der hat ja auch noch was anderes als nur den den kathulu mythos mythos und so weiter und so fort der hat ja ganz ganz viele geschichten und man sieht da unglaublich viele einflüsse eigentlich ist das ganze spiel im grunde genommen dingens warte mal hier waren wir schon interessant habe ich gesagt ich habe eigentlich keine ahnung ich mag aber schlussendlich welten und so weiter und so fort die so gestaltet sind das finde ich immer sehr sehr cool auch ohne ahnung davon zu haben kosmiker ja genau genau das habe ich schon mal irgendwo gehört der begriff kommt mir durchaus bekannt vor also jetzt sehr gut ja dann hoch zum wahl oder würde ich mal sagen wollen sind wir hier nach links gelaufen jetzt laufen jetzt laufen wir hier nach rechts sehr schön die blümchen kann ich nicht machen nein vergesst es leute die scheiße funktioniert bei mir nicht dafür bin ich schnell genug um das mitzubekommen das ist gut das ist gut okay solange nugget glücklich ist bin ich auch glücklich ich hasse es nur dass es so furchtbar fröhlich ist und überhaupt nicht checkt dass er von der versklavter engel ist habe ich jetzt übersehen was ich hier gerade angesammelt habe ich glaube ja das war bestimmt toll wer auch noch nice ja 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 hallo der 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 schaffer von den aliens ich habe von dem schon das eine oder andere mal gesehen durchaus verstörend aber mega gut allein das alien design ist halt absolutes meisterwerk in meinen augen und ich liebe die alien filme fragt mich nicht nach handlung das ist schon zu lange her dass ich die gesehen habe inzwischen und mein gedächtnis ist halt auch einfach nicht gut aber sie sind großartig und prometer ist es bei weitem der schlechteste obwohl ich prometer ist tatsächlich mag so wie sind es eine etage höher was anlauf mal 10 nein anlauf x hoch 10 bitte was hat doch alles wunderbar funktioniert kommen wir da hoch ja gut das war's mit wir sind der ebene höher das ist auch sehr gutes indisch spiel was mein modernes quake möchte das habe ich schon mal gehört ich bin nur absolut kein shooter mensch sagt derjenige der jetzt irgendwann mal quake 40 gekauft und installiert hat aber ja irgendwie flackert mein bildschirm gerade und ich weiß nicht warum das könnte das dlss sein wobei ich nicht verstehe warum das flackern sollte geht's da hoch oh da geht's weiter glaube ich oh cool oh ja das sieht gut aus das sieht tödlich aus aber nicht in dieser höhe dafür sind wir kurz genug oh au okay ich sehe es ja ein das war gemein die neuen filme trifft ein bisschen ab irgendwie du findest es geht ja nicht so gut wie die originaltrilogie und ich glaube der vierte teil war es den gibt es ja auch nicht bei alien also den lassen wir mal lieber weg die ersten drei finde ich in ordnung und sag schon irgendwas sollte ich gerade sagen irgendwo habe ich das gelesen der war so langweilig also der dritte teil oder oder dingens tatsächlich mochte ich tatsächlich mochte ich habe ich vergessen wie der film heißt wow bitte was ja ich habe gerade echt vergessen wie der film heißt ist es noch keine fünf minuten her dass ich seinen namen gesagt habe what the fuck what the fuck hirn der mit s glaube ich war der mit s ich glaube ihr wisst welch ich nicht meine den fand ich tatsächlich ganz cool weil die story so schön erweitert hat aber ein bisschen schwierig zu schauen weil tatsächlich so wahnsinnig viel ist halt nicht passiert und hast du da gerade quake gehört ja aber auch nur quake 4 ist der einzige teil den ich glaube ich gespielt habe ich bin nicht hundertprozentig aber ich meine es ist der einzige teil und den mag ich tatsächlich auch sehr gern und den habe ich mir neulich mal irgendwo gekauft und installiert ganz legal tatsächlich aber das spiel ist halt immer noch in deutschland auf dem index deswegen darf ich nicht sagen wo und wie aber gut das ist halt so gut da man einfach die leidenschaft und leidenschaft für das genre beim entwickler merkt ja ok also um zum wahl hoch zu gehen ich wollte schon da hoch hast du noch eine etage tiefer warst ja ja das ist ich wollte da schon schon lange hin aber ich will eigentlich auch zu den kackwürsten quake 4 ist nicht schlecht ja ich will ich finde den auch cool vor allem war damals das aiming noch bei weitem nicht so präzise wie heute und das hilft mir sehr sagen wir es mal so ich kann spielen ohne nur drauf zu gehen und andere tournament war mir immer zu schnell dass da bin ich nie mit klar gekommen nicht so wirklich du bist mir quake aufgewachsen doom quake und so ja ja ok ja ich glaube die meisten hier haben so ziemlich das alter ja quake boxen sind halt groß ja und das wie gesagt ich bin kein shooter mensch aber das ist da kann nichts da kann nichts so wir quatschen mal kurz mit ihm hier oh hey man du bist hier wegen der sushi bar oder guck man das ist echt cool und so ist es nur wir können dich da nicht hingehen lassen man alter das ist ein verdammter wahl über den wir reden also ziehen wir ihn dort runter weißt du zurück in seinen natürlichen lebensraum und so hör zu man ich will keine prügeleien und so aber wenn du die barriere überschreitest bist du so gut wie tot das ist nicht die barriere ich frage mich aber was da unten rum fliegt was ist das das könnte eine unserer zutaten sein naja ok erstens welche barriere zweitens warum soll ich so gut wie tot sein oh weil da oben ein schiff ist das uns abschießen will wahrscheinlich oh deswegen das luftschiff ist hier von den nennen wir sie mal rebellen von dem einen typen der so wunderbar gut reden kann gut das war noch easy das ist jetzt auch noch nicht so schwer hier bleiben wir mal kurz stehen ich übersehe hier gerade bestimmt dinge oder ich will keine dinge übersehen warte mal war das schon die tödliche passage warte mal warte 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 ok wir haben ja jetzt eine coole fähigkeit sehr gut da kommen wir easy durch was es mit diesen teilen hier auf sich hat ist mir immer noch ein rätsel das wird sich bestimmt noch irgendwie raus herausstellen du hast tatsächlich das ganze zeug nachgeholt zu der zeit war warst du noch zu jung ah ok ja verstehe verstehe du hast mal mitbekommen wie dein onkel serious sam gespielt hat als es noch neu war oh wow das ist wirklich lang her oder gta 3 du warst da 5 oder so ja ok ja gut ja verstehe verstehe ich weiß gar nicht mehr ob ich serious sam selbst mitbekommen habe ich bin mir das gar nicht sicher ich kann mich an irgendwelche artikel dazu erinnern aber ich bin nicht mehr sicher ob das der erste oder der zweite teil war so cool wir sind beim wahl angekommen beim äh beim wunderbaren sushi restaurant im inneren des wahls ich verkaufe luft frische und gesunde bergluft schön habt ihr schon mal leute gesehen die tatsächlich irgendwie auf dem berg laufen und dann irgendwie die flasche auspacken und die aufmachen und dann zumachen und dann behaupten ja sie nehmen die guten bergluft mit und bevor er mich jetzt für doof erklärt so leute gibt's nicht oh doch die gibt es habe ich alles schon live gesehen das ist völlig wild die packen wirklich die plastikflasche aus lassen da luft rein strömen drücken sogar noch extra drauf damit die alte luft raus geht und dann nehmen sie die gute bergluft mit ja sachen gibt's von denen denkt man nicht dass es sie gibt und doch gibt es sie okay wir müssen hier rüber zack sehr schön inside out sushi ich dachte das wäre im magen okay ja gut sie haben den hier schon ein bisschen wow der hat ganz schön rote augen ein bisschen tut er mir ja leid ne aber halt auch nur ein bisschen das quake 3 arena früher in der esl gezockt oha ich war mal richtig gut in need for speed underground im ersten teil das ist aber schon sehr sehr lang her sehr sehr lang aber nie irgendwas offizielles aber laut ranglisten war ich glaube ich irgendwo in den top 10.000 weltweit was damals was glaube ich schon eine leistung war okay das ist das sushi restaurant inside out im wahl wohlgemerkt und der gute wahl hat entweder karies oder da ist eine bombe drauf explodiert man weiß es nicht man weiß es nicht okay äh ha hi wer bist du ja hallo willkommen im inside out wo du den wahl essen kannst im inneren des wahls eigentlich bin ich überrascht so schnell neue kunden zu sehen sie wissen schon mit diesen spinnern die die straße zu unserem restaurant lockieren ich hoffe sie äh ich hoffe die kommen nicht auf dumme gedanken okay ähm ah gut wir müssen also erstmal was war das ich glaub das war ein riesen ein popel oder irgendwie sowas in der richtung okay dieses loch ist der einzige zugang zur sushi bar mhm das ist ärgerlich ich habe höhenangst und dann stehst du am rand des loches warte auch vorhin konnten wir auch jemanden schubsen oh mein gott ist das eklig irgendwelche pusteln ausdrücken das ist ja schlimmer als pickel aufdrücken okay ich glaube wir sind da im restaurant ich weiß nur noch nicht genau was wir hier machen lecker super lecker also echt jetzt andererseits wir sind halt auch der dämon des schlechten geschmacks oh kack 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 sagst du auch was nein das ist ja eine reservierung äh ne ich bin spontan hier das äh tut mir leid wenn ihr nicht auf mich vorbereitet seid aber ich glaube ihr habt noch ein bisschen was ihr hier abschneiden könnt das geht schon ihr kriegt das hin da bin ich zuversichtlich genau dein humor ist es so großartig ist halt auch genau mein humor es ist der furchtbare humor eines zwölfjährigen der blutiges zeug ähm blutige filme gesehen hat irgendwie so ah da seid ihr hier kammerjäger richtig klar und das nicht eine minute zu früh wir brauchen wirklich jemanden der sich um dieses ungesicht verkümmert oh und äh versucht nicht zu viel aufsehen zu erregen okay wir wollen die kunden nicht verschrecken irgendwie mag ich dieses betreten verboten schild sehr ich weiß nicht warum aber ich mag's okay wir sind also jetzt der kammerjäger ich ahne allerdings wo das ganze hier endet denn ich hab da schon möglicherweise was im trailer gesehen okay gut die zerlegen halt wirklich den wahl von innen also so viel war klar und irgendwie ist es verstörend und toll gleichzeitig so aber wie viel sushi hier rausfallen muss okay und schließt muskeln mit näherung sensor alles klar kann man machen so und jetzt was oh hey hier hier muss die kammerjäger sein ihr müsst den weg durch diese halle finden aber keine sorge ist echt viel sicherer als es aussieht das äh war dein wuhu danke für den oh mein gott aber warum wo wie was wo kommt es dieses fette messer hierher das ist eine harpune aber ob die die idioten da draußen oh mein gott hier rein dingsen weil sie der meinung sind sie tun dem wahl irgendwas gutes sie sie ziehen ihn jetzt da runter vom berg um ihn zurück ins wasser zu bringen oh nugget genießt das echo cool bis denn der moment war premium der moment war es super okay warte oh mein gott wir haben zwar ein edelsteinchen ausgelassen aber das ist glaube ich damit kann ich leben damit kann ich gerade echt leben fährt das ding denn nicht okay das ding fährt nicht darüber nein 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 die drei ups okay das müssen wir offensichtlich nochmal machen das war eine ganz ganz fiese misskalkulation meinerseits ah ja sehr schön das spiel ist also so dass es uns die katzi nicht nochmal vor die nase führt das finde ich in ordnung das finde ich sehr angenehm sogar ähm hier ja okay das ist alles viel viel knapper als ich das gerne hätte so jetzt machen wir es so das ist deutlich sicherer wie es ausschaut okay da ist unser checkpoint wie kommen wir da hoch können wir uns hier hoch hangeln ja so ja hi wer bist du denn du bist doch wow alter weißt du das wir sind echt in einem wahl und die sind überall so verstopfte arterien und so ich wollte die gerade mit der kanone da entkalken aber mein chakras ist doch nicht richtig okay moment wir richten also wir richten es nicht unbedingt ein chakra aber ich guck mal was ich was ich tun lässt okay okay wir können da hoch gabeln ja sehr schön so dann kommen wir nämlich doch an den kristall ich dachte schon ich hätte den irgendwie nicht nicht ich habe es irgendwie geschafft dass ich den nicht nutzen kann das war ein bisschen zu hoch immer noch immer noch ja ich sollte auch mit kimme und korn zielen und nicht übers rohr so ja und so geht das nämlich hervorragend ok dann haben wir das erledigt und hast du was neues zu sagen den dialog hatten wir schon alles klar ich glaube die pusteln sind alle weg ne ja wirkt so ich finde es ja toll dass hier auch im wahl im erntebereich überall lautsprecher rumhängen da zum beispiel die diese wunderbare musik hier machen hallöchen hansen einen wunderschönen jetzt muss ich mich ganz kurz hier herstellen damit du meinen wunderbaren schnauzer hier beäugen kannst das ist jetzt ein bisschen creepy so war das nicht gedacht warte warte hier dieser schnauzer ist nur für euch hi dankeschön für den raid und hallöchen mörkel wie wahrscheinlich eher hallöchen hansen hallöchen kilunen absolut hi na ihr und dankeschön natürlich sowohl für den raid als auch für die glückwünsche ähm und willkommen bei äh bei bei hellpie dem wohl ekligsten und äh obszönsten spiel das ihr dieses jahr sehen werdet und genau deswegen ist es großartig für die die mich nicht kennen ich heiße übrigens benni wir machen hier dinge ähm quatschen und in die games gerne unbekannte in die games gerne in die games von deutschen entwicklern gerne schräge in die games und ähm dieses spiel deckt zwei dieser punkte ab schräg und deutsch tatsächlich ich sehe gut aus sowohl im spiel als auch vor der kamera ja ja ne ja wer ist dieser engel der der da oben rum fliegt das ist äh das ist nugget ich bin gar nicht sicher ja man 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 sieht man man kann es ja ahnen dass er unten tatsächlich auch ein anhängsel hat ich weiß nicht warum ich euch das jetzt gezeigt habe aber das ist die basis des humors für dieses spiel wir befinden uns übrigens gerade in einem wahl in dem sich ein sushi restaurant befindet nur damit wir ein gemeinsames level der absurdität festlegen ein kleiner nugget hängt am nugget genau das ja ähm es ist großartig das spiel warum spielen wir das ausgerechnet heute erstens ist es heute rausgekommen zweitens ich habe heute geburtstag drittens die story des spiels ist zutaten für den geburtstagskuchen von satan zu sammeln also perfekte kombi aber genug von mir was habt ihr tolles gemacht was habt ihr tolles gemacht habt ihr wieder satisfactory gespielt oder heute was anderes also das letzte mal dass ich hansen gesehen habe war halt satisfactory dran das ist jetzt glaube ich auch schon ein paar wochen her wenn mich nicht alles täuscht so achso für alle diese spiele übrigens selbst spielen wollen oder kaufen wollen da habt ihr ganz ganz viele tolle links ähm warte mal steam ist dabei gog ist dabei epic oh nice der epic link ist auch dabei den habe ich nämlich vorhin erst gepflegt in der igtb oh cool das ging das wurde schneller released als ich dachte was habt ihr wohl gemacht du verstehst die frage nicht ich weiß es nicht habt ihr das auch gespielt habt ihr auch help high gespielt wirklich ja falls ja dann seid ihr umso mehr hier willkommen als werdet ihr das sonst nicht also jetzt nicht falsch verstehen aber wer help high spielt ist definitiv und wer help high guckt gehört definitiv zu den guten menschen doch sucht dies factory oh ja auch das lass ich gelten auch das ist toll oh mein gott jetzt hat die kamera plötzlich geschifftet Hansen du bist in in satisfactory auf jeden fall so viel weiter als ich das jemals war oh du kennst gerade keine anderen spiele als satisfactory achso ne Hansen kennt gerade keine anderen spiele als satisfactory dafür wird es da gerade richtig gut ja ich hab irgendwann mal angefangen als update 5 kam und ähm irgendwie äh was denn das sind für komische Viecher ähm ich bin nie weiter als bis zur Kohlekraft gekommen warum weil ich unbedingt schön bauen und massiv bauen wollte und äh dann habe ich es nie geschafft ein Kohlekraftwerk zu bauen das meinen Wünschen entsprach und ja da stehe ich nun ich glaube das war tier 3 wenn mich nicht alles täuscht ich bin aber nicht mehr 100% sicher ja musst aber erstmal aufs Klo der Klassiker nach dem Stream ja das das kenne ich gut ja das kenne ich sehr gut hm du warst bei Öl danach hat es bei dir aufgehört ja ok ok manchmal lässt du Buchstaben merkt du alles gut alles gut ich schreibe gerne zwei Großbuchstaben hintereinander weil ich zu doof bin äh rechtzeitig meinen Finger von Shift zu nehmen also von dem her ich glaube jeder von uns hat irgendwie irgendwas was ihn besonders macht beim Schreiben aber zu deiner Frage ob das neue Update draußen ist Update 6 ist im Testing also im Beta Branch man kann schon drauf wechseln und es bietet so viele coole neue Features und vor allem die überarbeiteten Regionen das ist der Hammer ich bin ein riesen Fan davon und ich habe auch tatsächlich kurz überlegt ob ich das Spiel auch nochmal beginne und gucke ähm aber ich kenne mich dann versuche ich wieder schön zu bauen und das Schönbauen ist immer ein Problem bei mir weil das funktioniert nie das probiere ich in Minecraft auch einmal im Jahr und dann höre ich wieder mit Minecraft auf weil ich einfach nicht äh ja weil ich einfach zu doof bin schön zu bauen ich kann das nicht so da hat es vor uns schon jemanden zerfetzt oh ich wette wir kriegen hier auch eine Zutat für den Kuchen lasst mich mal ganz kurz ins Buch gucken ähm hier Sashimi bucht ok wir brauchen ein pinkes Pulver verrottende Tentakel wir brauchen einen Tampon wir brauchen ein verdorbenes Ei und ein graues Ei das frische Ei haben wir schon das war nicht unbedingt so lecker und wir haben jede Menge Zeug und ich glaube ich kann hier alles freischalten 6, 12, 10 ja ok nee wir warten bis wir 18 haben dann schalten wir alle 3 auf einmal frei und dann ist gut Hallöchen Yoda One Soda schöner Nickname sehr schöner Nickname Hallöchen Hallöchen oh warte mal wir müssen nach oben oder sollte ich erst nach unten ich glaube man sollte immer erst nach unten bevor man nach oben geht weil hier nämlich unter anderem das hier ist so sehr gut das sieht echt fancy aus das Spiel hier es ist vor allem so gut und es ist absolut großartig ich bin mir gar nicht mehr sicher was Sluggerfly vorher schon in den Spielen gemacht hat das ist definitiv kein Erstlingswerk ähm da war aber auch schon das eine oder andere Bekanntere dabei ich weiß aber gerade nicht mehr was weil mein Gedächtnis so unglaublich kacke ist ich habe es vorhin mal nachgeschaut auch der Bureintrag fancy ja 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 absolut wie teuer sind denn die Electric Cowboy Skins ähm den hier haben wir einfach gefunden tatsächlich ähm der lag hier in der Welt irgendwo rum also ich bin nicht ich weiß natürlich jetzt nicht ob das für alle gilt ähm ich habe auch damit gerechnet dass man die kaufen muss wie die anderen Klamotten auch aber der lag tatsächlich einfach ja der war da und dann war ich überrascht und happy oh Gott ne bleib mal bitte auf dieser Kiste dankeschön so ok sehr gut das ist nice das ist voll gut ja ich suche ja den äh ich bin ganz ehrlich und ich glaube das werden wahrscheinlich die meisten machen ich suche den we got the move skin den will ich unbedingt haben ähm aber der Pumped Skin ist natürlich auch schon mal ziemlich nice abgesehen davon dass es die nur für Nate gibt und offensichtlich nicht für oh mein Gott wir müssen da rüber ähm also zumindest wäre mir das noch nicht bekannt dass es die auch für 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 Nugget gibt ok wo müssen wir hin ach da drüben ist ok wartet äh wo war denn hier da ist Futter für Dingens oh nein oh oh Gott oh 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 gut wir müssen nochmal hoch das ist in Ordnung das ist in Ordnung in Ordnung so ok gar kein Thema haben wir sonst noch was übersehen naja da unten ein so ne Pustel da ne Pustel ja die kann ich jetzt aber liegen lassen das ist in Ordnung ähm der äh der alberne Topfschnitt ist super ja du glaubst nicht wie oft ich dieses Video schon gesehen habe dieses Musikvideo ich glaube es geht an die dreistellig also es ist im dreistelligen Bereich dass ich das gesehen habe oh oh da oben ist was und hallöchen schnaju sind das da graue Haare du meine ersten grauen Haare hatte ich damals mit 19 so ziemlich genau eine Woche nachdem ich mit meiner Arbeit angefangen habe mit meiner Ausbildung der erste große Job quasi und äh instant graue Haare bekommen nice das äh ja seitdem wird das hier unten am Bad immer mehr und hier und ab und zu zupfe ich mir mal ein komplett äh weißes Haar raus sehr schön erstmal guten Abend und herzlichen Glück Schwein da stand mal Glückwunsch Dankeschön für die 100 Bits Dankeschön und natürlich für die Glückwünsche Schneigo wie geht's dir ich hoffe alles gut bei dir bei dir sind die grauen Haare alle im Bad ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlimm also mal davon abgesehen dass ich überhaupt kein Problem mit grauen Haaren habe ich finde die verleihen einen äh Charakter sie lassen einen weiser aussehen als man möglicherweise ist auch das ist unter Umständen ein Vorteil aber wenn wenn es halt irgendwie so komplett schwarz ist also gerade im Bad oder so das ist irgendwie irgendwie auch ein bisschen langweilig wenn ich ehrlich bin da dürfen schon ruhig graue Haare rein da dürfen schon ruhig graue Haare rein El Charo Champion of the Universe absolut oh Gott was ist das hier oh schön wir haben schon wieder zwei äh Lammköpfe zum äh ich wollte fast Opfern sagen aber nein wir befreien sie nur von ihrem Leiden von Opfern kann nicht die Rede sein ok wir müssen offensichtlich nochmal äh große fette Pusteln abschießen oder Eiterbeulen oder was auch immer so ok läuft wunderbar äh Herzen haben wir noch die sind voll so sehr gut hier drücken wir auch nochmal mhm mhm dich stört das auch nicht man kann eh nichts äh eh nichts gegen machen außer färben dafür wärst du zu faul ja ja es es ist einfach so und ne wir werden alle nicht jünger und äh klar färben ist ne super Möglichkeit aber man kann auch einfach manchmal zu seinem Alter stehen also meistens sieht es ja nicht mal schlecht aus gut aber Eigenwirkung ist halt was anderes als die Außenwirkung ne das das ist halt ja du bist gerade ein bisschen mehr am lurken hast dein iPad gezückt das ist erstens gar kein Problem zweitens das iPad gezückt klingt ein bisschen nach äh du zeichnest was oder bist gerade kreativ am iPad was ich cool finde auch wenn du andere Dinge machst ist auch cool nicht falsch verstehen aber ich kenn das tatsächlich mehr so im Kontext so ich habe jetzt gerade angefangen irgendwas zu zeichnen oder so ähm so da sein so okay alles gut okay jedes Mal wenn jemand sagt dass der Name Schnaju geil klingt hast du so eine Streamer im Ohr der schreit Schnaju halb Schnabeltier halb you ja 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 ich auch tatsächlich ja ich höre das auch jedes Mal wenn ich den Namen lese jedes einzelne Mal so äh wir müssen äh glaube ich müssen wir da hoch ne das ist rein optional okay oder wie kommen wir denn da hoch okay wartet mal lass mich mal eben schnell oh oh Gott okay Glück gehabt ähm bissl kreative Gedanken halt umsetzen ja nice sehr cool sehr sehr cool ach Ciao und Willkommen verschwitzt in den Chat ei Hallöchen Willkommen beim äh ja aufs schönsten spiel dieses jahres und zwar mit abstand und ich liebe alles daran nein die puzzeln sind wieder da wo das ist jetzt das ist jetzt gerade gar nicht gut dass die puzzeln wieder da sind okay das könnte ein bug sein will ich gerade mal kurz festhalten wäre tatsächlich nicht der erste den wir heute finden glücklicherweise nichts was absolut game breaking ist davon habe ich in letzter zeit genug gefunden aber eigentlich sollte sich glaube ich eigentlich sollten die dinger glaube ich nicht respawn wenn man hier an dem jackpot stehe jackpot checkpoint steht bist du mein discord gejoint ja nice sehr cool willkommen willkommen kann später mal was zeigen genau was du machen musst ist einmal auf den daumen drücken in dem channel in dem du gelandet bist dann kriegst du zugriff und wir haben einen arzten kraft channel der ist im themenbereich hast du schon ja nice vorbildlich war was zum das war das hat mich einfach darüber gebildet okay sehr schön sehr schön aber ja gerne 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 irgendwas teilen wenn du irgendwas cooles hast also ganz egal ob gezeichnet ob gebastelt ob geheimwerkert was auch immer alles was kreativ ist das gerne gesehen und was steht auf meinem shirt i don't get older i level up das ist aber purer zufall dass das heute oben auf meinem auf meinem t shirt stapel lag das war nicht irgendwie speziell ausgesucht aber ich dachte mir so ja cool wenn das da schon liegt dann nehme ich das doch für heute okay okay wir landen einfach mal auf dem messer das ist auch geil auch gut glücklich ist gute nacht an alle und wenn ich will nicht mehr so viele ziegen ich bemühe mich aber ich glaube wir haben warte wir haben hier beide hornscheine gefunden in dieser welt also keine sorge heute werden keine keine ziegen mehr gequält sehr wahrscheinlich gar nicht hört du bist level 40 ja ich jetzt 34 aber das ist voll in ordnung früher konnte man nicht früh genug 18 werden heutzutage wäre man gerne wieder ein bisschen jünger wobei ich muss auch ganz ehrlich zu sagen dazu sagen wenn jünger dann irgendwie so mitte 20 oder so dass das wäre in ordnung aber ich habe jetzt auch kein problem damit über 30 zu sein nicht 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 falsch verstehen 34 das tut mir leid ich weiß ich bin ich bin zu alt für diese welt und ich hätte eigentlich schon lange abnüppeln sollen aber ich kann nichts dafür ich bin offensichtlich langlebig ich habe offensichtlich gute gene wir müssen erst darunter zur kanone das ist perfekt gesprungen ich habe halt 364 weitere t-shirts das passt halt immer genau nee leider nicht leider nicht ich habe qwerty bisher nicht komplett leer gekauft aber ich habe schon so weiß ich nicht 20 30 qwerty shirts hier rumliegen obwohl er 40 die sache ist nur in einige pass ich momentan nicht mehr da habe ich ein bisschen zu stark zugelegt dafür und dann habe ich das problem sollte ich mal abnehmen dann pass ich zwar die alten shirts aber dann sind die neuen halt irgendwie auch zelte und dann kann ich wahrscheinlich noch mal neu kaufen was nicht so geil ist also prinzipiell unterstütze ich qwerty gerne aber das ist jetzt für mein geldbeutel hat nicht so geil wenn ich die noch mal kaufen muss aber ja stopp 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 wo muss ich denn eigentlich hin wir fliegen erst mal hüpfen erst mal hier rüber naja dann aufs messer auf messers schneide und dann müssen wir darüber und diese komischen viecher erledigen zu alt für dich ja das ist also wenn du 34 uff schreibst dann gehe ich davon aus ja und du kennst mich inzwischen lang genug dass ich mir für solche kommentare auch nicht zu schade bin okay nächster schließmuskel hat jemand ahnung von wahl anatomie haben die tatsächlich irgendwie so viele schließmuskeln und mehrere mägen und keine ahnung was wir sind ich glaube dass es die zutat die wir brauchen das tentakel selbes alter wie du denn noch jünger hättest du nicht gedacht hatten wir das nicht tatsächlich schon mal ich bin mir gar nicht mehr sicher ist uns das nicht schon mal aufgefallen so zutat gesammelt wir haben den verrottenden tentakel nice das heißt wir haben zwei von sechs zutaten in diesem level so bonk mich mal da hoch sehr schön guten tag guten tag ich habe diesen hebel genau im richtigen moment betätigt damit ihr hier rein spazieren könnt nice lieroy richtig nice hast dich gut gemacht zufall ich glaube nicht du bist ein magier lieroy mit hellseherischen fähigkeiten definitiv okay wo sind wir denn jetzt ich dachte wir wären jetzt durch mit dem level aber offensichtlich nein interessant okay ja dann bomben wir hier auch noch ein bisschen was weg gar kein thema das scheint ein bonus ding zu sein komm dass das geht oder ja easy oh mein gott die frames brechen gerade ein aber in game man glaubt es nicht aber das spiel ist ziemlich hardware intensiv und vor allem wenn man es mit raytracing spielt und ja es hat raytracing und es hat vorhin vor allem im menü mein komplett den stream zum ruckeln gebracht und wahrscheinlich ist auch das wort erstmal weiß nicht du weißt nur dass das herz super langsam schlägt und die sehr alt werden ach so von 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 wahlen stimmt ich hatte gefragt wegen wahl anatomie kann sein du bist vergesslich wie sonst was ihr zogobill da schenken wir uns nicht viel ich auch kennt man ja oh mein gott oh mein gott das wackelt glück gehabt oh wir sind hier noch gar nicht durch oder also noch nicht so wirklich oh warte mal da hinten ist oder hinten ist eine quest da hast du es schön gibt studien dass die herzfrequenz im zusammenhang mit dem alter gesehen werden kann bei wahlen oder bei menschen wahrscheinlich beides ja was mache ich jetzt hier drüben ich muss irgendwie da komme ich nicht rüber also dahin zu dem checkpoint und hier offensichtlich auch nicht da fehlt doch was allen leben will allen lebewesen ja das das dachte ich mir jetzt fast okay ich muss glaube ich noch mal da hoch aber wie komme ich jetzt da hoch nee warte mal da oben waren wir nie waren wir da oben leute ich bin lost ich habe den überblick verloren wo waren wir denn jetzt warte mal noch mal kurz zurück nee passt schon und schnaju danke für den lurk dankeschön wieso brauchst du so einen titel raytracing das haben sie tatsächlich beschrieben weil warum nicht und tatsächlich ist das gibt schon auch ein paar coole sachen also guck dir mal da hinten allein die reflektion von diesem wunderbaren checkpoint hier im wasser an ja das würde rein theoretisch auch über dings gehen aber siehst du das da unten auf diesen wellen das ist raytracing unter anderem oder dann auch sowas wie brillen gläser oder keine ahnung halt alle möglichen glas strukturen und so weiter und so fort gleichzeitig haben sie dann aber auch festgestellt so oh fuck oh fuck oh fuck raytracing bringt einfach jeden rechner zum schmelzen wir brauchen auch noch dlss und das haben sie dann auch eingeführt und dann war so okay cool das ist nice das war so ganz kurz zusammengefasst der post zum raytracing und ich liebe es und deswegen musste ich es aktivieren und deswegen habe ich das spiel auch nicht auf der ps5 gekauft sondern auf dem rechner wo wie wo ich halt eine rtx drin habe so jetzt pass auf ich muss irgendwie darüber kommen glaube ich das wird jetzt ganz ganz furchtbar sage ich doch wie war mein tag bisher hatte ich einen schönen geburtstag ich kann nicht klagen also ich habe nicht sonderlich viel gemacht ich bin um vier uhr ins bett bin um ja elf rum nee stopp um halb zehn war ich aus dem bett ähm nein nicht halb zehn halb elf jetzt bringe ich gerade die seiten durcheinander ähm und dann habe ich eine schon wunderbare hunde runde gedreht mir frühstück beim französischen bäcker geholt und dann äh hab ich oh oh den rest hier auf der couch verbracht also nicht hier auf der couch weil meine couch ist nicht hier fuck meine couch ist nicht hier ähm also die steht halt da hinten rum aber es war dann sehr sehr angenehm und entspannt sage ich jetzt mal warum schieße ich das zeug hier kaputt wenn da eh nix ist sag mal das bringt doch gerade gar nix oh was wow voll abgerutscht rtx ist mega ja es ist so geil es lässt spiele schon komplett anders ausschauen wenn es gut umgesetzt ist muss man einfach echt dazu sagen und wenn man schon eine rtx karte hat warum nicht ne also da kann ich den entwicklern nur beipflichten mit ja warum nicht und für den größten fuck teil läuft es auch stabil ab und zu bricht die framerate mal ein kleines bisschen ein aber ich glaube wir haben hier tatsächlich ein level gefunden mit dem ich sehr gut leben kann bei console wars bist du raus master race was das beste ist etc ja ich auch ich auch absolut das bringt einfach niemanden was das sind vollkommen unnütze diskussionen also ich selber bin bin playstation äh spieler ich hab noch nie in meinem leben eine microsoft konsole besessen das liegt aber gar nicht mal daran dass ich was gegen die microsoft konsole hätte gegen die xboxen sondern es liegt einfach daran dass ich halt oh gott gerade noch so gerettet dass ich halt schon immer der playstation mensch war hm und halt mit der ps1 angefangen habe dann zur ps2 zur ps3 zur ps4 und jetzt zur ps5 und spätestens seit microsoft den gamepass eingeführt hat sehe ich halt eigentlich auch keinen grund mehr eine xbox zu holen obwohl die schon inzwischen verlockend ist aber die ist halt ähnlich schlecht zu bekommen wie dingens äh wie die ps5 oh wir haben es mal wieder nach oben geschafft ich bin nice und hallöchen lp hi hallöchen hallöchen noch rechtzeitig alles gute zum geburtstag ja dankeschön tatsächlich ja ich hab voll die zeit übersehen ich hab vorhin mal irgendwann auf die uhr geguckt dann war es glaube ich 10 jetzt ist es fast 12 das spricht tatsächlich sehr für dieses spiel ne warte so jetzt kontrolliert wow das war stylisch das war stylisch du möchtest dir den xbox series kühlschrank holen gab's den nicht in klein oder war das was anderes doch das war eigentlich nur so ein kleiner getränke kühlschrank ne also klein ganz in groß gab's den ja nie minecraft rtx sieht auch so mega gut aus ja das hab ich auch schon mal gesehen kein gamble ich hatte noch nie chat games und werde niemals chat games haben ähm ich find die furchtbar weil die den äh äh oh ich kann da dran ich kann da gar nicht drauf landen das ist ja gemein ja dann was probiere ich dann hier eigentlich gerade das weiß ich dann selber nicht so genau ähm ne chat games bin ich tatsächlich bin ich überhaupt kein fan von ich finde die stören extrem den den fluss im chat hätte twitch noch mehrere chat rooms quasi pro channel dann ja aber dann halt nicht im main channel sondern eben in den äh getrennten channelen davon aber ne ganz bewusst keine chat games dein freund stand damals auf einmal mit einer ps5 vor der tür seitdem steht seitdem steht die bei dir rum ich muss zugeben ich hatte die ich hab die seit seit release ne und ich nutze die viel zu wenig ich hab die jetzt diese woche für äh für stray mal ausgepackt und für ähm oh das sind die falschen hörner die da wollte ich ähm für stray und für entling beide sind übrigens auch hervorragend gute spiele ähm das war voll gut das ist ja doch zu machen hier rüber ja nice ha da hab ich jetzt nicht mit gerechnet wenn ich ehrlich bin ah okay damit auch nicht dass ich da nach oben fliege aber die ps5 an sich ist mega also ich mag die sehr wobei sich die jetzt technisch halt zur zur series x ähm nicht so wirklich wahnsinnig unterscheidet ist nahezu die gleiche architektur da drin mega flops oder terra flops hin oder her das macht absolut gar nichts aus ähm und äh ja nein diese ganze oh aber meine konsole ist so viel besser als deine das ist einfach nur so ne kann man gut und gerne drauf verzichten gammel gänse hat es dir einen tag an dadurch nervt äh ja ne genau dadurch kann man nichts normal lesen ja richtig es unterbricht halt einfach alles wie gesagt wer hätte twitch noch irgendwie mehrere channel oder mehrere chaträume pro channel dann gar kein thema aber ne dafür dürft ihr in der pause bei mir tetris spielen ne chat plays hat auch nicht jeder hat auch nicht jeder so ich quatsch mal kurz mit dem hier oh hallo hatte gar keinen besuch erwartet jedenfalls keinen lebenden was führt euch hierher äh ich will raus fühle ich ich stecke hier seit monaten fest aber ich habe jetzt endlich nen plan hinter dieser wand sollte ein ausgang sein ich habe diese mine so manipuliert dass sie explodiert und uns den weg frei macht es ist ne heikle prozedur die sorgfältige planung und berechnungen erfordert habe ich natürlich alles schon erledigt leider habe ich meinen zünder verloren als ich im oberen stockwerk von den verdauten angegriffen wurde wenn ihr den zurückbringt sind wir in einer minute hier raus okay oberes stockwerk heißt es ähm was ist oberes stockwerk wo muss ich hin dafür da hoch was oh da hoch oder ist das jetzt der punkt wo wir da oben raus kommen und warum zum henker ist oh das ist die riesen oh gott das ist die mine okay äh das äh ja verstehe das kann man machen gut ach so hier hat kein problem dann können wir bestimmt auch hier hochklettern nein können wir nicht aber da können wir uns hier hoch schwingen um dann da hoch zu klettern so okay tetris ja 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 ich hab ne interaktive Pause bei mir kann tatsächlich im chat tetris gespielt werden aber es ist sau schwer okay wie komm ich da hoch ich hab das Gefühl dass da eigentlich ein messer durchfliegen also ne Harpone durchfliegen sollte ähm ne nein nein ne okay haben wir die Quest jetzt schon ich bin mir gar nicht sicher ne ich glaube nein ich rede nochmal ganz kurz mit ihm ähm da will ich nicht entlang nicht dass ich wüsste wie komm ich da hoch also da drüben kommt definitiv noch ne Harpone durch aber wie und wann okay so hast du wohl ne PS5 als die Series X stehen äh auch nebeneinander und bisher haben die sich nicht bekriegt weißt du also nicht woher der Beef kommt ja das ist naja das ja glaube ich irgendwo auch historisch bedingt das ist wie die Browser Kriege damals niemand spricht darüber aber sie waren da nein oh shit das hätte fast funktioniert glaube ich oh das hätte fast funktioniert die Idee war eigentlich gut wir reden jetzt nicht mehr mit ihm weil die Quest ist sowieso eindeutig die müssen wir machen okay Turbo Sprung Sprung Schwung Schwung Kletter mhm fast fast wir schaffen das wir schaffen das ich habe irgendwie das Gefühl dass das nicht der Weg ist wie es sein sollte aber das ist der Weg den ich jetzt hier sehe und im Zweifelsfall ist der Weg den ich sehe immer der Richtige ich glaube ich muss ein bisschen weiter nach rechts so wo ich weiß nicht warum der zweite Schwung nicht geht okay wartet es kann doch nicht so schwer sein so und warte mal warte mal einmal springen schwingen nochmal springen und dann schwingen also abwechselnd das kriegen wir hin glaube ich hoffe ich denke ich LP wie geht es hier eigentlich ich habe noch gar nicht gefragt er will sich hier nicht wirklich festhalten so halte dich doch fest Nate das kann doch nicht sein hätte ich mit dem Ding möglicherweise da oben dagegen schießen sollen nee so hoch ging die Kanone nicht aber hier hinten ist sonst auch nichts also falls ihr gerade irgendwas seht was ich einfach übersehe dann sehr sehr gerne her damit aber irgendwie habe ich das Gefühl dass ich hier gar nicht mal so falsch bin mit meiner Strategie ist das so ein 3D Jump'n'Run Geschicklichkeitsspiel ja warte oh ich habe da die Schorris nicht eingeblendet ja schon und hallöchen Alpha Dackel willkommen ihr habt gleich die perfekten Links im Chat ihr wisst was ihr jetzt tun müsst ihr müsst jetzt Hellpye kaufen das habt ihr jetzt davon dass ihr hierher geradet habt aber hi wie geht es euch was habt ihr tolles gemacht und dankeschön natürlich für den Raid und hi für die die mich nicht kennen ich bin Benni wir spielen hier Indie Games gerne kleine Indie Games also unbekannte Games gerne deutsche Indie Games und auch gerne schräge Indie Games das hier checkt übrigens Punkt 2 und 3 ab checkt ab ihr wisst was ich meine oh hallöchen Dr. Awesome hi hallo keine Ahnung was bei Manu los war hast nichts gesehen äh hervorragend das sind die besten Streams wenn man einfach nur zuhört sofern man zuhört du hattest damals schon den Deathstream gesehen sah super cool aus ja ich habe gerade vorhin erklärt warum sie Raytracing in das Spiel eingebaut haben das wir übrigens auch aktiv haben weil warum nicht das ist quasi die komplette Begründung und es ist einfach nur großartig also Sluggerfly sind zumindest von dem was man so mitbekommt richtig schön bekloppte positiv bekloppte Spieleentwickler es ist super oh und ihr habt Eldenring gespielt ja nice wie weit seid ihr denn wie weit seid ihr denn ganz gut du bist auch müde und erkältet bis gerade in Gera beziehungsweise Altenburg unterwegs wirst du auch nicht so lang bleiben ach so Urlaub war da was habe ich das schon wieder vergessen furchtbar habe ich eigentlich Control gespielt nein immer noch nicht ich besitze es aber ich habe es immer noch nicht gespielt und ja ich weiß es ist furchtbar ah oh ha 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 Spiel frisst das ich habe es geschafft den Weg der wahrscheinlich nicht so intended war aber egal ich habe es geschafft das ist das einzige was zählt schön ja nice so du bist immer noch so in Love mit Eldenring du würdest sagen du bist noch am Anfang sag mir mal das oder sag mir mal welche Bosse du schon erledigt hast und ich sage dir wie weit du bist also nein ich sage dir nicht wie weit du bist aber ich sage dir ob du noch am Anfang bist letzter Teil vom Urlaub Sonntag fährst du wieder nach Hause ah ok ja ok ja schön ja ich hoffe der Urlaub ist also der Urlaub ist schön der Urlaub macht Spaß und so hoffe ich mal ganz ganz stark alles andere wäre ja kacke aber so wie ich dich kenne nutzt du deinen Urlaub voll und ganz aus so wie es sein soll so wir nehmen den Zünder und bringen ihn zu ihm was soll schon schief gehen du musst dich verabschieden du versuchst jedem Eldenring Spoiler zu entkommen und so viel Spaß wir wunderschönen Menschen ich hätte jetzt nicht groß gespoilert ich hätte nur gesagt Endgame Earlygame was auch immer aber ich kann es verstehen ja ich kann es verstehen genießt das Spiel möglichst spoiler frei absolut absolut dann danke fürs reinschauen hast du gerade eben an dem Baumgeist mit geschwüren die Zähne ausgebissen aber er liegt egal was ich jetzt sage es wird ein Spoiler scheiße fuck das war nicht der Plan ähm wo wo war der ach so ja okay er spricht tatsächlich nochmal das gleiche obwohl wir seinen Schalter in der Hand haben okay okay dann sagt er jetzt was anderes ja du hast den Zünder gefunden wenn ihr mir nun die Ehre erweisen würdet der Rest des Zünders hinten im Raum falls du ihn noch nicht gesehen hast was in welchem ach so da Raum das ist ein Schiff mein Lieber das ist ein Schiff da kann man fahren also auf ja also Magenkürze halt ähm aber egal du bist auch raus morgen nochmal früh los oh ja dann Schlafgutzentwick Schlafgut und äh vielleicht sieht man sich ja wieder ich würde mich freuen ich würde mich sehr freuen ähm ansonsten Soldat Godrix oh das ist definitiv der schwerste äh Boss von allen Baumwächter Wachhund äh zweimal halbmenschen Agil Margit Bestienmensch Bluthundritter Kürbiskopf Steingräbertroll Grabhütter Duellant und dass das Szene der schwarzen Klinge liegt auch ja okay nice das heißt du hast quasi Limgrave abgegrast mhm okay dann du bist noch voll im Early Game ja du bist noch wirklich im Very Early Game wer war nochmal der Soldat Godrix ähm der im Tutorial Malza der schwerste Boss in Elden Ring der absolut schwerste Boss in Elden Ring also ja Discord ist ja auch noch was stimmt ja richtig richtig da war was hab ich wieder vergessen weil Gedächtnis ist furchtbar ja ich hab den Soldat Godrix erst gestern gefightet ähm gut inzwischen vorgestern ähm weil ja ich ich musste gucken ob ich ihn besiegen kann bevor ich zu Malenia gehe und so aber das ist ja scheiße Entschuldigung Alpha Dackel das ist ein Name den hast du jetzt nicht gehört gut ähm ich ich drücke zur Abwechslung äh nein zur Ablenkung einen Knopf und ich ahne schlimme Dinge ich sollte jetzt nicht trinken glaube ich oder schlechte Ohren perfekt perfekt es lädt das ist anders als ich das erwartet hatte Achievement Unlocked Sushi für alle gut wir haben die Attraktion des Dorfes gekillt also nicht wir der andere der hat die Bombe da platziert und äh ich find's toll dass wir immer noch hier mit dem Lift hochfahren können hahaha oh mein Gott ich liebe das Spiel es ist so gut ich 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 liebe es verkaufst du immer noch frische Luft? ja vermutlich die gucken immer noch so emotionslos wie vorher die sind halt auch einfach nur gegen das Establishment ah die sind halt auch noch irgendwie warum auch immer was bewachen sie noch es gibt nichts mehr zu bewachen es ist tot Melanie war doch die Frau von Trump kann sein ja ich glaube ich bin tatsächlich ganz ganz schlecht was Namen angeht so kann ich die Kanone hier eigentlich kaputt machen oh mein Gott ja auf wen kann ich jetzt das kann ich selbst rumballern ich weiß nicht warum ich das tun sollte aber ich kann es oh warte mal ich weiß nicht warum ich das jetzt groß tun sollte aber das hat Spaß gemacht das war schön was ist denn da drüben noch was liegt denn da da sollte ich vielleicht jetzt noch mal hin oh mein Gott das war so nicht geplant das war so nicht geplant ja was das war übrigens im Dungeon ganz am Anfang weil ich gefragt hatte ach so ja dann weiß ich welcher oh ja der ist schön der DS2 Dungeon ich habe den so gefeiert dass ich den das erste Mal gesehen habe und dann fand ich ihn richtig kacke irgendwann und irgendwann habe ich ihn dann wieder gefeiert ich habe dann eine ganz ganz komische Beziehung zu dem aber ich mag tatsächlich den komischen Baumgeist warum auch immer ich mag die ich weiß ich bin wahrscheinlich sehr alleine mit dieser Meinung aber ich finde die toll so okay wunderbar ach ja ich erinnere mich hier war ja auch noch was oh hi hi okay wir haben noch ein Schaf gefunden ähm ein Lamm ein Zicklein ich hoffe es sind Zicklein und keine Schafe du verabschiedest dich auch mal äh gehst mal ins Bett danke für den Stream gerne 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 warum leuchtet das nicht heller warte das ist eine Sache die ich oh wartet mal seht ihr das auch da ist ein Strich in der Mitte und dahinter sieht man ab und zu mal so ein bisschen andere oder ja doch so ein ganz kleines bisschen andere Textur durchschimmern das ist ein Tor das ist definitiv ein Tor und das finde ich gut das finde ich sehr gut okay ne Wasser ist nicht schlimm wir können ja schwimmen kann ich hier hinstellen ja kann ich Moment diesen hier oh okay das hat nichts gebracht und LP äh gute Nacht ich glaube das ich habe ganz viel gesagt aber das noch nicht äh das würde zumindest ganz noch mir klingen äh Teleporter aktiviert das ist schön ich glaube da waren wir schon drin bonk ähm ja hier waren wir schon drin gut bevor wir die das die das genau ähm das Rätsel um diesen Dingens lüften oha oh jop das hat nicht ganz so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe äh bevor wir das lüften glaube ich würde ich hier mal nicht Ende machen sondern noch den äh vermutlich äh das letzte Atommüllfass für unseren Freund den Dings äh finden oh was ist denn hier oh au ich wurde getroffen oder ich weiß nicht was das war aber es war offensichtlich nicht so gut äh lass mich mal ganz kurz gucken finde ich da drüben ein Atommüllfass ich glaube nein das Einzige was ich weiß ist Piranhas sind scheiße oh die Dropkick Fische ich finde die super äh okay wartet 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 irgendwo hier ja okay so ist besser so ist deutlich besser diese komischen Drecksviecher irgendwo hier müsste es doch garantiert okay eine Winkelkatze das ist schön so ich suche jetzt tatsächlich ganz 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 spezifisch dieses Atommüllfass weil da drüben ist es einfach nicht mehr da bin ich mir ziemlich sicher und da drüben waren wir vorhin schon und da war es halt auch nicht und äh ist es hier nee das ist es nicht nein 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 das ist es nicht aber das ist trotzdem toll das sind nämlich Klamotten ein neues Nugget Outfit freigeschaltet Angels nee das finde ich nicht so schick oh Gott so ich nehme jetzt direkt mal eine Bombe mit das kann ja nicht angehen dass die Viecher mich hier erledigen wollen so easy peasy und schon ist da Ruhe im Karton was sind das für eine Insel interessant hier ist auf jeden Fall ein Herzchen das ist wunderbar weil wir hatten nur noch eins hier haben wir oh wartet mal wir haben jetzt 18 Fähigkeitspunkte das heißt wir können sowohl den Abprallern lernen wir können die Schwung Regeneration lernen und das verbesserte sammeln ja passt ha oh Gott das habe ich mir nämlich gemerkt von vorhin dass ich alle oder dass ich alle drei auf einmal freischalten wollte und es ist super es ist großartig sollte man immer so machen einfach so lang warten bis man alles hat und dann auf einmal loslegen oh oh Gott das ist gerade so scheiße zu dingsen hier rumzulaufen oh mein Gott ähm wisst du was wir haben gerade hier diesen wunderbaren Teleporter freigeschalten das ist ein Checkpoint dann suchen wir doch morgen das Fass weil ich habe diese Insel da hinten noch nicht gesehen und die würde ich ganz gern machen aber es ist halt auch schon Viertel nach zwölf der Stream geht jetzt auch schon über sechs Stunden mein Geburtstag ist offiziell vorbei und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen speichern uns im Hauptmenü und wir machen das morgen ähm weiter wir haben ja noch ein bisschen bis wir das Spiel eigentlich durch haben oder geplant ist ja noch ein bisschen bis es dann durch ist sagen wir es mal so äh oh ein fataler Fatal Error noch zum Abschluss ja gut das ist jetzt doof aber es ist jetzt auch nicht das Schlimmste so dann wechseln wir mal hier rüber ich mache nochmal Musik an ähm da Crash und Save Game weg Cloud Cloud ist gesichert es ist alles gut und ansonsten spiele ich es einfach nochmal morgen tagsüber da habe ich gar kein Problem damit so Leute hier holy shit ihr habt heute eine ganze Menge gemacht ich habe tatsächlich zu wenig gemacht weil das ist alles was ich getrunken habe abgesehen von meinem Kaffee am Stream Anfang was definitiv zu wenig ist das heißt ich fülle jetzt gleich mal Dingens nach alles Gute nachträglich oh mein Gott hat es das Streamtitel noch nicht verraten Entschuldigung aber dankeschön dankeschön ich dachte der wäre relativ eindeutig aber ich weiß dass ich weiß auch dass man auf Twitch einfach keine Streamtitel liest das ist eine Sache die existiert so und es ist irgendwie ganz furchtbar und irgendwie auch nicht was ganz ganz wild ähm ja so lasst mich mal kurz gucken ich glaube ich schicke euch einfach so in den Feierabend ich sehe jetzt gerade niemanden und Böhmif dankeschön für den zum einen für das Super Stream zum anderen für die 100 Bits dankeschön und Hallöchen Sky und dankeschön noch schnell vorm Ende ne ähm ne genau es ist schon spät es ist äh es ist Donnerstag also für mich ist noch Donnerstag weil es ist erst der nächste Tag wenn ich wieder aufwache ähm und äh Malza auch dir dankeschön äh ne hat super Spaß gemacht äh wir sehen uns morgen also später quasi in circa 18 Stunden wieder um 18 Uhr und äh ja dann gucken wir mal du bist nicht bei den Chattern dabei das ist tatsächlich ein Bug der mir schon aufgefallen ist und ich glaube ich weiß woran er liegt ich bin aber nicht 100% sicher ob es daran liegt weil ich resette die Session Daten in dem Moment wo ich das Intro starte und möglicherweise sollte ich das tun dann wenn äh Dingens ähm wenn der Stream endet und äh ja das ist tatsächlich ein Bug der ist aber neulich erst aufgefallen ich habe eine Vermutung wie gesagt aber ich weiß nicht ob das daran äh liegt dass es das also ob es das wirklich ist keine Ahnung da muss ich nochmal nachrecherchieren aber da dürften einige Namen nicht draufstehen und das ist etwas kacke wenn man zu gut chattet wird man nicht angezeigt ja das hat irgendwas mit den Session Daten vom äh vom 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 Bot zu tun aber es ist und wann ich die wahrscheinlich äh resette und so aber naja wer weiß Technik halt na das lässt sich herausfinden Junkie das lässt sich herausfinden glücklicherweise naja ähm gut was wollte ich noch sagen ganz ganz großes Dankeschön ne das da drüben ähm plus Chargo plus diejenigen die da möglicherweise tatsächlich auch noch fehlen äh mega krass ähm voll cool und äh ja mir bleibt einfach nur ein ganz ganz großes Dankeschön ich kann keine tollen Herzchen aber hier das ist für euch er wartet nicht von mir dass ich irgendwann mal Uwu sage in einem ernst gemeinten Kontext das wird nicht geschehen ähm aber ja ne ganz ganz großes Dankeschön hat super viel Spaß gemacht und äh ich freue mich tatsächlich auf in 18 Stunden circa wenn es weiter geht mit Hell Pie ähm dann gucken wir mal eigentlich sollte das Spiel in 6 bis 8 Stunden durch sein und ich äh habe das Gefühl wir sind jetzt knapp 4 Stunden drin das schaffen wir nicht das wird schon noch ein bisschen länger dauern es hat einen Grund es hat wirklich einen Grund warum ich 4 Streams dafür erstmal vorgesehen habe weil 3 werden es definitiv und beim 4 müssen wir mal gucken schauen wir mal ich sag so Sachen wie Brudi ja aber niemals ernst wenn ich Brudi sage dann weißt du dass da ein riesiges also ein riesiges Sarkasmusschild irgendwo steht also quasi schon ein riesen Sarkasmusplakat auf dem Times Square in blinkend und in bunt ne Digga so Leute aber jetzt ab ins Bett mit euch ich habe Urlaub ihr müsst möglicherweise arbeiten deswegen will ich euch jetzt gar nicht länger gar nicht länger aufhalten ne kommt gut durch den Freitag und wir sehen uns hoffentlich ja im nächsten Stream wieder Thema haben wir tatsächlich nicht also ne Thema haben wir nicht das heißt relativ kurz chatten und dann ab ins Spiel und dann gucken wir mal ja irgendwie war der Stream jetzt auch länger als geplant macht nix war cool so jetzt aber ne schlaft gut kommt gut durch den Freitag wir sehen uns ciao ciao freitag Vielen Dank.